Oh Gott, schon wieder hier reingekustert. Moin, servus Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Wir sind heute wieder back am Start hier, wieder auf RealLife Offline. Nein, es gab gerade kurz Serverarbeiten und das hat sich gerade, davon wusste ich nichts, deswegen, das hat sich gerade gekreuzt, aber ist kein Problem, die Zeit, die gebraucht wird, ja, die geben wir denen, sonst können wir ja in der Zwischenzeit auch was anderes machen, ist doch kein Stress. Hallo Chat, ich hoffe euch allen geht es wundervoll und gut und ihr seid alle topfit und alle hier voll motiviert. Das ist der perfekte Anfang hier, das ist der perfekte Anfang. Ich bin nämlich noch gerade reingegangen und habe noch gefragt, ob ich ihm was helfen kann, nur ich würde jetzt nicht streamen, wenn der Server im Wartungsmodus ist und daran gerade gearbeitet wird. Das macht man nicht. Jetzt stellt euch vor, ich komme da hin und dann streame ich das, wie gerade gearbeitet wird, das würde ich niemals machen, deswegen wollte ich gerade noch warten und nochmal sagen, okay, soll ich was helfen dort da, weil dann hätte ich den Stream verschoben. Aber es ist jetzt fertig und Hilfe wurde nicht gebraucht, deswegen bin ich jetzt trotzdem da und wir machen uns einfach einen schönen Sonntagabend, würde ich mal sagen, oder? Wer ist alles dabei? Wer hebt da mal die Hände? Ich bin auch da. Ich könnte mal, warte mal, jetzt fällt mir gerade auf, ich habe den absoluten Cringe. Geht meine Cam? Ich habe den absoluten Cringe schon lange nicht mehr gemacht, aber ich hebe auch mal meine Hand. Das ist gerade... Ne, ich lasse es einfach mal lieber. Nobody... Warte mal, vor dem Stream schon muss zwischen 17 und 17.30 Ballernfahren gehen. Ey, was? Also Ballenfahren... Ballern... Ballenfahren gehen. Komm aber dann rein, kuss dein Sauf wie bester Mann. Tut er nicht weh beim Ballenfahren, gell? Also, tut er echt nicht weh, aber. Dankeschön für den Zehner. Kuss, geht raus. Vielen Dank. Dann Waisel. Fuck you, Waisel. Damit dein Stream gut startet. Wo findet man viele Kühe in einem Museum? An der Stelle, mein Freund, war es das mal wieder komplett. Das? Ne. Ne. Marco. Ne. Nein, einfach nein. Der Robert ist auch da mit einem Euro High. Wie geht's? Geile Streams bisher, die ich gesehen habe. Danke, Robert, für einen Euro. Es ist schon wieder so weit. Der Robert ist schon wieder da mit einem Euro, Chad. Es ist... Es ist schon wieder an der Zeit. Es... Der Robert ist einfach da. Und wenn der Robert da ist, dann ist der Robert da. Es ist einfach ein Fakt. Anders kann man es nicht sagen. Das ist jetzt die Frage, ob durch den Wartungsmodus ein paar Leute gecrashed sind. Ähm... Und schreibt mal eine Ad. Äh... Wenn... Ihr... Einbußen... Auf... Ne, ich schreib's auf... Anders, wenn... Hier... Auf... Grund... Des... Wartungs... Moduses... Sagt man das so? Moduses? Nein. Aufgrund des Wartungsmodus... Äh... Probleme... Habt... Also ich find's super. Wart... Wart... Falls sie ihr Auto oder so verloren... Falls sie... Falls sie ihr Auto oder so verloren haben, ne... Kann ja sein, dass der Wartungsmodus sehr abrupt kam und jetzt irgendwo hier zum Beispiel am Mont Chiliad stehen ohne ein Auto. Wie die zum Beispiel hier. Ne? Kann ja sein, dass wen mal äh... Freundlicherweise mal ein Post. Oder das Auto ist weg oder irgendwo rein oder... Äh... Scheiß drauf. Ihr wisst, was ich mein. Im Gegensatz zu mir weiß der Kurt wenigstens, wie man den Server in den Wartungsmodus schickt, ohne dass die Sachen verloren gehen, dass die wenigstens gespeichert werden. Der Kurt geht raus an mich selber. Hahaha. Ja. Man muss die Leute... Kriegst. 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 Genau das meine ich. Sieben Kilometer, meine Freunde, dass... Ich glaub... Ich weiß nicht, ob er die Geduld dafür hat. Ich hau mich mal hier zum Walmart und dann fahr ich dorthin. Ähm... Weil ich ein echter Ehrenmann bin. Weißt du... Es geht dann nur schon... Jetzt weiß ich aber den Punkt nicht mehr. GG an mich selber. Irgendwas war hier mit einem LKW. Ähm... So... So... So gescheit sollte man... Äh... Ah, da vorne. Ich seh's im Blick. What's poppin, my dude. Ich komme. So. Weiterer Grund meiner Verspätung ist, dass ich grad noch gegessen hab. Geile Kalzone. Moin Meister. Servus. Bitteschön. Ja, guten Tag. Ah, du hast einen LKW-Job gemacht, hast den Wartungsmodus nicht gecheckt, nur jetzt ist der LKW weg. Genau. Und das war der eigene LKW, allerdings der Auflieger vom Job. Gut. Dann bringe ich dich zum Job runter. Steht der LKW jetzt da unten oder wo ist denn der? Den musst du dort jetzt wieder rausholen nochmal, ja? Weil der wird jetzt dadurch, dass der Server wahrscheinlich Ding ist, der wahrscheinlich verschwunden gegangen. Okay. Ja, geh ich auch mal davon aus, dass es da ran liegt. Bessch, verfolgt mich hier, du Sau. Bring ich dich mal kurz zum Hafen. Flott und eilig. Ja, dankeschön. Kein Problem. Ja, deswegen habe ich auch den Post rausgehauen, weil mir war bewusst, dass wahrscheinlich der ein oder andere sein Auto verloren hat, deswegen, das ist immer so. Ja, weil die werden, wenn man den Server runterfährt, werden die nicht, dann werden die immer in den Abschlepperhof, oder halt in die Versicherung gebracht, ja. Okay. Und dann durchgecleared und... Ja gut, aber lieber so, wie das nachher ein reines Verkehrschaos ist, weil Straßen komplett kapiert sind. Ja, ja. Ey, das kriegen wir schon hin. Weil diese werden nämlich, die sind nämlich nur an den Job gebunden, diese LKWs, und die haben keine eigene Versicherung dafür. Die besitzt du ja nicht, die besitzt du ja quasi nur im Job so richtig, na? Weil die sind ja nicht... Doch, den LKW würde ich komplett besitzen, theoretisch. Kannst du aber nicht aus der Garage holen? Doch, den hole ich ganz normal aus der Garage, wie Autos auch. Wirklich? Okay. Jawohl. Dann kann sein, dass er auch in der Versicherung ist. Hä? Guys, shut up! Okay. Sonst schauen wir zuerst zur Versicherung. Okay. Du hast Hänger und Schlepper verloren, gell? Äh, genau. Der LKW war der eigene und der Auflieger war einer vom Job. Dann mach ich's mal schnell. Achtung, festhalten. Also, ich finde das super. Oh, das ging schnell. Weil man kann vom Job dort auch aus LKWs kaufen, aber du hast sie dann wahrscheinlich im Shop gekauft, gell? Genau. Ah, okay, okay, verstehe, ja. Weil man vom Job selber, kannst du dort auch nämlich welche ausfassen, deswegen. Okay. Dann schauen wir hier. Sollten das... Was ist das für ein Scheiß? Äh... Ich wollte gerade noch schreien, dass da gerade noch ein Fahrzeug steht. Augen auf! Perfekt! Augen auf! Perfekt! Ohren auf! Ja, ich hab nichts gehört. Du sollst ja nichts hören, du sollst ja... Hä, wie kann man den LKW übersehen? Also, der LKW ist doch da hinten aus dieser Lücke da rausgefahren. Bitte? Er ist doch von da gerade eben rausgefahren bei mir. Ja? Äh, okay. Ich würd' sagen, du fährst mit deinem LKW weg. Jo, mach ich. Und, ja. Warum... Okay. Warte, ich mach mal Platz. Was ist denn da schon wieder passiert, hey? Was macht er denn? Weißt du, wo du den Anhänger kriegst? Achso, den Anhänger hast du ja vom Job hast du gesagt. Genau. Ja gut, denn da müsstest du jetzt wieder runterfahren. Soll ich dich runterbringen oder fährst du selber runter? Wieder an den Hafen? Auch ich kann runterfahren. Du musstest dann wieder nämlich von selber neu starten, das Ganze, gell? Ja, das ist ja kein Problem, das krieg ich hin. Okay, dann machen wir das so, gell? Jo. Alles klar, bitte. Wenn sie gerade schon da sind, hätte ich noch eine andere Frage. Ja? Da war gestern anscheinend keiner da oder hatte keine Zeit. Ja? Und zwar wollte ich bei dem hier Tuning einbauen. Mhm. Motor, Getriebe, Turbo, etc. Ja. Das Geld wurde abgezogen, allerdings wurde die Verbesserung nicht eingebaut. Es kann sein, manche Wegen, die sind da ziemlich, wie soll man sagen, die sind da sehr beleidig. Aber es kann sein, dass der darunter leidet. Okay. Wir können schauen in die Werkstatt, in die große, weil sonst kriegt man den ja nirgendwo rein. Ja. Da könnte davon betroffen sein, gell? Weil sonst kann ich dir das Geld nur setzen und ich schreib den auf die Buckleys drauf, gell? Okay. Weißt was, dann machen wir das kurz. Fahr mal, warte, ich nehm dich mit in die Werkstatt. Ich weiß jetzt nicht, was ich da machen soll. Chaos. Hörst du mir hinterher? Jo, mach mit. Ähm. Wie war das noch einmal, wie war das noch einmal von Marco, dass ich einen guten Stream hab? Hä? Warte mal. Ich muss, ich muss mich dann gleich nochmal bedanken hier. Ich bin da gerade nur voll eingespannt. Aber. Hä? Hä? Was? Hahaha. Was machen die Leute? Was? Hahaha. Was war denn das? Er fährt einfach mal in die Tanke. Ach. Scheiße. Was macht er denn? Achso, scheiße. Jetzt hab ich die Ding... Mensch. Was? 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 Was machen denn die Leute? Hahaha. Es ist viel zu warm. Ja, das ist es. Es ist wirklich... Ich glaube, es ist wirklich die Hitze. Jet. Ich glaube, es ist einfach die Hitze. Sag ich euch so, wie es ist. Das gibt's ja nicht. Aber der LKW hat's überlebt. Alter, schau wie er nachkommt. Alter, wenn mir der auf der Scheibe biegt, dann hätte ich Angst. So, jetzt müssen wir hier mal einbiegen. Jetzt kommen wir mal hier rein. Leidtüte. So, dann machen wir mal da drüben auf. Ich glaube, ich habe keinen Zugang. Ah, der ist offen. Ehrenhaft. So. Dann lasse ich meinen Karren kurz hier stehen. Und geh mal kurz zu dem Skateboard. Warte, lass den mal kurz hier stehen. Ich bin gleich wieder da, gell? Okay. ZOMBI hat ein Problem. ZOMBI hat ein Problem. Nein, ich will nicht. Moin. Ui. Hallo. Was ist denn? Oh. Ich bin gegen die Wand da gefahren. Im Skateboard von der anderen Seite aus versehen. Weil ich nicht mehr bremsen konnte. Und dann war ich auf einmal her drin. Dann würde ich dir empfehlen, nicht mehr da herzufahren. Aber die, eben die Tür da. Irgendwas. Da gab es so eine Tür eh da. Irgendwo, die wir mal durchgehen. Oder vielleicht ist das schon. Danke sehr. Bist du wieder draußen? Ja. Alright. Gut. Vielen Dank. Bitte. Ciao. Ciao. Warte mal. Ich sag, weil gerade die Frage kam, ob ich schon eine 500 Euro Einblende hab. Ne. Ich siehs noch nicht fertig. Ich bin gerade dabei, das Lied fertig zu produzieren. Ja. Ihr hört's richtig. Ich produziere ein Lied für meine Spendeneinblende. Ich will ein eigenes Lied machen. Und das wird so Richtung Rammstein Metal gehen. Okay. Und die will ich dann. Und das braucht halt. Ich habe jetzt erstmal ein Riff schreiben müssen und alles. Deswegen. Chat, gebt mir da noch ein bisschen Zeit. Ich will, dass es eine richtig epische Einblende wird. So. Schau mal. Was hast du dir alles einbauen lassen? Also theoretisch habe ich es bei Leistung alles versucht gehabt. Okay. Er geht sowieso immer nur bis Level eins. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Ja genau. So. Warte mal. Ich habe es jetzt einmal gekauft. Ja. Der lässt sich. Der hat keine Tuning Option. Der lässt sich nur auf Level eins. Aber der ist dafür nicht. Da fehlt noch die Einstellung. Beziehungsweise fehlt es noch in der. In der nötigen Datei. Okay. Wie viel. Also das heißt. Du hast jetzt. Wie viel hast du ausgegeben. Mal. Weiß ich. Sechs mal fünfhundert Dollar. Das heißt dreieinhalb tausend circa. Gell. Okay. Also das heißt. Äh. Ne. Ich war unten bei Bennys. Habe ich das machen lassen. Achso. Der passt dort rein. Okay. Ja. Bei Bennys passt der rein. Okay. Äh. Plus Preise waren dreieinhalb mal. Dann waren es mal eineinhalb tausend oder sowas. Okay. Ähm. Habe ich genauen Wert weiß ich leider nicht mehr. Okay. Ich gebe dir jetzt. Ich gebe dir jetzt das. Okay. Das Entschädigung. Und genau. Der ist jetzt nicht tunbar. Ich schreibe das in der Liste. Gell. Bei den Lkw ist es allgemein noch. Der fehlt noch. Aber das kann man nach. Tun. Ein Problem. Na. Ja. Das wäre schön wenn das noch reinkommt. Jo. Machen wir. Allerdings lässt sich Optik sehr schön was. Da lässt sich alles machen. Ja genau. Na das kann man. Das kann man einfügen. Ich gerade sehe. Muss ich noch Felgen nochmal anpassen. Dass die nicht so im Radlauf drin sind. Es gibt halt leider keine Breitbettfelgen bei uns. Also so wirklich die ganz raus gehen. Ja. Ne ich meine hier gerade an der Vorderachse. Da sieht man es. Dass das ein bisschen sich verschneidet. Ja gut. Das ist. Ja. Na gut. Passt. Dann. Wünsche ich noch viel Spaß und schönen Abend. Ciao. Jo. Danke. Ebenso. Sechs mal 500 ist 3,5 K. Nein. Sind 3 K. Aber. Die Mechaniker rechnen ja noch was drauf. Die Mechaniker haben ja noch eine Provision. Aber er hat mir dann erst nachher gesagt. Dass er beim Penis war. Da ist natürlich keine Provision. Ich habe die Provision mit eingerechnet. Ihr Haubentaucher. Ja. Jetzt wird er schon wieder blöd darstellen. Nichts da. Ihr könnt euch in die Haare schmieren. So. Okay. Warte mal. Ich gehe mal die Tonis jetzt durchlesen. Erik der Dönermann. Ein Ehrenmann. Erik der Dönermann ist ein Ehrenmann. Servus. Ist zwar nicht viel. Aber wollte dir mal Danke sagen. Die letzte Zeit war bei mir Krise. Krise. Ich hoffe, dass bei dir jetzt nicht mehr Krise ist. Ich sage vielen Dank für den Euro. Und alles Gute, mein Bester. Ich hoffe, dass bei dir jetzt wieder sich vielleicht etwas die Dinge eingeschaukelt haben. Kuss. Geht auf jeden Fall raus. Dankeschön. Manu auch. Hi Cringediger. Moin. Bin auch dabei. Und freue mich dich zu sehen. Heute war es wirklich cringe. Heute habe ich wieder mal meine Hand. Heute habe ich wieder mal gewunken. Und ihr wisst, Chat, wenn man winkt. Das ist, ja. Ähm. Das ist ein anderes Thema. Ich gehe mal in den Polizeifunk. Was ist das? Achso. Ich bin ja Mechaniker. Kann ich ja nicht. Das wäre ein Frevel, wenn man als Mechaniker reinkämen würde in den Polizeifunk. Das wäre ziemlicher Frevel. So rein da. Bin ich in Funk 1. Ich stelle mich da hin vom Kleidungsland. Warten, bis ich gekidnappt werde. Ähm. Dankeschön, liebe Manu. Cedric Banks. Servus, mein allergeijütter. Wird mir Zeit für eine Spende. Wir sehen uns. Grüße. Ey. Mein bester Cedric. Mein allergabester. Dankeschön. Achts. Ein Herz. Herzen. Chat. In den aktiven Chat rein. Bitte. Und dann haben wir noch Roman mit. Ich komme gleich wieder zum Hauptplatz. Ich hole noch West Cedric. Was ist am Hauptplatz? Ähm. Und vielen Dank, lieber Roman. Ike. Heute einen schönen Sonntag gewünscht. Ich habe heute Abend das Vergnügen mit der Polizei zu arbeiten. Wie kommt es dazu? Erzähl. Dankeschön an Cedric für 50 Euro mit Überweisungskosten. Das ist sau viel Geld. Vielen Dank. Und auch noch an Roman Eik für 30 Euro. Herzlichen, herzlichen Dank. Was ist denn da passiert? Schau. Dann stelle ich mich jetzt da hin. Okay. Dann stelle ich mich jetzt da provokant hin. Und schau einfach zu. Headblockz 41 ebenfalls zu 7. Holgendienst, doch Jungs. gens So. Dankeschön an euch beide Chat. Ihr könnt es jetzt mal Herzen gönnen. Aber sowas von. Ähm. Wo ist denn nun? Oh ja. Ich glaube ich nehme hier ein bisschen Platz. Dann stelle ich mich hier auf im G-Steig. Dann nehme ich niemandem Platz weg. So. Dann haben wir Munich Dancing mit 1,99. Servus, Bazi. Ich hoffe, es geht dir gut. Servus. Danke. BIMC oder B-I-M-C 1982. Der ist ja auch schon ewig dabei. Ich spreche den Namen einmal B-I-M-C aus und einmal BIMC. Immer nach Laune. Wollte dich auf einen kleinen Fehler im Autohaus hinweisen. Du hast den Rolls Royce Phantom als Ghost in der Liste. Da war was. Aber das war kein Ghost. Das können wir uns... Ist jemand im Autohaus? Gerade nicht. Das ist eine gute Idee. Das schauen wir uns gleich an. Da war ein Rolls Royce. Da könnt ihr mir helfen, Chad. Der hatte einen falschen Namen. Ich glaube, es war der Phantom Drophead. Aber der hieß anders. Der hieß auch nicht Ghost. Das war nicht der Ghost. Der hat einen anderen Namen. Ich habe dann nachrecherchiert. Und der war richtig. Da habe ich mich mal verdan. Da könnt ihr mir nämlich helfen, welcher das ist. Ich glaube, der heißt Devin Onyx oder so irgendwie. Das schauen wir uns gleich an. Weil das kann ich nämlich gleich beheben. Das ist nämlich gar keine schlechte Idee. Chad, wir machen jetzt Expertenrat. Da. Ich zeige euch das Auto und ihr sagt mir, welcher das ist. Stil? Das machen wir so. Guti. Äh. Das Auto fährt sich gerade irgendwie wie so eine Krücke. So. So, ich mache jetzt einfach nur. Aber ich glaube, der heißt... Ich habe geschrieben, dass das der Phantom Drophead nämlich ist. Aber jemand im Chat hat mich darauf hingewiesen, dass das nicht der Phantom Drophead ist. Welcher Rolls Royce ist das, Chat? Da war man so ein Name. Der war kein Ghost auch nicht. Es war auch kein Rave. Ne, ne. Es ist kein Rave. Außer Police Blue Line. Danke für den Euro. Servus, mein Eierbär. Hast mich schon vermisst? Ich vermisse dich jede Sekunde, wo du mir nicht Eierbär oder Eisbär oder was auch immer an irgendeiner Film schreibst. Das ist einfach wirklich so. Es ist kein Rave. Nein, kein Ghost auch nicht. Das war ein anderer. Irgendjemand hat es einmal geschrieben. Rolls Royce Dawn. Klingt logisch mit dem Namen. Das war es, glaube ich. Rolls Royce. Ich google nochmal. Dawn Onyx. Der heißt, den gibt es wirklich so. Ich hätte es mir eigentlich so leicht machen können. Der heißt wirklich Dawn Onyx. Deswegen aus der Spawn-Name. Äh. Ist der das fuck schon wieder mal her? Gut. Wir ändern das. Der heißt tatsächlich Dawn Onyx. Danke, lieber Jet. Habt sie mir wieder. Sie war wieder sehr hilfreich. Jetzt wissen wir, die Autohausverkäufer sind jetzt wieder matt, weil die müssen die ganze Liste leeren. Oder umändern, weil ich verkackt habe. Gut. So, ich ändere das nämlich gleich mal hier. Aber Dankeschön fürs Hinweisen. Und dann, das ist... Ich habe mir eingebildet, das ist... Ich habe den nämlich als Phantom, den er heißt Dawn Onyx. Gut. Ist geändert. Ich zeige euch das dann auch gleich. Ich finde das super. So, jetzt können wir da reinschauen. Jetzt schauen wir hier mal in die Liste. Und wir sehen... Ich hau den mal weg hier. Wir schauen mal in die Liste und sehen, okay. Der heißt noch immer Dawn Onyx. Oder Phantom Drophead. Das ist der hier. Und wir uns hier anschauen. Schleich die, du Gratler. Das ist... Du brauchst da gar nicht aufbrechen. Das ist mein Auto. Vielleicht die. Barsch. Allah, was ist denn hier los? Sie sehen mich? Das ist jetzt aber blöd. Ich sehe sie. Das geht... Warten Sie mal, das ist... Es wird einfach... Es wird einfach danach gewinselt. Barsch. Ah, jetzt ist er schon da. So, jetzt zeige ich euch mal... Ah, der heißt... So, jetzt gehen wir gucken. Das ist... Das ist einfach... Das ist einfach... Ne? Es ist einfach erzupft, ist das. Weil das ist... So. Und jetzt, wenn wir jetzt reinschauen hier... Magic. Sehen wir, er heißt jetzt Dawn Onyx. Magic as fuck. So, warte mal. Jetzt muss ich mich da um das Haus kümmern. Ähm, das war Apachen Johnny. Ich habe jetzt leider verpasst, wo er ist. Aber ich schätze mal, das ist... Weil den Dispatch kenne ich. Das wird er da oben hier sein. Deswegen, ich komme mal vorbei. Er ist früher da als geplant. Deswegen, da fahre ich jetzt gleich mal hin. Du Heisel. Du Sack-T-G-G-Uter. Hahaha. Sau. So. Aber, Chat, wir haben jetzt... Wir haben es... Wir haben es gefixt. Ich danke nochmal hier... BEMC fürs... Und den Chat für die Unterstützung. Weil der da vorne glaubt, die Polizei verfolgt ihn. Alles gut, ich bin Homeland Security. Bleibs nicht stehen. Ich habe einen Einsatz. Oh. Aber jetzt muss ich da nochmal... Dem muss ich schnell helfen mit seinem Häusl. Weil der hat sich schon mal bei mir über Ticket gemeldet. Und jetzt muss ich ihm da mal helfen. Goodie. Ähm. Ah ja, ich bin ja kein Car-Dealer mehr. Ganz vergessen. So. Bin, by the way, ID Nummer 2. Das schaue ich nochmal nur im Wartungsmodus. Die ganze Scheiße. Der Last Soldier mit einem Euro... Moin, Andl. Hab mal eine Frage. Eine Frage. Würdest du auch die Stage von Rammstein auf RLO fühlen? Ich würde alles, was von Rammstein ist, auf RLO fühlen. Haha. Ich mache mir dann einen T-Lindemann-Char. Du hast... Da stehe ich oben. Du hast mich. Du hast... Du hast mich. Ha! Siehst du? Servus. 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 So, hast du jetzt das Haus komplett entleert? Ist komplett leer, ja. Da sind schon wieder die Mücken sind schon wieder unterwegs. Das ist unglaublich. Grausig. So, gut. Ähm. Das ist die Nummer 58. So, das ist jetzt bewusst. Wenn ich das jetzt wegnimm, dann sind alle Schlüssel verloren. Das Ganze... Passt. Die ganze Einrichtung und alle Wertgegenstände. Passt. Okay, aber dafür gebe ich es dir dann neu. Passt? Okay, supi. Chat, gebt es mir kurz einen Moment. Ich brauche da kurz die Nummer 58. Das ist nämlich eine Chance, ne? So. Ich muss mich jetzt sowieso gleich wieder Makler machen. Ähm. Das war die Nummer 58 beim Häusl. Ich gebe mir jetzt nochmal sicher. Nummer 58. Danke für 58. Dann nehmen wir auch die Nummer 58. Sich mit der Musik zu konzentrieren ist actually gar nicht leicht, gell? Habe ich euch das schon mal gesagt? Ich kann euch da leider nicht mitnehmen, wenn ich hier in der Datenbank herumschlüffel. Das ist Datenschutz-Chat. Das ist Betriebsgeheimnis. Da habe ich einen Vertrag unterschrieben. Das darf ich nicht. Habe ich nicht. Auch so wäre es halt in der Firma. Warum finde ich da jetzt gerade die 58 nicht? Bist mich knüchen oder was? Ja. Da ist die 58. Mal 3. So. Das ist jetzt für euch da recht unspektakulär. Aber eh wurscht. Ähm. Jetzt muss ich nur noch da die Nummer 58 finden. Ja. Ich hätte mir die ID kopieren müssen. Vollidiot herst. Immer Mochia. Da ist die Achtung. Schon gefunden. Sind wir schon safe. Sind wir schon safe. So. Gut. Jetzt müssen wir beide schnell ein Powernap machen und dann treffen wir uns gleich wieder hier. Okay. Und dann fladernst du dir dein Auto die Wichser. Na das ist. Das gibt kein Kuchen mehr. Das gibt. Na das gibt Stubenarrest. Sag ich euch. Das ist. Na. Und ich weiß auch wer es war. Ich weiß ganz genau wer es war. Wolfi. Du. Sauzähchen. So warte mal. Aber Sebastian eskaliert mit 50 Euro mit Überweisungsgebühren. Servus Andl. Wie geht's dir du? Was für arbeitende Ente. Das kostet Schmerzensgeld Digga. Das kostet Schmerzensgeld. Was für arbeitende Ente. Das ist. Nein. Das ist Mobbing. Das kostet. Das kostet. Das kostet extra. Ne. Da. Schmutz. Schmutz. Scheiß auf alles. Ohne. Ne. Chat aber macht es trotzdem. Macht es trotzdem. Macht es trotzdem Herzen. Ein paar Leuten fehlt sogar auf, dass ich eine neue Frisur habe. Was heißt eine neue Frisur? Eine neue alte oder einen anderen Haarschnitt? Es ist dasselbe Haarschnitt. Die Seiten sind einfach auf Schulden gestiegen. Nicht auf Kontostand, sondern auf fordernde Rückzahlungen ist er gestiegen. Deswegen kann man sich den Friseur jetzt natürlich aufs AP beten. Bezogen. By the way. Robert. Robert. So Dankeschön lieber Sebastian. Er ist jedes Mal dabei und er ist einfach jedes Mal dasselbe Arschloch. Es ist einfach... Es ist einfach... Nein. Es ist eh. Es ist einfach... Es ist nicht mehr witzig. Der Apatschen Johnny, der hat's... Jetzt muss ich mich dann zum Makler machen, weil jetzt bin ich dann cool. Da hätte es eigentlich gut passt, wenn ich im Anzug geblieben wäre, ne? So, da ist er schon, der Apatschen Johnny. Drei Millionen! Danke für drei Millionen! Jetzt bauen wir einfach 30. Kaufen. So, jetzt musst du mir bitte noch sagen, geh dann bitte das Haus besichtigen und in welcher Konfiguration du es haben willst. Oh, ja. Wiederschön. Chat, aber ihr könnt schon mehr Herzen schießen. Also, ihr wart schon einmal echt fleißiger. Also, da muss ich jetzt ehrlich sagen, gell, das... Auch wenn es da 1 Sebastian 1 07 ist und ich hab... Vielleicht die erste. Ich verstehe das. Aber da geht noch mehr. Da geht echt mehr. Welches? Gleich die erste einfach. Gleich das. Wette Bappen, du Krakler. So, gleich ist es soweit. Bitteschön. Super. Vielen Dank. Gerne doch. Und sorry, dass das jetzt so lange gedauert hat. Kein Problem, kein Problem. Ja, und... Schönen Abend wünsche ich. Danke, wünsche ich dir auch. Noch schönen Dienst. Ciao, danke. Ciao, ciao. Ich schwör's dir, Wolfi. Wo haben sie es denn jetzt hingestellt, Alter? Du Schwein. So, du Arsch. Da. Was ist? Hast du schön ausgesucht, das Auto. Das passt zu dir. So, gell. Es ist blöd, wenn's nicht geht. Ja, Handel, was tun wir da jetzt? Jetzt verdient ich mir auch noch. Wie ist denn das? Verdient. Handel? Ja. Ganz kurz, machst du das mit dem Immobilienhansis oder soll ich das machen, dass die das richtig auch drin stehen haben? Das könntest du bitte machen. Alles klar, mach ich. Danke. Immobilienhansis, das gefällt mir schon wieder. Jetzt hab ich meine ID 2 verloren. Dann fahr'n. Schweine. Reichen die Herzen? Die waren jetzt standesgemäß, ja. Die waren jetzt standesgemäß. So. Florian Zimmermann mit einem Euro. Hi, Handel, bist der Beste. Kannst du in den Polizeifunk einfach mal Hoya reinschneiden? Das ist da. Das mach ich als Polizist, aber nicht als Admin. By the way, dankeschön für den Hinweis. Wir haben Polizeifunk da drin. Sauber, die da hinten da. Geländigen. So früh schon live. Ja, warum nicht? Warum nicht? Das war grad VDM, ja. VDM, das arme Auto. Sag' ich mir nur. Das ist wirklich, das ist... Jetzt ist alles blutverschmiert. Wenn ich's jetzt eigentlich repariere... So, warte mal. Wenn ich's jetzt Fahrzeug repariere... Ja, dann ist es wieder sauber. Da geht's ein... Da geht's ein Buch da runter. Da geht's ein Buch... Schmutz... Und Rautz. So. Ey, was... Wo sind wir denn hier? Sebastian. Jetzt ist's schon wieder drin. Verschwind! Also, heute haben sie sich wirklich zu... Das ist Mike jetzt Admin. Ähm... Sag' wir so, er ist ein neues Teammitglied, ja. Er ist ein neues Teammitglied und unterstützt uns jetzt in voller Bandbreite. Yes! Neues, neues, neues aus dem Paulanergat. Jetzt kann ich mein Auto schon wieder reinigen, da. Scheißherst. Okay. Florian, dankeschön. Dann haben wir Sebastian. Da hast dein Schmerzensgeld, du Arsch. Und ein Kuss auf die Nuss. Haha. Du Sau. Wie wird der Adlerslohn... Adlerslohn! Äh, Adlerslohn! Ich hab... Statt Adlersson... Der Adlerslohn. Oh, Mann! Oh, Mann! Heute ist wieder nicht mein Tag. Heute ist absolut wieder nicht mein Tag. Das merk ich schon. Heute werdet ihr wieder sehr viel Spaß haben mit mir. Ähm, ja. Genau. Fuck you, Ezel! Fuck you, Manni! Ich weiß nicht, was die da sehen. Habt ihr Halluzinationen? Ich... Hahaha! Hast du schon irgendwas... Ich finde Riez ein bisschen komisch. Der Kollege will dann draußen auch mit deiner Buddycam. Ich fahr mal mit der Karte kurz bei Seite. Und was? Wo ich da stehe. Ich mach Dicke auf Admin Abuse. haben sie eventuell irgendwie das gespräch irgendwie festhalten können irgendwo oder so was habe ich nicht an meinem anorak oder so was ich bin ja kein polizist oder so was habe ich leider das ist jetzt schon meter gaming also ich weiß jetzt nicht was hier an dieser situation ganz so lustig das schreit ich glaube das schreit ich habe das schreit also heute ist anhängig steht habt ihr schon gemerkt dass er heute ist ich glaube heute haben sie mich einfach besonders lieb alex danke fürs vip werden steht meint sie nicht auch ich glaube heute haben sie mich einfach lieb und ich kann sie mir einmal die e-mail schicken dass ich darauf reagieren kann auf der e-mail denkt hat die 6 meile viel zu scheiß motorrad east west highway richtung stadt einwärts 234 kmh geblitzt sich kontakt verloren ich fahre weiter nach palito wegen dem letzten dispatch was stadt einwärts da da schau wie er fährt da fährt er der übeltäter schaut euch an wie er harzt so viel harzen das gefühl habt ihr auch chat anders kann ich mir nicht erklären ich kann es mir echt nicht anders erklären außer ja was die kein bargender hänger ich habe aus spaß ein hänger und links und hallo ok gut ja bitte ja da drin hängt ein hänger ich habe den aus spaß an den verb da gehangen ja jetzt jetzt warte ob der wirklich eine hänger koppel hat hat er ja aber theoretische sind noch angekoppelt das ist das problem stellt es noch einmal in die garage das auto ich kann nicht einfach weil der anhänger in dem laden dort drin hängt er hängt aber nicht im laden steigt sich einmal ein bitte ob es euch jetzt komplett zreist das würde mich jetzt echt einmal interessieren interessieren ja die datei ist für die ermittlung sagte leider zu groß was ist das jetzt gewesen ich brauche einfach nur ein foto von dem money probieren jetzt mal ein paar ich kann nicht einrichten danke bitte ich kann gar nichts machen ich kann gar nichts machen ist bei dir noch irgendwo der hänger bei mir nicht bei mir nicht ich bin so dumm ne 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 warte mal steig zu mal ein steig zu mal ein wie es dann ist doch jetzt ist nochmal ok jetzt ist bei euch normal gut ich stelle dir jetzt auf dem parkplatz das dann einfach nur mehr einparken musst gut ist in der ermittlung sagt er drin oh man ich habe nicht so ganz geglaubt dass der wirklich so eine anhängerkupplung hätte das ist da drauf hat er ja das wusste ich nicht so jetzt parken mal ein rutscht mal rüber packen trotzdem ein. Hast du jetzt was zahlen müssen? Ja, 600 oder? Achso. Jetzt warst du ne Katze auf deinem Pulli. So und wenn du jetzt auspackst, soll es wieder ganz normal gehen. Was hab ich auf dem Pulli? Entschuldigung. Sind sie auch ne Katze auf seinem Pulli? Nein. Hast du was auf dem Pulli tatsächlich? Ihr habt's was. Ja, du hast was auf dem Pulli. Lovers made in USA. Was ist denn das? Bei mir hat er ne Katze auf dem Pulli so ne dicke Gabi. Da könntest du mal im Kleidungsladen schauen, das könnten die Aufnäher sein. Okay. So mal schauen. Vielleicht durch die neue Serverversion. Alles klar. Alles klar. Dankeschön. Okay, ciao. Ciao. Das waren zwei lustige Weggefährten, hey. Feier ich schon wieder. Wird ja Spaß an der Arbeit haben. So. Geht jetzt noch einmal durch, dass da ja kein Hänger ist irgendwo. Ich hätte jetzt gar keinen Bock. Fahrzeug erfolgreich entfernt. Na Gott sei Dank. Kann ich dich auch entfernen, mein Güter? Eher nicht so, ne? Wurscht. Okay. Das mit dem Motorrad hat sich geklärt. Im Polizeifunk ist es recht ruhig. Ach. Polizist ist er. Aha. Ich hab gedacht, das ist Marktpflicht. Das ist glaube ich, dass es... Das ist jetzt aber... Warte mal. Du weibungs. Du weibungs. Du weibungs. Erst. Daneben. Ist übrigens ein Porsche. Ups. Jaja. Wie gesagt. Wegen der Sukra? Jaaa, hab ich gesehen im... Jaaa, für 75 ist es schon. Ich geh noch kurz Cheek kaufen. Was ist denn... Sag einmal, was ist denn da gerade passiert? Mit einem Hauptschall, jetzt kannst du ihn mitnehmen und kannst ihn einpacken. Am besten wäre eigentlich, wenn ich ihn in die Mine raufstelle. Hab ich da gleich mitgenommen. Was ist denn da passiert, sag einmal, was ist denn da drüben? Motorrad, NGW, PKW und die Theorie wird entzogen. Oi. Da ist jemand schnell gefahren. Ja, wie gesagt, er macht's hier einfach. Gut, das kann er, darf so einen Jungs. Jetzt hat er sich keine Ansicht, aber wie unangenehm. Ich bin der Erklärung, die hab ich dir gerade gegeben. Ja, warum soll ich jetzt aussteigen? Ich nehm dir jetzt nen Führerschein weg. Wo waren wir denn? Ich hätte nix auch. Mit Papentum ist eigentlich nicht bei der Polizei Marktpflicht. Ja, eigentlich schon, wieso? Das ist Marktpflicht, oder? Ja. Achso, ja, nein. Warum? Nein, nur so. Warum fragst du so blöd? Nein, ich weiß nicht. Vielleicht gibt's ein Polizeiauto mit blauen Rücklichtern. In weiß. Hä, was? Das ist aber schon Markt, oder? Was? Weißes? Was? Weißes Polizeiauto mit blauen Rücklichtern? Ja. Was? Ja. Nein, gibt's nicht. Ja, aber ich hab gedacht, das ist ein Marktfahrzeug. Ich hab gedacht, das ist ein Marktfahrzeug. Okay. Hä? Nein, ist eh wurscht. Nein, bitte. Also, ich finde das super. Na, geh? Geh, gehe bitte. Geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Geh, geh, gehs mal aus. Geh, geh, geh. Geh. Geh, geh. Geh, geh. Nehm das Auto mit. Wie hast du, Rolls-Royce, wie hast du an? Wie hast du Rolls-Royce? Das ist der Trottl, das ist ja da und Onyx ist das. Ja, in deiner Liste vielleicht. Nein, nix in meiner Liste, so hast du wirklich. In deiner Blacklist. Was für Blacklist, da stehst du drauf. Na, pass auf, na, pass auf, jetzt gehen wir es an. Machen wir ein Auto-Konzept, dann geht's. Ja. Was für Auto, das war auch gerade Macht, oder? Weißt du, in der Stadt einmal gefahren ist? Ich bin ja immer im Dienst, oder? Habt ihr das bekommen, oder? Bitte. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sagen wir selbst 530D. 550i, du Heiselczyk. Warum steht der dann in der 530D in der Liste? Ja, um den D, der bei dem Überfall vom letzten Liste wird. Haben wir die Liste nicht ordnungsgebeten? Was für Liste, das ist... Ja, ja, genau, genau, eh. Bitte, eh. Bitte, na? Es ist wursch. Verkaufen du ihn, verkaufen du ihn als 550i, du Krackler. Ja, ist mir eh klar, dass das Auto aus Anzug. Schau, jetzt ist der Schlüssel drin. Nein. Geh lieber mit deinem weißen Marktfahrzeug, fahr mit die blauen Rücklichter. Was für ein heißes Marktfahrzeug mit die blauen? Ein Toyota, mit weiß, mit blauen Rücklichter. Es macht... Ja, sicher, fahr dir herum. Geh bitte. Wer? Na? Na, na, na. Geh schleicht die. Schleicht die. Es ist... Na bitte. Geh da jetzt dein Melange abedrucken und schleicht die. Das ist unglaublich. Das ist genau mein Humor. Wenn du die Stage als 3D-Modell brauchst, lass es mich wissen. Last Soldier. Wo hast du denn das schon wieder gestohlen? Linken 36 begibt sich wieder in die Stadt. Last Soldier hast du irgendwo gestohlen? Da brauche ich aber nicht auch... Wir stehen ja immer da. Mitten auf der Straße stehen bleiben. Da wird diskutiert. Hier vorne sind Parkplätze. Mitten auf dem Seitensteil... Christoph, servus du Sau. Wünsche dir einen tollen Stream. Dankeschön. Sally Sand auch für die IP. Was? Schon lang dabei. Ohne den Verkehr zu beeinflussen oder sonst irgendwas. Da wird's diskutieren. Wo ist denn Fluchtgefahr? Also wie gesagt, sie müssen mich da verstehen. Wenn ich höre Fluchtgefahr, dann ist natürlich ein Stück weit klar, dass ich mich dann so hinstelle. Grüß dich. Was? Weißt du, wie ich meine? Beziehungsweise wissen Sie, wie ich meine? Ja. Warum es durchgefunkt wurde, kann ich Ihnen nicht sagen. Der Waisel schaut ihm aus der Lost rein. Keine Ahnung. Also das müssen Sie ihn fragen. Gut. Gut. Aber dann haben wir's ja jetzt. Genau. Gut. Wenn nochmal was ist, dann einfach bei uns melden. Ja, das wird das erstmal so weitergegeben. Und ansonsten wünsche ich Ihnen erstmal noch einen schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen genauso. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. 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 Äh, ja, kann ich machen. Tschüss. 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 Hat da jemanden den Führerschein abgeben müssen? Uh. Was hattest du für eine Note in Mathe und Deutsch? Äh. Ich glaub, in Deutsch hatte ich eine Eins, das weiß ich. Und in Mathe hatte ich eine Zwei. Kommt auf den Jahrgang drauf an. Eine Zwei oder eine Drei meistens. Also Deutsch hatte ich immer eine Eins. Aber Mathe war zwei bis drei meistens. So im Mittelfeld. So. Christoph, ich dank dir mein bester Jütster. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich seh schon Scotty. Das heißt, die Sauberdie sitzt unten im Discord-Talk und wird jetzt hier mich mit Witzen bombardieren. Ich seh mich schon. Treffen sich zwei Blinde, sagt der eine. Na, lange nicht gesehen. Ja. 1086 Ender. Ja. 1086 Ender. Das heißt, die sind die Typen. Oh man. Das kannst du ja nicht, oh. Oh. Jetzt muss der fuck you man in die Fahrschule. Und da. Hä? Hä? Wo sind wir jetzt? Ich hab in Mathe ne Fünf! Dafür hast du Rammstein! Alles erreicht in deinem Leben! Bester Wann! Ich bin voll aufgeschreckt! Servo Restart! Chaos! Till Lindemann! Till Lindemann! Moin Kollege! Moin, ich hab ein Problem mit meinem Stream Deck. Immer wenn ich ein PC starte, dann wird das Elgato Logo angezeigt. Treiber updaten vielleicht. Oder mal schauen, ob die Specs passen am PC. Ich würde mal jetzt drauf wetten, dass es ein Softwareproblem ist. Und mal die Treiber aktualisieren. Ich hab... Actually hab ich keinen Stream am Motorrad. Moin! Warte, jeder mag, gell? Schau, wie viel beim... Wie viele sind... Hey bitte, wie viele sind beim Casino? Was ich finde, ist super. Nein! Doch! Schade. Du willst da alle chillen. Der da ist Überfall. Sie findest super. Pion Pion! Okay, sie investiert jetzt mal 10.000. Und dann guck ich mal, ob ich Gewinn mache. Nee, nee, es gibt als Google Sketchup frei zum Download. Hab sie zu Z-Modeller konvertet für ETS 2 und so weiter. Ah, okay. Jetzt ist mir nämlich letztens... Erik war das, der auf mich zukam und sagte so... Yo, da gibt's die Rammstein-Stage. Und ich hab das nicht geglaubt. Ich hab gedacht, die macht man custom-made. Aber okay, dann gibt's das Model. Ja, heftig. Würde ich schon fühlen. Da bräuchte man genauso eine Fangemeinde. Ein Rammstein-Fanklub. Einfach jeden Abend dann, Alter, dort Feuer zünden und meddeln. Das ist schon geil. Da würde ich mich schon sehen. Berlin schreibt man vorne mit B und hinten mit H. Berlin H. Berlin H. Den check ich gerade nicht. Berlin H. Florian, den check ich gerade nicht. Jetzt bin ich aber... Ich bin gerade echt... Jetzt bin ich aber gerade echt fucking lost. Ah, klar. Wie du das sitzt. Gedanken. Geh mal ins County. Du Wirstl. Benzin-Kanister auf. Geh ich ja mal am Arsch. So. Oh mein Gott. Fröhlich ist auch wieder am Stiesl. Alle... Ihr wisst... Chat, wenn der Fröhlich da ist, dann wissen wir was zu tun ist. Hashtag wir sind fröhlich in den Chat. Mit vollster Teilnahme, bitte. Ja. Ich schicke den... Ich schicke den Joke nicht, Alter. Ich bin grad echt... Ich bin so lost. Ich bin so lost. Ja. Wenn wir sag mal an jemanden... Jöwurs! 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 Hä?! Jöwurs! Bordewall. Und sind denn hier? Dann vor. Na guten Abend. Wir sind fröhlich. Linken 59 geht kurz vorne. Also ich finde es super. Ech schön brav Magd unterwegs, gell? Ech schön brav Magd unterwegs, gell? Ja. Nicht du? Das ist aber kein weißes Auto mit blauem Rückscheinwerfer, gell? Ruhm und red, ich versteh dich nix. Das ist aber kein Ding, gell? Aber das ist kein weißes Auto mit blauem Rückscheinwerfer hinten. Nein, nein. Was ist denn da gerade passiert? Komm her. Nein, komm nicht her. Was willst du? Was ist? Bordens weiter. Was sind sie? Sie sind nicht einmal im... Sie sind nicht einmal im... Sie sind nicht einmal im... Erst. Sie sind nicht einmal im County. Such dir Hobby. Okay. Du bist mein Hobby. Du bist mein Hobby. Und? Du bist mein Hobby. Du bist mein Hobby. Du bist mein Hobby. Schleich dir. Schleich dir. Voll cool. Dann David, dann halt. Hallöchen. Moin. Hallo. Wer von einer... Vorher... Jetzt kann ich wieder Daten geben. Ich hab mal ganz kurz mit einer Nachfrage. Wer ist denn aktuell? Wer ist denn aktuell? Ist auf dem Server? Marktpflicht. Ja. Seit neuestem. Das hab aber... Bevor jetzt die Leute reinschreiben. Ich war das nicht. Ich bin weder Commissioner noch Chief noch gar nichts mehr. Diese Entscheidung hab nicht ich getroffen. Ich bin selber letztens im Stream darauf hingewiesen worden, okay? Und ich hab mich dran gehalten. Es herrscht seit neuestem Marktpflicht. Und es hab nicht... Noch einmal. Nicht ich entschieden. Kurze Frage. Könnt ihr irgendeine Einheit noch auf dem Offroad-Fahrzeug mit City wechseln? Das hat... Ja, ging für die Tour. Das hat... Der Polizei entschieden. Und ich gehöre nicht mehr zur Führungsebene der Polizei. Und? Guten Abend, Kollegin. Der Stefan. Also ich finde es super. Fröhlich. Nochmal. Dankeschön. Das... Das macht einen ganz schön fröhlich. Das ist... Der war grad schlecht. Also ich finde es super. Ich glaube er hat... Ich glaube... Kann sein, dass er mir... Nein, er hat mir... Das ist super. Die äh... Ist die ist halbier fahr ich Richtung Politow. Das ist ein paar, dann fahr ich über den west halbier hoch. Was ist mit King-Einheiten? Auch King-Einheiten. Jeder... Also so, ob es ich... Also jeder muss Markt fahren. So. Aber das ist ja ein RP-Problem. Das ist mein Problem. Ich kümmere mich um... Größere Probleme. Hast du eigentlich... So was? Oh, der ist gerade... Ähm... Höh... Essengang glaube ich. Uuuuuh. Soja, stimmt. Hat's da irgendjemanden schon einmal richtig irgendwo aufgehauen? Marktpflicht, dass man mit... Dass man nicht undercover mit Fahrzeugen herumfährt. Und noch einmal. Nein, diese Entscheidung habe nicht ich getroffen. Das hat das PD geklärt. Jetzt kommen sicher wieder Leute rein. Uuuuh... Warum meinscheinest du das? Damit gar nichts tun. Die Marktpflicht ist das, dass man am Sonntag zum Flohmarkt muss. Hahaha. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist die Marktpflicht. Moin. Machen wir ein bisschen Fahndungsarbeit zu zweit. Fertig. Fertig, ich sehe es kurz. Interstattieren. Puh. So. Oh meine Güte, Alter. So. Ähm... Fröhlich nochmal. Oder äh... Warum? Fragt's mich nicht warum. Ich habe es nicht entschieden. Also braucht es mich auch nicht fragen warum. Im letzten Stream bin ich an Markt gefahren. Und dann ist der Ding gekommen und hat gesagt, ich muss Markt fahren. Das ist eine neue Bestimmung. Warum? Weiß ich nicht. Halte ich mich dran? Ja. Ehe wurscht. Schon der erste schreibt schon rein. Warum entscheidest du das? Scotty, danke für den Euro. Hab mich vorhin ausgesperrt. War ganz aus dem Häuschen. Äh... Wo genau, bitte? Nein, allgemein. Lass mal einen P-Cut eintragen. Allgemein? Ja. Positiv. Können Sie machen. Info. Ja, der Didier Sachs. Ja, der Didier Sachs. Der Didier Sachs. Dank dir. Nein, Fröhlich bitte. Jetzt macht er Fröhlich auch schon mit mit die Witze. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ich zei nix los am Strand. Hattu. Krass. Nein, 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 nein. Da ist er. Rikel 46 jetzt in der Highspeed. Verlock ist dabei. So. Alter. Erik Günzelsen ist auch da. Erik van Günzelsen. Mein bester. Mein bester Jütster. Alter, ich hoffe bei dir ist alles im Lot und ich hoffe, Alter, bei dir ist der Metal on, Alter. Ich hoffe, bei dir ist der Metal aber richtig on gerade. So. So, fröhlich mit einem Euro. Meine Oma arbeitet für das FBI. Wir nennen sie jetzt Top Secret. Fortendale ist tonight. Hallöchen. Hilfe. Fröhlich. Warum? Was? Selbst der Fred ist nicht begeistert. Warte mal. Oh ne, jetzt kommt Edin. Edin. Welchen Tee sollte man besser nicht trinken? TNT. TNT. Aber bitte ein Streifenwagen, ähm, Offroad-Fahrzeug und den CT besetzen. Sennfahrt. Erik, ich werde da gerade gefoltert. Äh, äh, äh. Die sind einfach so schlecht. Jet. Wie nennt man Wale, die nicht ganz rund sind? O, Wale. Habe ein Bild von der Stage im Discord unter Bilder gestellt. Kannst du dir mal ansehen? Moment. Das mache ich jetzt aber gleich. Das gönne ich mir jetzt aber gleich mal rein, hier die Pampe. Ein Bild von der Rammstein-Stage auf meinem Discord in der Bilder. Ha! Das lasse ich mir nicht nehmen. Wo ist es drin? Geil? Wie heißt es auf dieses Last Soldier? Ah da! Chat! Hey! Aber das ist epic! Das ist schon geil! Stell dir vor, die Stage da bin ich davor gestanden. Ha! Stell dir vor, die Stage und damit Flammen und allem. So wie in echt. Oida! Die geilste Stage des Gibt ohne Scheiß. Oah, Maschala! Geil! Heftig! Ja, ich hätte schon Bock. Bitte Robert aus Schrecken. Haben wir einen Robert am Server? Robert! Wir haben keinen Robert am Server. RIP an Robert. Das ist... Ah, wir haben keinen Robert da. Ro... Robert! Aber was ich mal machen könnte, ist... Warte mal. Ich schaue mal kurz zu... Und beim Kurt... Warte mal. Ich schaue mal, ob beim Kurt gerade, weiß ich nicht, so eine 500 Euro Drohne oder so reinkommt. Da muss ich mal schauen. Weil wenn eine 500 Euro oder so, dann muss ich gleich den Robert machen. Warte mal. Das ist nämlich Pflicht. Warte mal. Kam denn in letzter Zeit... Warte mal. Ich muss mal... Ich muss kurz stalken. Ob da irgendeine fettere Drohne kam. Ja. Leider nicht. Leider nicht. Sonst hätte ich ihm schon sowas von ins Heitzat reingeschrien. Wieso hast du den Epic Launcher in deiner Taskleiste? Wegen... Wegen der Engine. Was ist da passiert? Ich sehe es. Du bist deppert, oder? Das war dumm ein Gedanke. So mein Paderwaden. Was machen wir in der Situation? Ich schulde dich jetzt ein. Okay. So. Also, in der Situation... Ähm... Ja. Ich würde jetzt erstmal in den Locks schauen. Wie er überhaupt gestorben ist. Und natürlich ihn auch erstmal fragen, wie das überhaupt passiert ist. In dem Fall? Ich glaube, so redet er nicht. Das ist mir wohl bewusst. Aber wenn du jetzt in den Textchat schaust, da oben hast du die ID. In dem Fall die 152. Das heißt dann Rewive 152. Dann können wir schon mal reden mit ihr. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. So. Und jetzt können wir reden. Jo. Was ist denn passiert? Ja, ich bin gerade aufgewacht. Ähm... Und war auf einmal ganz weit oben im Himmel. Und bin runtergefallen. Ja, hast du da dein Haus? Ja. Ja. Die Umgebung vom Haus wird nämlich da oben für dich generiert. Das heißt, ich schätze mal, du bist... Hast du dich im Haus ausgelockt? Ja, ich, äh, im Haus drin war ich. Ja, genau. Das im Haus ist nicht so empfehlen, dich auszulocken. Es kann sein, normal wirst du vor die Tür gespawnt. Aber in wenigen Fällen kann sein, dass du dann nicht... Und dann bist du da oben, wo du zu leid in der letzten Instanz war, dann im Himmel oben. Das heißt, in deinem Interior. Das heißt, du bist wahrscheinlich dort dann aufgewacht, weil das deine letzte Position war. Und dann bist du runtergefallen. Das heißt, in Zukunft wird das Haus verlassen vom Ausgelocken. Jawohl, weiß ich Bescheid. Vielen Dank. Ja, bitte gerne. Super. Yes. Linkle 46 mit der Planet 6 bei der Postleitzahl 6049 auf dem Easterway. Fahrtrichtung statt auswärts von der Roten und in der Katze. Was, Dankeschön. Schönen Tag noch. Danke ebenfalls. Fragen hast du, kannst du dir immer melden, gell? Ja, macht doch. Ist der Roter. Ähm. So. Warte mal, was... Äh... Mein Fahrzeug ist bei dem Fahrzeug. Äh, er wendet doch. Einmal bitte die Highspeed-Unit da zurücken und, ähm, zwei, eine weitere Reinheit unterstützen. Äh, die Highspeed rückt in Kürze an, die hat gerade eine 1080-6. Dann warte da am besten bitte, bis die Highspeed-Unit eingetroffen ist. Wo ist denn... Wo ist der 1080-6? Ich hätte mal ne... Ich hätte mal ne Vermutung. Es könnte sein... Aber Erfahrungstreffer, warum... Fahrzeug hast du zugelassen? Was ist das? Könnte der sein? Hier, zu 10-4. Oh, nee. 10-20. Nicht crashen. Nicht crashen. Das schnelle Herum-Teleportieren, das... Das mag meinen Computer. 10-6. Aber die fährt weiter. Okay. Könnte aber sein, dass die damit zu tun haben. Bei denen habe ich letztens nämlich rausgezogen, jetzt haben wir ihn erwähnt. Der Name steigt rein. Wo? Also, ich finde es super. So, warte mal. Anubis mit... 13,37 mit 50 Euro auf einen schönen Sonntag-Stream. Ey. Chat, haut's bitte jetzt noch aus. Anubis auch jeden Stream. Highspeed jetzt 10-86-N. Ich brauche nochmal 10-20. Auf Platz beim... Fähr gerade zum Gebrauchtwagenhändler. Jetzt einfach nochmal kurz aufklären. Was ist dort? Larissa von Laun. Fahrzeug von der Fahndungs... Ah, da. Schön. Ich bin responding, bin in Kürze eintreffend. Vielleicht gibt's jetzt gleich... Ja, ich habe eben Blickkontakt verloren. Die war zu schnell weg. Oh, oh. Ich frage, was passiert? Ah, nee, das war die ganze... Die kommt die ganze Zeit. Die Richtung Süden. Ja, wenn er mich... Oder war der mich los? So. Alter, lieber Anubis, Dankeschön. Das ist insane. Vielen herzlichen Dank. Oliver Bocorni, mein letztes Geld, das ich habe. Also hab Spaß. Hey, du wirst doch wohl jetzt nicht hier deinen letzten 2 Euro hier mir spenden. Mein bester, bitte. Behalte das. Nur spenden ist absolut freiwillig. Und nur wenn ihr wirklich das Geld überhaupt könnt. Das sind zwei Einheiten, das heißt, wenn ihr euch nicht reicht. Die 2 Davids in 10 Davids kommt. Scheint da, was du sollst. Ähm, hast du schon wegen dem Einsatzgebiet nachgefahren? Ich hab gar keinen Bock. Ich hab jetzt keine Dingens gesehen im Bierkett. Ich schau mal, Sekunde. Wollt ihr ess oder wollt ihr mich? Wollt ihr ess? Ich bin im letzten Dispatch. Schö, schö, die kommt da da draus, Schö. Ich hab jetzt nicht hier. Pack dich aus der Einfahrt weg. Nö. Jetzt wird er gleich wieder zusammen. Jetzt wird er gleich wieder. Jetzt wird er gleich wieder. Aber gut aus dem Fahrzeug raussteigen. DD69TT. An den Rookie, ich kann nicht mehr nehmen, ich bin aufgeregt. Ja, ich komm jetzt. Boah. 10 Davids, 20. David, komm. 10 Davids, 20. Ich hab keine Leitstelle oben eingetragen, deswegen bin ich jetzt in die Stadt reingegangen. Es gibt keine Leitstelle, es geht darum, bei Team 6 nachzufragen, welchen Streitengebiet man übernehmen soll. So. Okay, ja, dann... So, er gönnt sich immer... Ich kenne das nur so, wenn Operation eingetellt ist. Er gönnt sich immer oben im Bürger ganz gemütlich, oder? Voll, oder? So, bitte, Offroad-Fahrzeuge in die Stadt. 10 vor. Fuck, mir geht die Bürger aus. Musste das sein. Ja, das musste sein. Fuck, mir geht die Bürger aus. Ich fahr da absolut gar nicht an, ich hab dir nichts getan. Kann ich nicht, dass du das so verfahren und stets. Ja, stehst du einfach hierhin, hallo? Ich kann nicht mehr fahren. 10 AD6, meine Postlezahl 4013 mit einem weißen Speicher von der Speicher. Lass mich doch. Ich darf das. Ja. Ich fahre sich aber nicht an, dass du jetzt hier einfach mitten reinstehst und mir irgendeine Chance gibst. Naja, komm, dann lass ich dich jetzt weiter. Oha. Was? Kann man doch machen. Führungszeugnisse dürfen nur an die Personen, die, bzw. an die Personen, wovon es angefordert wurde, gegeben werden. Also an einen persönlichen, nicht an irgendwelche Firmenbesitzer, die, wo es sich beworben wird. Positiv. Kurzfunkstelle, informativ an die Einheiten, die gerade hier mit an Gebrauchtwagen hinterm Beschluss am Bennis sind. Die Frau Braun wird jetzt flüchten. Es wird eine normale Verfolgungsergebung. Ich greife jetzt einmal nicht ein, aber ich sage dir im Nachhinein, dass das in Ordnung ist. Du kannst doch die Einfahrt blockieren. Darf mal. Du kannst jemanden zustellen taktisch. Weil das ist kein Propblocking. Aber in dem Fall haben wir jetzt eine geile Verfolgung gesagt. Mit dem Fahrzeug ist kein Propblocking. Weil sie hätte das Fahrzeug ja wegschieben können. Wenn ich jetzt eine Barriere hinstelle, ist das aber ganz anders. Das sage ich aber noch. Abgewogen, fährt auf Richtung Easterway. Fährt jetzt auf den Easterway auf. Auf den Easterway jetzt Richtung Stadt auswärts. Wir haben 10 Likes geschafft. Ihr seid die allerbesten, Jet. Ihr seid die allerbesten. Wir haben die Nagelbänderhöhe Silos link in Grape Street. Könnten es mal versuchen. Vielleicht fährt es da durch, ja. RIP. Dann gilt für euch bitte jetzt der Bahn und Schreifen. So, 10 V. 10 V. Abfahrt Sandy jetzt vorbei. Fährt weiter Richtung Grape Street. Ja, also positiv. Nagelbänder liegen. Darren fährt... Bannenstreifen. Darren fährt an Markt. Bannenstreifen ist frei. 10 V. Ich sage, es ist ja nicht mein Problem, dass die Leute an Markt fahren. K.I. ist ebenfalls gestoppt. Ich habe nur den Joke gemacht beim PDI. Weil ich habe letztens Anschiss gekriegt. Es ist abgedreht. Richtung Grape Street. U-Turn. Zieht Richtung Stadt Einwärtsjäder. Hm. Ich sage, ich habe ja gar kein Problem mit Markt oder an Markt. Ich sage, es wird verfolgt. Da hört er sich so anders an. Da redet der Tor. Flüchtig, jetzt in welche Richtung? Flüchtig wieder Richtung Stadt Einwärtsjäder. Der Hude hört sich irgendwie so anders an. West oder East Highway? East. 57 liegt nah, ich bin der Stadt Einwärtsjäder. Abgefahren, East, East. Fahr, Mädel, fahr! Er hat jetzt grobe Richtung Richtung Südenstadt Einwärts auf dem East. Aber mit einem Auto eine Ausfahrt zustellen ist kein Blockblocking. Weil dann dürfte man jemanden zum Beispiel in der Verfolgungsjagd auch nicht einkesseln. Kannst ein Auto, kannst du wegschieben. Solange es halt nicht überhand nimmt, aber sowas wie Barrieren oder so. Oder ein Auto jetzt irgendwo hinstellen, taktisch, so für eine Einfahrt oder so. Also außer schnell kann sie mit dem Auto scheinbar gar nichts. Linken 58 und Rookie 4 bin, Adam 58 und bin 10-8. Alter Schwede. Schwer vor Unfall, schwer vor Unfall. Ach du Scheiße, Junge. Geht ein Blackout. Fahrzeug ist auf Führung gekommen. Geht ein Blackout. Letzten 10-20. Also ich finde es super. Linklechter. Also ich finde es super. Ich hole es auf die. FD kann den Dienst zu einem eröffnen. Also ich finde es super. Dann vor allem, er wird verständlich. Persona, starke Schmerzen. Also ich finde es super. Mega-Tilz ist halt eigentlich genutzt. Es sind vier Einheiten vor, in denen sie sich haben. Ja, dann reicht es. Ja. Dann krieg ich hier die Anfahrt ab. So, gut. Dann ist das jetzt so geändert. Wobei ich fast noch warten würde, bis das AMR eintrifft, dass wir sie jetzt irgendwie weiterverletzen. Ja, warten wir. Wir sind schon frontal hier gegen das Ding der Gegenstelle. Ja, dann. Man muss halt, ich finde halt, man muss unterscheiden. Wenn jetzt ein Überfall ist oder so. Zum Beispiel beim Juve. Und du stellst dort alles zu mit Fahrzeugen. Und du kommst nicht mehr raus. Wobei, da wird ja immer gefordert, freier Abzug. So, das ist was anderes. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Zugriff hast oder irgendwas. Und du bist da jetzt taktisch einfach klüger und kesselst die Person ein. Das ist kein Prop-Plocking in dem Fall. Meiner Meinung nach. Kann man jetzt drüber diskutieren, aber meiner Meinung nach. Weil da muss sich jemandem nicht die Chance geben zu flüchten. Wenn er, wenn man ihn quasi aufspürt. Das ist wie wenn du, keine Ahnung, jetzt dich da irgendwo, da, du, du hast jetzt ein Versteck. Du haust ab, hast ein Versteck und stellst dich jetzt, keine Ahnung, da rein. Da und verschanzt dich da und jemand sieht dich da beim Vorbeifahren. Und tut jetzt einfach taktisch da. Stell dir das hin, dass du da nicht mehr rauskommst. Kein Prop-Blocking. Anders ist halt, wenn du beim Überfall zum Beispiel jetzt schon für den Vorhinein alles halt blockierst. Was hat ein Fell, lebt im Wald und schreit immer Kugel, 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 ein Kugelschrei-Bär? Ich finde, der Biker-Ber sind mehrere Personen mit Langwaffen am Rücken. Mach mal. Was ist dir eigentlich bei deinem Joke eingefallen? Ich kann jetzt nicht sagen, ob da eine M4 oder so dabei war. Der war echt scheiße. Wieder schönes Wortspiel, oder? Geh mir aus die Augen, bitte. Das ist nah. Okay, komm. Das ist nah. Ich hab noch mehr. Bitte nicht. Bitte. Okay, okay. So. Fröhlich, treffen sich zwei Wellen in der Nordsee. Sagt die eine, ich glaube, ich muss gleich brechen. Hat das jetzt was mit dem Restaurant-Nordsee zu tun? Oder wirklich mit dem Nordsee? Oder mit dem Wellenbrech? Das muss reichen. Auf den Lambo draufhauen? Ehe wurscht. Ah. Adam58 mit der Information. Wir haben gerade den Herrn Darren Archer hier angehalten. Der steht auf der Fahndung wegen etwas. Ich bräuchte mal eine Einheit beim folgenden 1020. 57 Spawning, 700 Meter. Was ist das gerade die Selin, oder was? Nein. Scheiße, Alter. Darren Archer. Das ist einer von dieser Grove Street Gang. 14 David, 14 David. Die Kommandärin, höchste Verunterstützung. Hammer bitte mit den, ähm, ähm, Fahndungsgrafen anfangen. 10-4. Fuck you, Weasel. Da ist er schon mal nicht. Wer war das im Funk? Das könnte sein. Der Grove Street. Äh. Iron 45, äh, wir fahren 10-15, 10-76 Mission Road mit Fahndungslöffer. Oh, da ist er. Bingo. Dann bleiben wir noch einmal kurz hier. Keine Angst, ich werde, äh, keine Probleme machen, oder? Ich wollte nur so einen Mechaniker rüberfahren. Fröhlich, danke nochmal für einen Euro. Gibt es ein Homeland House? Nö. Gibt keine Zentrale. Wir, wir, unsere Zentrale ist auf dem Dächern. Ja, okay, what the fuck? So, Herr Archer, leider muss ich Sie, äh, leider festhalten. Warum? Sie stehen auf der Verhandlung. Weswegen? Ah, wegen einer vermutlichen Schießerei. Oh? Deswegen einmal bitte umdrehen. Oh, okay. Deine Vorsicht, Matsch. Okay. Kann sicher alles geklärt werden im PD. Der Arme. Kajon, danke fürs VIP werden. Dann haben wir Florian Zimmerbaum. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. Ja, so ist er. So ist er und so fröhlich. Immer fröhlich und gerade fröhlich am Witze ballern hier. Oh Gott, warte mal, was kommt denn jetzt? Dankeschön. Äh, so, im Gurkenglas eine Gurke zur anderen. Hey, jetzt lass mich auch mal ans Fenster. Fröhlich. Habst du schon Mechaniker guckt? Was? Was haben die Jungs mit dir gemacht, fröhlich? Was haben die Jungs mit dir gemacht? Das ist doch wirklich... Das erinnert mich gerade. Ich will ans Fenster. Kennst du das noch von Star Wars? Oder Starship Surprise? Oder wie das heißt? Oder Raumschiff Surprise? Bulli Herbig. Ich will ans Fenster. Ich muss mir nur vorstellen, dass eine Gurke redet. Das erinnert mich an Andl die Gurke. Wer kennt noch den Joke Andl die Gurke? Kennst du den noch? Warte mal, vielleicht gibt es da auf Google sogar ein Bild. Das hat damals Kurt in so einem Stream... In so einem Stream gesagt. Das gibt wirklich... Andl die Gurke spielt Tower Unite. Da gibt es sogar einen Stream. Ich hab's verknallt. Okay, das war so eine Gurke mit so einem Gesicht drauf. So ein Stofftier. Und da hat Kurt gemeint, das ist Andl die Gurke. Irgendwie hat Fröhlich und Scotty haben den gleichen Joke gedroppt. Rip an die beiden. Da hat die Absprache natürlich sensationell funktioniert. Danke an beide für einen Euro. Keine LKW. King for 10-10. 10-10. Schönes Tanzen. Schönes Tanzen. Das... Ja... Musst du auch mal ein bisschen Spaß hätte dafür. Sicher, sicher, sicher. Oh Gott. Das... Moin. Ähm... Ähm... Komm mir lieber zur Warte rum. Hey, ich will auch! Halt! Den Afro... Den Afro fühl ich halt mag es immer. Du kannst auch mal hier an der Seite noch ein bisschen polieren. Okay. Ja, denn... Oh... Gottes Willen, wie sieht man... Was ist denn... Also... Was ist denn... Ja, man... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Und... Ich bin... Hu... Ich bin... Und... Hu... Was ist denn... Was ist denn da passiert? Na ja, können Sie einmal hier auch Fahrzeug aufschliessen? Natürlich. Was ist denn das? Was ist denn... Wartet mal, wartet mal, Jet. Wartet mal. Wartet mal, Jet. Ich muss da mal ganz kurz, ich muss da mal ganz kurz was klären für mich. Wait a minute. Wartet mal. Wait, 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 wait. Was ist denn da? Jet? Musik Ich glaube, mehr brauche ich dazu eigentlich nicht mehr sagen, oder? Ich glaube, damit haben wir das Thema jetzt auch geklärt. Also schlimmer geht immer, aber das ist schon die Härte. Was ist denn das? Ja, dann fahre ich, komm gleich her. Ich hätte, warte mal, ich hätte einen perfekten Ort, warte mal, wo er zum Tarnen und da würde er nicht auffallen. Warte mal, ich suche jetzt, schau mal hier. Da oder so. Ne, warte mal, am Hauptplatz gibt es glaube ich die ganzen Müll-Sackerl dort, oder? Da könnte man sich eigentlich, jetzt weiß ich den Plan. Die Frontentension ist explodiert, bitte. Wait, 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 wait. Jetzt sind nicht irgendwo immer die Müll. Bitte, da, Chat, Chat, das ist das Ziel. Jetzt weiß ich's. Das ist das Ziel. Da wieder sich verstecken, deswegen auch undercover. Jetzt verstehe ich's. Warum, weißt du, ich mach mich da noch... Warum sagt er das nicht gleich einfach? Warum? Jetzt ist es wenigstens obvious, ne? Weil wenn da jetzt zum Beispiel die Bank ausgraubt, ist es eher an erster Stelle hier. Okay, ich bin natürlich informativ. Ich könnte jetzt bei den Brickern keine Person machen, Langwaffenakteur zu stellen. Na? Also, es ist eigentlich wirklich die perfekte Tarnung. Warte mal, hier von der Seite so. Schaut aus wie ein Zwiebel. Das ist, und schauen, ob es jetzt gibt. Da geht hin vor. Pff. G4, nicht kurz, T10. G4, 26, 26 von der Mechaniker. Oh, ey, no. Ja, aber da könntest du... Schau, du könntest... Du würdest sogar... Schau mal, direkt bei der Bank hier. Schau, du würdest dich nicht einmal auffallen. Du könntest dich da hinsetzen. Gibt überall hinter Stand. Hahahaha. 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 Das ist... Hahahaha. 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 Schaut aber auch nicht gesund aus, gell. Hahahaha. 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 Es wird einfach immer schlechter. Gehen wir aus County. das ist jetzt wirklich kurti der zwiebel oder mediterrane nudelpfanne edin dage 5 euro welche sprache wird in der sauna gesprochen schweizerdeutsch kurze frage bleiben stehen welche sprache wird in der sauna gesprochen schweizerdeutsch richtig danke 100 punkte es ist immer so geil wenn man das an schweizer fragen kann dario da ja dicker er weist ja du weißt wie das ist er ist nicht da fröhlich noch mal mit einem euro also das herr doktor meine spirale ist im arsch arzt da gehört die aber auch nicht hin alle die noch nicht die aufklärung genossen haben eine spirale ist ein verhütungsmittel was sich eine frau einsetzen lassen kann vaginal und ja der joke dabei ist dass sie sagt sie ist im arsch das heißt die spirale ist kaputt aber der arzt glaubt sie ist wirklich im arsch oder gehört sie ja nicht hin für alle die es nicht verstanden haben die vielleicht noch zu jung dafür sind ihr lernt könnt ihr das nächste mal könnt ihr dann im biologieunterricht damit flexen falls das thema aufkommt habt ihr das gelernt beim antwort raffin wunderschönen abend allen auf dem geilen stream bisher coole unterhaltung wie immer andere und jedes mal jeden stream raffi am start mit 30 euro das ist ein herzregen wert und gleichzeitig ein sieger weil wir haben zehn likes geknackt ich zeige jetzt mal homeland präsenz das ist so warte mal aber ich kann jetzt rein theoretisch geht es mal auf den discord ob es irgendein ticket gibt was noch zu bearbeiten ist da lässt es mich mal kurz guxen das eine ticket habe ich jetzt gerade vorher nämlich erledigt das muss ich nämlich nur noch schließen das war das mit dem apache johnny na sache mal wo ist denn das das ticket war nämlich das war das mit dem haus oder oder ist das jetzt schon geschlossen worden wenn das jetzt schon geschlossen worden ist dann habe ich jetzt ein paar minuten meines lebens vergeudet ich glaube es ist geschlossen worden ich glaube es ist wirklich es ist einfach geschlossen worden das ist so ungewohnt ich streame schon seit eineinhalb stunden und das ist erst halb neun dreiviertel neun halb neun wegen neunzehn und halb sieben achtzehn uhr und vierzig grüß gestern alle beteiligt bei uns fluchtrichtung angemeldet auf las lang nicht polito tankstelle weiterhin flüchtig das ist ein biker das fahrzeug habe ich gerade bei der biker bar gesicht gehabt das ist also vor kurzem ist jetzt ist jetzt ist jetzt beim verkaufspunkt fährt jetzt weiter richtung ähm polito tankstelle liegt links am east highway richtung richtung grape street an oha einfach mal auf die r1 ballern ich frage mich was das kann aufwärts beziehungsweise richtung stadt oder richtung polito negativ die sind da auf die bahnschienen negativ fahren jetzt wieder start ein richtung polito ran fahren jetzt er gönnt sich er gönnt sich richtig komm rap da ich frage mich ich frage mich ich frage mich ich frage mich fröhlich was versteht man unter einer Turbine nichts ist viel zu laut alter jungs die jokes werden immer schlechter oh man die jokes werden einfach immer schlechter wie könnte sie mir das nur antun die äh ja fliegt weiter in offroad richtung manchilert hoch kopf 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 Gut, mit dem S63. Herr One, hast du noch Sichtkontakt? Ja, positiv, fahre an die Bahn, also weiterhin jetzt beim alten Diele statt auswärts. Dann haben wir eh kein Offroading, gell? Wie ist den alten Diele passiert? Was schwimmt auf dem See und fängt mit Z an? Zwei Enden. Ich bin so ungefähr 200 Meter hinter dem Fahrzeug. Ja, das ist schmutz, Digga. Jetzt am Easter, wie beim Tunnel. Baba. Der Scheiß Scheinwerfer schon wieder blendet, oder? Da könnte ich schon wieder nicht fahren. Auf den Schiff. Danke für den Euro, lieber Florian. Red the Trap, danke für 10 Euro. Liebe geht raus, vermisse den Server und seine Einwohner. Aber die Streams tun gut. Fahne weiter in Richtung Start einwärts. Mindestens das Video übermitteln. Komm und sowas von den Knasten. Die sind so am Arsch. Nochmal betagt, Valentin Twins. Wir sind jetzt gleich für Silos. Laut den Daddys jetzt auch auf den Schienern. Twins here today wird auf Nachhilfeil rechts. Wir sind jetzt beim Tomatenfeld zum Easter Way. Stand einwärts. Fährt rechts und die rammen sich gegenseitig. Haha. Ach du Scheiße. Die chillen da drin. Ja, ich habe damit gar nichts zu tun. Edin, sag mal, wieso bin ich ein spezieller Fahrer? Wir sind weiterhin auf der Richtung Route 68 bei Sandy. Wir fahren rechts bei Sandy rein. In welchem Kontext meinst du das? Wir fahren jetzt wieder in die andere Richtung. Also Richtung Tankstelle bzw. Easterway. Bleibt an der Tankstelle stehen. Eine Person ausgestiegen auf dem Motorrad. 120, 120. Fahrzeug flüchtet weiter Richtung Parkplatz hin oben. Er legt mir die Hände hoch. Hände hoch, Dali. Geben Sie die Hände hoch, habe ich gesagt. Auf den Boden. Da hat es jemand. Er wird mit welchem Fahrzeug. Eine Person festgesetzt. Ein W-Sharp-Ramp. Täter steigen aus. Achtung, Täter steigt hinter euch aus. Steigt um auf dem Motorrad. 120. Hinter, 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 da. Fahr jetzt hinter. Der Arme. Das ist Motorrad nicht aufgehangen. Du, KTM. Äh, KTM. Oh, der ist schnell. Haben wir gerade Einheiten im Dienst, die einen Enduro besetzen können? Enduro? Ich bin zu langsam. Hattest du in den letzten Stream gesagt, als du Ryan und mich verfolgt hast? Okay, da möchte ich zwei Leute einmal eine Enduro besetzen. Aber viel. Aber was ist damit... Also, ich meine damit ganz sicher, dass ihr gut fahrt. Ich bin jetzt für SG Fahrtrichtung, äh, Westen. Was sagt dir niemand? Was sagt ihr da noch bei dem Festgesetzten? Das habe ich aber schon immer gesagt, dass ihr beide gute Fahrer seid. Also, ich habe sicher das damit gemeint. Also, ich habe nicht erworben können Sichtkontakt machen. Hat irgendeine Einheit noch Sichtkontakt zu, ähm, KTM? Was hat die Person an? Was hat die Person an? Schwarz. Schwarze Kleidung, ähm, so eine, ähm, ja, so eine Tuchmaske. Ja, bei mir, bei mir, äh, Sandy Park, das wäre eine Person. Hat noch irgendjemand Sichtkontakt zu der KTM? Die arme Person, die arme Person auf dem Sandy Park platziert. Also, ich finde das super. Eine Detektive-Einheit, die den, ähm, bei Raptor, ähm, den Aspen nehmen kann. Es heißt übrigens nicht mehr Deep. Es heißt jetzt Fachkraft für spontane Eigentumsübertragung. Wiederholen. Wir brauchen einmal eine Detektive-Einheit bei dem Raptor, um den Aspen zu entnehmen. Joe David, ist das der? Die Katja haben hinter uns? Ähm, King-Forward, lass uns übernehmen. Ja, okay, ich bin in die Position. Sandy Park, das habe ich jetzt eine KTM angehalten, gerade ohne Kennzeichen. Schwarz gegleitet, schwarzer Motorradhelm. Ich habe mir so weit. Bei Grenzübergang, Sandy. Ich fährt gerade Richtung Sandy. Die ganze Position ist, die, ist der Raptor. Ja, wir stehen. RIP an den Eigenten jetzt. Der KTM ist vor mir flüssig, ich habe den KTM gerade, Sandy Schoß, Richtung Beigerdorf. Grenze, Richtung Westen, fährt auch vor, jetzt, äh. 10-20. Joe. Also, Grenze. Ich habe hier fort. Nee, Edin uns gerade nicht. Das ist, äh, KC. Wo ist denn dein aktueller 10-20? Sandy Schoß, BD. Wie, der ist schon weg? Wenn ich komme daher, soll ich auf der Air-Warn-Umset, äh, mit reinkommen? Ey, wir sind jetzt gute Fahrer. Speziell heißt halt, speziell ist immer... M-Fahr. Äh, King-Forward, habt ihr in Asen? Was Eigenes. Frage, bekomme ich Unterstützung bei der Verfolgung? Was heißt, ihr habt einen eigenen Fahrstil. So, vor allem, das sind in engen Gassen, halt, in der Stadt und so mit dem P1. Ich bin, 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 aber eins muss ich sagen, ihr seid geile Gegner. Okay, sonst hätte ich euch meinen ausgepackt. Für die Biker. Das sind jetzt einmal wirklich Biker. 10-20 von der Verfolgung. Gucken Sie sich das an, die Biker fahren mal mit die Bikes. 10-20, der Ruffahrer. Ja, ich fühle ich. Hans Hack. Kollege, zieh vorbei. Boah, ich habe gedacht, er haut jetzt aufs Maul. 10-4. So, jetzt sehen wir die Ruffahrer Richtung, jetzt sehen wir die Rufkrenzübergang. Negativ verletzt Richtung Wutig-Ziehend aufgrund. Jet, wir sind einmal, wir müssen einmal wieder Stimmung machen. Oha. Und jetzt ist Wutig-Ziehend angekommen. 17. Wir müssen jetzt mal wieder ein Zicke-Zocke, Zicke-Zocke. Das schenkt es mir jetzt, Jet. Das wünsche ich mir gerade. Wir sind bei, danke. Kein Sichtkontakt. Doch, es ist wieder Sichtkontakt in der Baustelle. Leicht für Unfall beim Motorrad. Du müsst jetzt eine 1-7 Straße ankommen. R1 für 14 David. R1 ist nicht mehr besetzt. Achso, das ist ein Korb gewesen. R1 für 14 David. Fertig. Haben die Personen sie getroffen? Nee, griff die R1, den nur getroffen. Check. Du weißt, was zu tun ist. Auf, Andrea. Grüße, gehen raus. Du bist schon ein Schwein. Negativ wie oben gesehen bei diesem Aufnahmestudio. Sichtkontakt verloren. Müsste querfeld eingefahren sein in nördliche Richtung. Also wieder Sendi rein. Biker nehmen die gerade schön hops. Der arme Fludi da, wo sein Moped nicht gegangen ist. Wo bleiben die Enduros? Nein, ich bin jetzt. Ich bin voll gefreut. Ich bin voll herumgeschrien. Ich bin über 12. Gut. Haben Sie schon auf der Enduro? Nee. Das ist gar kein Witz. Das ist ein Fakt. Das sollte so jetzt eingetragen werden. Die Andrea, ob da. Die Arme. Ich bin weitergefahren. Da ist niemand gewesen. Oh mein Gott. Heißt bitte über den M's und schaut. Einfach. Also ich finde es super. Die Arme am WC. Die Arme, Andrea. Am WC nicht. Da hat jeder Privatsphäre. Der hat jetzt die Nummer 21, oder? Nee. Der hat 36. Jetzt hat er 36, aber der hatte vorher die 21. Das heißt, er müsste ja theoretisch die 21... 36er. Die wurden entfernt. Die 21. Die Farbe sieht auch geil aus. Bin ich bis zu David Schneck und Blau-Grün. Das ist von Marze. Ja, okay. Geil. Die Farbe. Das erinnert mich so ein bisschen so an Matchbox-Auto. So von den Farben her, weil es schaut geil aus. Der Agera ist einer der wenigen Autos, die diese Farb-Commu rocken kann. Schon geil. Also hat keiner Sichtkontakt mal richtig? Das war positiv. Schon feiere ich die Farbe. Wir fahren da noch überall am County herum, aber... Sie sind ja weggefahren, ja. Am Hauptplatz ist gerade sauviel los. Lass mich da mal hin-meddeln. Wir sind zu fragen, aber nochmal nach, ob es so passt. Mit verbrecherischen Fluchten. Wirklich ein paar Leute. Yes, yes. Der Franz! Hallo. 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 Ja, ich habe mir gedacht, erst du sachter mit Polino halt. Und dann jetzt auf dem Meer und wenn der Arm gehabt kaputt geht, dass ich dann erstmal bis zur Flärung auslässt, das AMS komplett austrete. Negativ war nicht der Fahrer. Tja, das war eigentlich nur der Kuh. Der hat auch geschossen. Der hat 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 geschossen. Also versuchte Mord. Korzi, Tage, schönen Abend. Ihr wünscht dir auch immer bester. Kommt eine Schwangere zum Metzger. Ich bekomme drei Kilo Hack. Metzger, also Sachen gibt's. Oh Gott. Ich bin schlafen gegangen und jetzt woanders aufgewacht. No Panda. Hi. Hallo. Ich bin eigentlich dann hier bei der Mine gewesen und dann musste ich mit meinem Hund kurz raus und jetzt bin ich hier aufgewacht. Okay, dann bringe ich dich wieder zur Mine. Okay, perfekt. Bei brauchte. X-Ray 5, Kurt, 10-10. So. Hast du dich verletzt? Hast du dich verletzt? Nein, nein, alles gut. Danke schön. Okay. Warte mal, äh... Ist das noch dein Auto? Ja, ja, das ist meins. Okay, perfekt. Alles klar. Jo. Ciao. Ciao. Was ist mit Cisco? Ich weiß nicht, was mit dem ist. David, kurz 10-10. Anipity. Ich kenn den nicht. Wir mussten Kurt fragen, was mit dem ist. Ich hab mit dem noch nie geredet. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß noch, ich weiß noch, dass er mal eine Aufnahme hier bei uns auf dem Server gemacht hat. Aber mehr weiß ich nicht. Das war alles cool. Kann zu ihm nichts sagen. Werde ich auch nicht. zu... Lord Crusader mit zwei oder was? Der Automobil. Clubbiker. Fahren Bike. Ja. Bin grad gefahren. Das ist halt... Guck mal hier, Chat. Das ist meine heilige Höhle. Wer sie kennt, gell. Das ist meine heilige Höhle. Das Haus, by the way, mit Flachdach. Manu kommt. Achso, das haben wir schon gelesen. Der ist böse. Du kriegst drei Kilo Hack zur Welt. Das wäre ich als Baby. Einfach Hackfleisch. Geil. Weil es einfach gut schmeckt. Mit... Habe ein Ohrwurm von Armee der Dresden. Ja, das ist scheiß Ohrwurm, das Lied he. Komm mit. Ich habe grad ganz schlimme Gedanken. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dau dun dun dun. Reib ich ein. Mit... ...im... ...leicht... Beides. Habe ich mir das gerade einbildet oder ist da gerade irgendwie was, hat es da was gesehßen? Wulsch. Da war wohl... Sehr was. Hört einer an Civic. Das blöde ist da auf dem Server kann ich nicht mit die Handlings... Etro-Turf kommt sich in den letzten Dispatch. Christiana. Hallo. Christi, bitte. Ich habe das Fahrzeug reparieren wollen. Ja. Das Problem ist durch die Blaulichter da drin, guckt sie das reparieren nicht, weil der jetzt mein Blaulicht repariert hat und nicht mein Fahrzeug. Ganz gutes Feuer abbrechen. Ich bin gerade in der G-Klasse 6x6. Von der Biker-Bar kommt jetzt in die Airfield. Also das ist schon ein krasser Bug. Ich wollte erst einen Report, damit du nicht gescheit bist hier. Er fährt die ganze Zeit schon hin und her ab. Schau mal jetzt. Muss ich mal gucken. Der ist vorne immer noch ein bisschen kaputt so. So ein bisschen weiß nicht. Bei mir ist er nämlich nicht kaputt. Bei mir ist er jetzt perfekt. Vorne rechts ist er bei mir eingedellt irgendwie. Dann hilft im Zweifelsfall einparken. Ja, aber das ist noch so viel Blaulicht da drin. Muss man die leider neu einbauen. Ja, das ist aber doch blöd dann irgendwie. Also in dem Fall hilft es halt wirklich einparken und dann ist es auch wieder reparabel und neu einbauen. Das ist ja voll der Mooch-Server hier. Ja. Nichts funktioniert. Also da müssen wir ein Ticket aufmachen. Nein, das ist voll Mooch-Relig. Ich werde diesen Server verlassen aufgrund dieses Bugs. Weil jetzt habe ich so viel für so einen Werkzeugkasten bezahlt und jetzt wird mir nicht geholfen. Danke. Okay. Ich kann Ihnen den Werkzeugkopf aber auch ersetzen, gell? Nein, das ist ja wirklich ein Mooch-Server. Oh, okay. Ja, okay. Es riecht nach Mooch. Okay. Ja. So wie ich gehört habe, was dann in die Airfield, oder? 22 David fährt mal da runter. Mir ist eine Lösung eingefallen. Mir ist eine Lösung eingefallen. Ich habe jetzt schon selber mit meinem eigenen Mod-Menü. Ich cheat hier auf dem Server, weil ich eh auch scheiße finde. Na, Sie müssen den Robert fragen, ob er sich die Reparatur bezahlt. Nein, ich habe schon selber reparatiert. Kennen Sie den Robert? Na, kennen Sie den Robert? Na, ich cheat hier. Na, der Robert, der macht das. Na ja, never mind, dann sorry. Danke, Robert! Es ist schon wieder unglaublich, Robert. Robert! Negativ, das müsste Edward Fölf gewesen sein. Ja, 10-4, weil ich habe nicht nur einen Schwingen gesehen. Gute Idee eigentlich. Nicht, dass der Phone falsch ist. Mooch. Dann einmal abchecken, wenn du es gesehen hast, Mooch. Ja, 10-4 ist schon auf dem Weg. Also noch eine Kennzeichnungsfrage. Kleine Lehr G. Zuglasten, versichert auf Lukas. Freuch. Nicht auf der Fahndung. Edward 12, Informativ. Ah, eine Person betritt, die setzt gleich die Area 51. Hat mich gerade angerufen. Hat wohl eine Explosion dort. Fast gerade ein Unfall war. Ah, das ist der Cop da hinten. Der wir mit dem Moped hinterher hat. Ein Kennzeichenüberprüfung getan. Monster mit Doppel-O. Servus, Topschins. Sag mal, warum steht ein Pilz im Wald? Ein Pilz oder ein Pilz? 22 David fährt mal über seine Airfield. Das war Absicht, ich weiß. Der Kollege, der die Kanzelchenabfrage durchgeben hat, hat er wundervolle Reifung gefragt? Der Robert war auch Absicht. Der Untergrundbeleuchtung hat aber angehabt. Ich guck mal, ob ich ihn noch mal sehe. Ich weiß, dass der Kurt fähig ist, den Bug selber zu beheben. Er wurde heute bereit. Da hilft nur einparken, Powernap, meine Insta-Nachricht lesen und dann ist er wieder ganz. Hallo. Wir haben nur gesehen, ich höre es ab. Er hatte gerade gesagt, er ist schon ausgestiegen. Ja, ich habe es vergessen, sorry. Ja. Im Pfad, egal wie, was, wo, wenn du auf dem Dach liegst, dann musst du drin bleiben, gell? Ja. Das sind die Regeln. Ten-One, du hast ziemlich viele Kekse im Mund. Sorry. Darf ich dir mal eine ernste Frage stellen? Ja. Wie geil ist diese Brille denn, die du anhast? Das ist die Teufelsbrille. Rammstein-Teufel oder was? Ja, richtig. Was, what else? Herr Kollege, nochmal. Ich lasse es jetzt einmal bei einer mündlichen Verwarnung, gell? Ja, ich bin erst seit dem Dings letztes drauf, deswegen, also ich habe das alles noch nicht so ganz drauf. Wie gesagt, ich lasse es jetzt einmal bei einer mündlichen Verwarnung. Aber merken werden wir es trotzdem, gell? Weil... Ja. Ja. Gleiches Recht für alle. Und... Ja, natürlich. Ja. Dann spielt eure RP weiter. Dann leg dich jetzt bitte neben das Auto hin und dann... Ja, ja, ja. Mach ich. Okay? Okay. Passt. Tschüss, schönen Tag noch. Jo, ciao. Ciao. 11 David, back 10-8. Danger. X-ray 11, back 10-8. 10-4. Ich bin gerade in einer G-Klasse hinterher gefahren, weil die zu schnell war. Jetzt verfolgt mich nen Ram... Danger. Ich muss kurz schauen, wer das ist. Oh. Danger. Heißt... Okay, heißt auch so auf dem Discord. Ich hab mir nur kurz ne Notiz gemacht. So. Perfekt. Ja, die stehen alle bei ihrem Kollegen. Schick nochmal an 10-20. Jetzt sind wir runtergefahren zur Straße. Macht das normale Verkehrsanhaltung mit. Ja, fahr trotzdem mal an, bitte. 20-2. Warum steht ein... Das Motorrad könntet ihr ebenfalls mal anhalten, weil das ist mir mit 200 auf der 1-7-Straße... Warum steht ein Pils im Wald? Weil die Tannen zapfen. Ja, das Motorrad flüchtet jetzt Richtung Sandy. Er flüchtet wieder. Das ist wahrscheinlich... Okay, wir brauchen bitte mal... 2-3. Ein Motorrad ist noch flüchtig. Ist eine Tube, glaube ich. Schwarze Kleider, schwarz Motorrad. Das ist der da, ja. Schwarze Maschine. 207, 1-7-Straße. Altenbald. Eklub rein. Motorrad, ich bin 200 Meter bei dir. Ja, Tempfahr. Wo ist der Kollege, den... Red the Trap, dankeschön. ...den die hinterher gefahren sind? In dem... Ähm... 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 Ja, Tempfahr. Dann einmal bitte... Ähm... ...n... 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 Vermutlich bin ich hinterher gefahren, weil ich dem... Vermutlich bin ich hinterher gefahren, weil ich der 6x6 hinterher gefahren bin, weil die nicht so schnell war. Ich bin Biker, deswegen aktiv ist ein bisschen wie in die Füße rein. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Item 45, 1086, bei Postleister 3208, bei einem grünen Audi mit dem Kennzeichen Don't Look. Don't Look. Sorry, not sorry. Darf ich nicht schauen. Sheephorn für Tendel, willkommen. Sollen wir mental akute Gefährdung ausrufen? Wegen Schutzablauf. Okay, einmal so mit an alle Officer. Wir erhöhen die Gefährdungsstufe auf. Ähm... Wäre es erlaubt, einen Kocher an einen Cargobob zu hängen und während des Fluges zu kochen? Ich glaube, das funktioniert nicht. 10-4. Das wäre eine geile Idee, das müsste man mal probieren. Ähm... Aber das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Die kommt dann gleich direkt in die Akte. Ah, 10-4. 1-4. 1-4. 4-4. 1-4. 3-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 1-4. 626 ist gut vor, alles gut. Wisst ihr was, Chat, mich reizt das jetzt zum Testen. Warte, ich hole mal ein Malz. Okay, vorderer Fahrzeug kann ich, also 22 von der Schräge nur einsehen, natürlich, den Fahrer. Sag mal. Na? Hast du Zutaten fürs Kochen? Ähm, gerade einstecken? Nö. Besorg dir mal bitte welche, weil ich würd gern was testen. Äh, krankenhause ist so dran. Gut, mach mal. Geht los. Ich hab sie hier schon einfach informiert. Ich sag dir Bescheid. Tatsch. Das interessiert mich jetzt. King 4, da fährt gerade in X7 Richtung Pillbox Hospital, ziemlich schnell mit überhöhter Geschwindigkeit, hält nicht an, fährt Offroad über Hügel. Informativ, äh, bei dem 6x6, jetzt hat er schon grad durch, was alle für Fahrzeuge vor Ort sind. Ah, der Hand hat bitte zu, der King, der Hand hat dazu, an der Ufer der Hand. Kennzeichen, 107, 010. Nö, nö. Fährt weiter Offroad, wieder runter vom Hügel. 1020. Hälst auf die Autobahn auf, äh, East Highway. Da ist doch niemand. Kommt dazu. Da ist doch niemand. Angemelde ist unversichert auf Olli Klave. Da, Olli. Da kann sich Kontakt mehr. So, hat er. Okay, warte mal, Militärflughafen. Jo. Was für ein Fahrzeug war das? BMW X7. Einer war in komplett schwarz, der andere war schwarz mit Militärfarben. Anfänger. 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 Ach, ich fahr mal, ich fahr mal da runter kurz. Probier wirklich, wenn wir in der Luft sind, zu kochen. Ja. Probier jetzt mal. 1145, 1080, 6M. Er sagt zu mir, ich hab zu wenig Zutaten. Hä? Obwohl ich alles hab. Hast du Laborbatterien? Moment hier, David, bitte. Oh, muss ne Augentäuschung gewesen sein. Hab das heißt? Datemfahrer, danke. Das ist ein 76 Gerücht. Ja, jetzt sind die 76 beendet. Aber ich glaub nicht, dass es funktioniert, ich hab's wirklich noch nie probiert, aber ich glaube nicht, weil es ist ja eine Animation auch. Und der Cargobob, der geht ja in so eine Animation rein. Und der Spieler wechselt ja auch seinen Sitz, das wird kein Ziel machen zumindest. Ich weiß, wenn die Falle wechselt, ebenfalls auf Punkt rein. Deswegen, das würde keinen Sinn machen für mich. Aber ich wär, ich wär positiv überrascht, wenn's geht. Jetzt hat er sich verschluckt, aber. Hallo. Ja, ich muss mal kurz Power-Nap machen. Was ist passiert? Biskel. Biskel. Keine Ahnung, hab mich her-teleportiert und mit einmal häng ich fest. Oh. Okay. Oh, Finkler wieder da. Bis gleich. Gut, dann warten wir wieder, bis er da ist. Das wär echt interessant zu wissen. Da, Oli. Ich bin nämlich hinter dir. Stell mich dazu. Oh, ich glaub, er fährt jetzt ein Agera. Sweet und sexy. Geiles Auto. Aber ich wär's... Schlecht wär's nicht, ja. Schlecht wär's nicht. Ich will's einfach testen. Egal, ob's geht oder nicht. Meine realistische Einschätzung und logisches Verständnis sagt nein, es funktioniert nicht. Aber... Warum nicht? Probieren. Geht vor, studieren. Chat. Vorher Frage, sind Sie ganz genau am Casino? Oder... Äh... Ja, ich war vorhin genau am Casino, aber ich fahr grad die ganze Zeit hier rum. Bezüglich... Den BMW X7, die 2. Oh, ich schätze mal, die sind statt Eingrass gefahren. Da hast du recht. Gut, da hast du. Biker. Fahrt den Rett. Geht kurz also. Ja, ich bin gleich da. Da hast du absolut recht, Kurt. Die sind statt Eingrass gefahren, aber wir fahren können SUV mehr. So. Es ist halt so, wenn du im RP bist, das geht alles so schnell. Du denkst dir da manchmal so, du hast doch keinen Dunst. So wie das jetzt gerade... Wie das jetzt gerade stattgefunden hat. Und als Admin siehst du halt so wirklich, wie schnell die Leute da teilweise sind. So im Switchen und alles dreht. Mit so einem Auto herumfahren ist das das geilste. Fuck. X-ray 5 jetzt 1076 zum Supreme Court. Lieg in der Verhandlung. Äh, wir lernen ihn gerade ein. Äh, die Pizzen gehen auch so aus. Oho. Oho. Fuck you, Money. Da ist ein Rari. Ach, die Frau Sala. Guten Abend, Frau Sala im weißen Ferrari. Okay. Diese nette Dame gibt es ja auch noch. Ja. Das ist glaube ich wirklich, oder? Ah, Mike ist wieder da. Warte. Ich hole ihn mal wieder her. Moin. Der, der, der Ding der Camper ist der Journey ist das, gell? No. Item 45 einmal mit Informationen am Hauptplatz steht ein grauer P1 ohne Kennzeichen. Könnte der sein, wenn wir die letzten also mehrfachen Verfolgungen hatten. Ja, endlich die Eltern wieder vorbeikommen. Wenn möglich, der King eine ist. Gegen Vorwehr wäre Einsatz bereit. Können wir das wiederholen? Am Hauptplatz steht ein grauer P1 ohne Kennzeichen. Äh, grauer P1 ist in der letzten Woche mehrfachen Verfolgung gewesen. Fährt jetzt ab. Äh, welche Richtung? Ich schau mal, was mit dem Rauch passiert. Fährt jetzt ab an der Pizzeria vorbei Richtung Tankstelle. Oh shit. Ich schau mal. Kein Rauch? Ich schau mal, wo der Rauch ist das. Ich schau mal, wo der Rauch ist das. Oha. Das ist mies. Ist jetzt auf der Tankstelle drauf. 59 im Informativ 2 P1 ist mir entgegengekommen, fahren jetzt links Richtung Arbeitsamt. Beide 10 ATV. Überall absetzen. Na, schau mal, da Rauch zieht mit. Schau mal. Das ist die letzte Position immer so. Wobei, ich hab die Kennzeichen nicht mehr sehen können. Siehst du? Aber auch aktuell kann ich nicht Kontakt mehr. Einmal ein blauer P1 und ein goldener Braunschwein. Das ist mies. Das ist richtig mies. Ja, das stimmt. Alter, ich hab mich das jetzt gerade immer gefragt und wollt's nicht unbedingt testen. Ich hab gedacht wegen der Animation oder so, dass es nicht gehen könnte. Aber es geht. Das ist mein Arbeitsamt. Ja, ich fahr jetzt erstmal zu den Kollegen an der Tankstelle ran. Wo ist euer 10 ATV? Wir sind gerade wieder von Aufland gefahren. Oha. Au. Wo seid ihr jetzt? Äh, 10 ATV kommt. Das ist ein Problem. Also eins muss man im Auto lassen. Starke Rekammiere. So. Das ist ein großes Problem. Oh, ist ne High Street Uniter? Das müssen wir wenigstens halt schon die ganze Zeit über den Metflieger weg. Die halbe Stunde. Ja, die Zahl werden wir nie finden. Ja klar, weil du, 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 das ist wie, weiß ich nicht. Das ist der Kirche mit dem Weihrauch. Richtig. Gut, dass wir das gedanstet haben, schau. Genau. Dumme Idee. Sonst hätte ich den nächsten Streamer mal praktisch probiert, aber. Aber wenn ist jetzt vorbei. Schreiben wir's uns im Admin-Chat oder so rein. No? Ich schreib's mal. Oha. 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 ミalmente oder itu. Tja na. Tja. Ahän. Ah parks. Es hat majority relatedных partiruków. Oha. Jod ли. Ah oh AG Pump. Ehehöhö. Oha. Ja. Oha. Jodl. Ah. Ah. Now we singen. Ah. Nossa. Put our PalhousesANA, lus. Aber jetzt wollen wir es ausschreiben, dass es ein Bug ist und wir erwischen werden. Direkt danach wieder rechts rum abgebogen in Richtung Apple Store, wiederum rechts rum abgebogen am Lok von Plaza vorbei, fahren jetzt in Richtung Arcadio Sauer, negativ links rum abgebogen an der Baustelle unterhalb des Apple Stores vorbei, fahren dort weiterhin geradeaus in Richtung 107 Straße, wiederum links rum rauf abgebogen am Apple Store gleich, negativ nochmal links rum abgebogen und jetzt fahren wir wieder die Straße im Kreis. Jetzt haben wir die im Kreis, jetzt kommen wieder die Kunststücke. Der eine P1 tritt ab Richtung S7 Straße, ich bin weiterhin am grauen P1 dran, das sitzt rechts rum abgebogen, Nationalberg. Wolfi, Alter, im Explorer hinterher, Remtaho. Jetzt Tankstelle Nationalbank rechts oben. Kunststücke? Ja, die haben sich wieder getroffen, die zwei. Die Kunststücke sind's, Chad. Manchmal bin ich auch in etwas hilfreich, danke. Hast du den Hinweis gegeben, Striker? Weil das gehört gefext. Wir fahren rechts rum abgebogen in Richtung 107 Straße zurück. Gibt's keine Straße, wo hast du gemacht? DING 59 ist hinter euch. Jetzt ist er weg. Ja, bist du okay, gut. Ich hole, äh, Lagerbänder 1-7 Straße legen. Äh, wir fahren jetzt wieder rechts rum rauf Richtung Nationalbank. Die High Speed Unit ist hinter den Schleudern gekommen, da bist du schon schneller weg, als du schauen kannst. Kommen, sie kommen, sie kommen. Sind jetzt in die Hills reingefahren. Ich muss dann zum Kurt nämlich nachher schauen. Er ist hochgefahren. Dein Erz ist jetzt erst weg. Ist es nur noch der eine? Negativ, ist es ein blau-Medaliger. Ich bin nach dem schwarzen. Du bist so lang. Jetzt kurz vor der Nationalbank. Bei der Nationalbank jetzt rechts Richtung Tankstelle. Ah, er tankt auf. Fahr in die Seitengasse bei der Tankstelle. Er ist halt nicht maskiert gewesen. Kollege Schnürschuh. So, warte mal. Bling 52 ist jetzt im Civic. Bei wem wird noch die Erstellung benötigt? Sind jetzt beim McDonalds mit dem PA1. Beim McDonalds drunter Richtung Ruppertraser. Der Olli! Manni und Olli Klabe. Das kann Spannert werden. Wenn der Olli nicht fährt. Oder hast du eine Civic? Ähm, negativ. Man müsste schauen, ob eine Abfrage prüft, ob man in der Luft ist. Es gibt vom Game selber Abfragen. Müsst du schauen, ob es deine Abfragen gibt, die etwas passendes prüft. Wenn der Super-Zip 1 kommt wieder Richtung Nationalbank. 10 vor. Der Wolfi! Wolfi! Der Wolfi hat wieder den grauen P1 in Sicht. Kationalbank. 1.0 wird überholen von links. Irgendwann siehst du die Worte aufs Straßenbord wechseln? Mit Erlaubnis. Frag mich, was mit dem Kurt passiert ist. Jetzt wahrscheinlich voll aus dem Leben kaut. 1.0 7 muss wieder mal zeigen, dass die Autos fahren können. Wir machen quasi gerade einen 4-Mann-Ausflug. So. Ähm, gleich haben wir 13 Likes geschafft. Chat, Road to... Oh Gott. Jetzt an Wiesel-News. Road to 20 oder 15. Machen wir Road to 15 Likes. Die sind halt zu zweit im P1, gell? Okay, da fährt wahrscheinlich Scotty. Ja, klar. Der Wolfi fährt aber hinten drauf, Alter. Schaut, er pickt ihn richtig am Arsch. Schieb die eigene ISP-Unit dann weg. Links abgebogen Richtung Strip-Club. Kannst du auch mal so einen Stream machen? Jetzt am Strip-Club. Was für einen Stream meinst du? Fahr an alte Fahrschule raus. Hinter der alten Fahrschule. Fahr an die Gasse da lang. Andersrum. Ah, da jetzt, da hat er's verkackt. Hinterm Krankenhaus vorbei, links. Ich bin jetzt am Fotostudio. Fahr weiter in Richtung Westen. Mag das zweite Fahrzeug rum? Ja, so positiv. Fahr jetzt wieder Richtung, ähm, Richtung Strip-Club. Fahr jetzt vom Strip-Club wieder ran. Wollt ihr engen Gassen sind die ISP-Unit oftmals? Ja, da ist die Frage, wollen wir in den ISP-Unit kommen? Wollt ihr den Verhalt mit der ISP-Unit kommen? Ja, hier ist die Frage, wollen wir in den ISP-Unit kommen? Wollt ihr den Verhalt mit der ISP-Unit kommen? Wie wird das gerade? Holy Shit! Was sind das gerade für Frame-Drops? Heilig... Alter Chat, so einen Frame-Drop hatte ich noch nie. Warte mal, ich muss die... Ach du heilige Scheiße. Warte ich schaue mal auf meine Auslastung. Holy... Chat, so einen Frame-Drop hatte ich noch nie. ich hatte noch nie so einen frame drop verfolgungsakt mit tabu so was meinst du mal schauen was da in zukunft kommt wir sind jetzt mit dem p1 beim strip club ausrichtung dieser anstelle bei der pd-dankstelle jetzt richtung hinter das pd für diesen park ist jetzt auf der straße hinter dem pd kommt fahrt jetzt links richtung hinter das pd fahrt jetzt gerade weiter hinter pd die durch richtung kommt jetzt beim kleidungsladen pd raus in der seitenkasse da in dieser shopstraße da jetzt höher bildbar das bd bleibt aber eh ganz gut hintendran er macht es gut jetzt hauptplatz hauptplatz recht weit weiter richtung wir haben seit heute eine neue server version jetzt sehen ich hatte vorher das noch nie kriegst du den laden auch schon noch mal ganz ein kastung zumachen 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 ich habe massive kopfschmerzen ich habe gerade nur 26 infallschläge pro sekunde das ist echt nicht mehr möglich ich habe 10 ich habe keine gefilterung da hinten an der stelle unfall mit mir das ist an der stelle hat es was fahrzeug fliegt weiter fahrt vorne in der seitenkasse wieder raus ziemlich stark an der stelle haben es alle gerade alles klar weiß bescheid ich habe es da selbst als admin das muss ich in kurde nachher sagen dass an der stelle irgendwas nicht passt negativ an richtung gebraucht wagen händler in gebraucht wagen händler rein die ach quatsch weiter mit P1 ein weiter mit P1 ein weiter mit P1 ah die blockieren wieder turn in an Arcadius Tower durch ich verfolge jetzt den goldenen P1 um Arcadius Tower herum die gehen jetzt tanken es kann alles sein es kann Auto und MNO irgendwas es kann alles was leistung zu sein der graue P1 biegt rechts ab Richtung Mechaniker Rockfords Laser gleiches Schicksal gleiches Schicksal wie ich ja es ist biegt rechts ab gleiches Schicksal wie ich damals hatte jetzt an der Baustelle vorbei nähe Rockfords Laser fährt rechts Richtung Altes Zillbox jetzt runter Richtung Hauptplatz jetzt runter Richtung Hauptplatz links ab Richtung Hauptplatz links ab Richtung beim Hauptplatz aber die Framedrops die sind nicht normal jetzt auf den Easterway auf wir fahren immer in der vor allem immer in der Gegend gell gell wir haben heute seit heute haben wir eine neue Server Version und alles kann die High Speed Unimental abfunk mit dem weißen oder grauen P1 120 der weiß hat gewendet fährt wieder HLA runter fährt vor dem Pilbux ab fährt auf dem Stadthairway auf wendet fährt beim Pilbux vorne wieder raus Hops ist auch ein guter Fahrer das könnte ein cooles Battle werden Hops ist auch ein Umbruchpilot fährt jetzt am Hauptplatz oh oh jetzt kommen wir die Framedrops hh 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 hoi hh uda vi hh 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 o Ja, ich höre dich. Hallo? Er hört uns nicht. Warte, bring ihn trotzdem mal nach oben. Dann schnapp ein Powernap schon mal. Ja, mach doch. Warte, da ist auch ein Auto. Richtung Waffenladen. Der Kurt ist der Framedrop. Kann wirklich sein. Cardiostower unten Richtung Hauptplatz. Rechte Spurblock blockiert. Linke Wände, Nagelbände ausgelegt. Jetzt habe ich einen Gamecrash. Immer am Hauptplatz. Immer am Hauptplatz. Es ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwas kackt da richtig rein. Ich glaube. Irgendwas macht. Vielleicht war es wirklich das vom FD. Der Framedrop, weil das war in der Nähe. Kann halt vieles sein. Oder da wäre ich mit ihm nach dem Stream auf den Grund gehen. So viele Crashes und Lags, wie ich in letzter Zeit habe, hatte ich noch nie. Ganz schlimm ist es wirklich im Admin-Dasein, weil da bist du halt mega schnell von A nach B. Das heißt, da muss halt sau viel Information binnen kürzester Zeit halt geladen werden. Da passiert es jetzt immer öfters. Habt ihr in der Stadt ein Limit? Nö, wir haben gar kein Limit. Ich muss das Gürtel-Türtel sagen, aber nicht jetzt. Weil jetzt bringt es ja nichts. Hab zwischendurch auch Crashes am Hauptplatz. Ja. Es ist... Irgendwas ist es. Es ist sicher eine Kombination aus dem, dass... Es ist eine Kombination sicher aus zu viel Blaulicht. MLOs plus viel Sync. Wie findest du das Lied Radio von Rammstein? Geiles Lied. Da, 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 da. Au! Den muss wieder in PD-Funk rein, aber jetzt hab ich wenigstens frisch geladen, jetzt geht's wieder besser. Vor der Hauptplatzfließer wieder durch, Richtung Waffen dann runter. Man nimmt der Funken, ist rechts abgewogen beim Gebrauchswagenhandel, ist wieder rechts abgewogen Richtung Akagis-Fahrer, etwa 12 informativ am Hauptplatz 2P1, der Hopps fährt wirklich, der Hopps ist ein guter Fahrer, das wird entspannend, es wird vielleicht darauf raus haben, dass einer von den beiden einen Unfall macht, oder, ähm, oder, dass sie sich wieder, oder dass wieder weggerammt wird. Irgend so was in die Richtung wird passieren, okay, er fährt um, heilig, heilig, alte Fahrschule hinten, lang. Oh Gott, scheiße, Chat, scheiße, I'm sorry, ich hab die falschen Bildschirme ausgeschalten, so, jetzt am Vordereingang der Fahrschule, wir sind wieder drin, links abgebogen Richtung Flughafen, geht um den Raptor, die haben jetzt eine Kaisel, der Raptor hat gerade irgendjemand geboten, der Roten Parkhaus, unterhalb der Roten Parkhaus fährt jetzt ins rote Parkhaus rein. Ich muss aber sagen, ich würde es mal feiern, wenn die Jungs mal ehrlich entkommen, also ehrlich entkommen, dass sie mal wirklich so vom Fahren entkommen, nicht am Ende wegrammeln müssen oder umsteigen, weil keiner von denen ist bis jetzt halt wirklich, oder selten sind so entkommen, oh, Unfall. Weißer, P1, Weißer, P1, ja, dem bin ich gerade die ganze Zeit. Lebt da weiterhin flüchtig Richtung Norden, fahrt jetzt in die Heels, jetzt wieder gehörflos fahren. Edward 12, hinter Frage, haben wir noch freie Highspeeds? David, wer frei? Ich verfolge gerade noch ein P1 alleine. 10-20. Bin jetzt an der Fahrschule, fahren jetzt Richtung Flughafen. Weiter in Richtung Flughafen. Gebrautwagen, jetzt am Gebrautwagen, hinten in Richtung Arkadius Tower. Der Ohrme, wie sie wegschallert hat. Wieder rechtsabschallert, Richtung Hauptwagen, Händler, Waffenladen. Schau, er fährt da einfach nur. Schreibt er fast Richtung 1-7 Straße. Oh, jetzt sind schon wieder die P1. Können wir jetzt runter Richtung East Airway? Oh, oh, oh. Schmeck, kannst du deine Versinnung raushauen? Jetzt wird er weggerammt, schätze ich. Oh, jetzt, oh, oder? Am besten das zweite Fahrzeug hinter mir, Positions-Button. Oh, jetzt, oh, die Highspeed-Unity nochmal weggeknallt. Und, hops. Oh, na, es geht noch. Chief One, Position. Da ist Sichtkontakt verloren. Also, ich finde das super. Da stand ja auch die Gruppe dabei. Sehr lustig. Wegkontakt zum Grauen, P1 fährt runter Richtung Fahrschule. Fährt, nee. Schmidt, Position. Jetzt am Jobcenter, wieder rechtsabschallert. Ich würde es einmal feiern, wenn sie wirklich so entkommen. Weil am Ende, sie rammern sich immer quasi den Weg frei oder steigen halt um. Versteht ihr? Ja, ich muss überholen, ich habe kein Sprit mehr. Warte, ich schreibe mir das gerade eben auf mit dem... Warte mal. Und dann, äh, unsere FPÖ-Brücken. Dankeschön. Am Hauptplatz, spawnen, teleportieren ist immer. Hätte ich irgendwo Unterstützung benötigt? Nö. Die Stadt. Es ist alles gut in der Stadt. Nicht Kontakt verloren. Machst du... Wollah, machst du Schiss, aber... Oh Gott. Jetzt wird es lustig, Chad. Oh, nee. Nichts schon. Wird auf Sicht und nach Kraft genommen. Und dann, wie geht es nicht? 10-20. 10-20. Der wird von Link. Welche Part-Richtung? Richtkontakt? Part-Richtung, äh, Kledershot. Jetzt ist es soweit gut. Hi. Hi. Ja, ich weiß, wisst du, woran das liegt? Ja, ja, ähm, da hat jemand vergessen, seine Lightbars auszubauen. Richtig, ganz genau, ja. Äh, ihr, ähm. Richtig. Ich weiß noch ganz genau, wer es war. Ja, ich weiß. Der gerade seine Lightbars vergessen hat. Ja. Ach, mal wieder. Ja, es war cool. Ja, danke fürs Einsammeln von dem Mechaniker. Ja, bitte. Habt ihr irgendwelche gesundheitlichen Schäden? Also, mir geht es gut. Mir geht es gut. Ich wollte mich gerade um einen Leaf kümmern. Ja, ja, alles gut. Ähm, ich kann euch fürs HP ein Ersatzautor herstellen. Der wird einmal ganz kurz einen Funkspruch durch, ähm, der wurde aber übertont durch einen anderen Funkspruch. Ja. Ja. Ach, nö. Nimm den Herrn fest. Nö, der soll da nicht abgeschleppt werden, sodass der Rumpel sich den dann ab einsammelt. Ja, er muss den jetzt sowieso in der Versicherung. Ja. Und deswegen, ähm, jetzt nimmt er halt eine kleine Leerfahrt. Ja. Ja, wie ihr wollt, ey. Falls ihr jetzt das Ding dann nicht und wenn... Nö. Ach, ist eine Leerfahrt. Okay. Alles klar. Okay. Ja. Passt. Danke. Das war der Raptor, der vorher wegfahren ist mit zwei Leuten besetzt. Positiv. Zwei Maskierte mit Langwaffen. Brüdel, was ist denn da passiert? Sag einmal. Gut. Dann machst du dann schon wieder. Ich habe mir meinen Polizeiausweis wieder Kommad abgenommen. Warum auch immer. Ich will. Einfach. Ich will. Ich will. Ich will. Du hast nicht. 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 Ich will. Ja, was willst du denn? Ich will. Das war immer damals unser Joe Katschnerin. Dann ist der Hinkarin überall so. Oh nein. Ich will. Hahaha. Hahaha. Wir brauchen mal so einen neuen. So einen neuen Insider. Stimmt. Oder merci schön. Mach sie mir nochmal. Ich hab mich einmal wieder weg. Tschü´. Versflüss. der suppt wie Drecksau und der Rettungswagen ist hier weit und breit nicht in Sicht Danke, der der ihn verloren hat am besten Danke, tschüssi Also der RTW dürfte im nächsten Mal wieder raus sein Link in China mit 1086 bei der Postverzahl 3210 mit dem Kennzeichen Opa Manni Gott! Schätzende Wurdlfeder Sockerboy! Was hieß? Was macht er einer? Danke Ja, zugelassen muss sich jemand mitmacht Erst was macht er bitte? Er ist noch durch Er ist noch durch Was macht das denn? Lass mal schauen, dass wir nochmal in eine stabile Seitenlage aufgehen Dass er irgendwie so eine Schlafposition einnimmt Das sieht man, das hat auch stabile Seitenlage Ja RTV Hat er irgendwas gegessen oder was im... oder Franz? Hat er irgendwas im RTW hinten gegessen oder hat er sein Handy verwendet oder was? RTV 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 Noch, noch ist jede Bank oder beziehungsweise alles. Mit der Nachfrage, wer hat heute Larissa Brown abgearbeitet? Sie ist viel negativ. Den Titel, David, negativ. Denkst du, negativ. 57, negativ. Hallo, ich bin die Mechaniker. Linken 59, 1080 Sekunden. Adam 58 löst dich auf, Linken 58 und Rookie 4 und Rookie 4 geht zu. Linken 58 bleibt 1080. Kurze Frage, welche Einheit ist gerade im 1086 mit dem Herrn Brand? Linken 59 war im 1086 mit dem Herrn Brand. War. Ist er schon wieder weg? Ja, 104, ist jetzt noch hinter mir. Ja, 104, kannst du den eventuell noch mal kurz anhalten? Ich brauch den gleich mal. Sag ihm, dass ich sofort da bin. Ich muss kurz mit ihm quatschen. Wegen einem Verkehrsunfall. So, guck wieder einmal rein. Tja. Alles klar. Linken 52, 1076 Mission Raw. Fuck you, Wazel. 11 David, mit der Nachfrage fährt jemand zu dem Diebstahl an einer Goldmine oder an einer Mine runter? Thomas auch drin. Linken 59 an... Ist wirklich perfekt, gell, zum Erschrecken jetzt. Ja, hörst du, kommen Sie. Ah, wie lange bist du heute da? Ja, dann freue ich, beeil mich. So, heute der... Ja, 11 David, 202 könnt ihr das mal übernehmen. Ja, ich würde da ungern allein hier entfahren, deswegen... Schön, das ist ein bisschen viel... Wenn ich mich heute nicht melde. Vielleicht werden wir morgen zusammen hier Kilometer. Und das weiß jetzt nicht, wie wird es in der Morgen, oder? 20 Uhr! Oh, scheiße. Ah, scheiße. Ich brauche... Ah. Nicht im Ernst. Nicht im Ernst. David für 20. David kommt. Ähm. Was ich noch gemacht habe... 10 David hört. 9 Seiten. Äh, 11 David, sorry. Gut. Wie weit hast du es noch da? Was haben wir noch gemacht? 2,5 Kilometer. Ja, passt. Steht doch. Holst du ihn? Mhm. Ja, du hast heute einen Kuss vor, ne? Tempo. Ah, guten Tag. Servus. Du schon wieder. Ja. Was ist jetzt was? Ich weiß nicht. Ja, ich bin da hinten lang gefahren. Auf einmal komme ich unter die Map und ins Wasser rein. Hast du dein Spiel auf einer HDD? Das steht drin. Aber ich weiß es gar nicht. Ich habe mir das einfach übers Team runtergeladen. Ich kenne mich mit sowas gar nicht aus. HDD ist... Eine magnetische Hard-Drive-Disk. Das heißt, wenn du dein PC reinschaust, größer und hat meistens... oben so eine Rundung auf der Platte drauf. Hast du eine SSD, weißt du das? Keine Ahnung. Wo kann man das sehen? Du kannst das in deinem System nachschauen, unter den SSD-Informationen. Sonst können wir uns da mal im Discord zusammensetzen. Vor allem nicht jetzt, aber sonst melde ich per Ticket. Das passiert nämlich, wenn die Sachen zu langsam geladen werden. Dann kann das passieren, dass die Texturen nicht schnell genug geladen werden. Dann fliegst du durch die Map. Deswegen empfehlen wir immer, ein SSD zu verwenden. Okay. Was jetzt wird mein Auto? Soll ich das bei der Versicherung wiederholen, oder? Das Auto müsstest du... Wo hast du es zuletzt gesehen? Ja, es ist auch mit Unterwasser. Ja, dann in der Versicherung holen, ja. Ich bring dich dort hin, gell? Ah, okay. Okay. So schön. Linken 58. Ten-Stick Mechaniker. Ich weiß nicht, was heute los ist. Mit deinem Internet ist alles in Ordnung? Ja, ja. Eigentlich schon. Okay. Das ist wirklich für mich ein bisschen wie, dass du gerade ein D-Sync hattest. Weiß nicht. Das ist heute so ab 10 Minuten ist das irgendwie ganz schlimm. Okay. Kann. Ja. Wir haben eine neue Serverversion auch gespielt. Wir müssen mal schauen. Ich habe heute auch den ein oder anderen Performance-Einbruch. Aber okay. Na, wir werden euch da am Laufenden halten. Okay. Passt. Schönen Abend. Ciao. Für euch zur Information, Jonas Fuchs steht auf der Fahndung. Ja, check. Wo wollte ich ihn jetzt? 2,4 Kilometer bis zu euch. Jawos. Ah. Hallo. So. Das mit den Framedrops. Ich habe es hinten beim Gebrauchtwagenhändler. Genau. Da hinten. Da hatte ich das. Ja. Richtig. Das hatte ich vorher auch. Ich schätze mal das war, weil da ein fehlerhaftes Auto mit Blaulicht und etc. Also mit selbst verbautem Blaulicht war. Das hat da glaube ich ein bisschen Komplikationen. Jetzt sollte es nicht mehr dort sein. Okay. Und wegen dem MLO, warum es nicht lädt. Schon mal probiert. Ja, ich weiß. Ich weiß. Fünfmal Poweranhaben. Das geht noch immer nicht. Das funktioniert immer. Dann probieren den Cashlashen, weil dann wird es neu reinkladen. Vielleicht hat sich da was verschluckt bei dir. Okay. Und ich habe auch noch was. Und zwar wenn ich durch die Stadt fahre. Vor allem in der Stadt. Und bei den ganzen Turmdrehern, die hier oben stehen. Ja. Ich habe so miese Stocken. So miese Stocken. Und ich habe eigentlich 60 FPS durchgehend. Ja. Hauptplatz ist heute ganz schlimm. Wir haben eine neue Serverversion heute aufgespielt. Das hast du im Newspaper mitklicken. Okay. Es kann sein, dass da auch zu Komplikationen kommt. Ja. Da halten wir euch aber am Laufenden. Okay. Ja, dann weiß ich Bescheid. Okay. Jo. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ich habe bestimmt 10 Sekunden Standbild. Und dann ist Lir mir glaube ich hinten reingefahren und durch den P1 hat es mich halt hochgehoben. Tja. Hier. Ja. Da ist aber gerade überall. Das sind Framedrops. Ja, das ist brutal. An der Stelle war krass. Ich hatte es nach einem Power-App nicht mehr. Aber ich glaube, weil da vorher war ein Unfall, wo Kurt mit seinen selbsteinbauten Blaulichtern herum experimentiert hat. Mhm. Und seitdem lagts an der Stelle so grauenhaft. Ja, gerade halt auch die Straße da weiter mit den Mechaniker-Dingern. Ich weiß. Ich war ja die ganze Zeit bei den Verfolgungsjagden und ich hatte da Framedrops des Grauens. Ja, ich hatte auch so Framedrops. Da war ich kurz bei euch beiden war ich. Bei euch beiden war ich ja kurz da unten. Ja. Genau. Hast du gesehen, wie der Cop Karma bekommen hat? Ja. Den es auf die Seite gelegt hat. Wo er mir hinterher in die eine Gasse gefahren ist, hinter dem Fahrrad vielleicht. Nee. Ich habe nicht alle drei immer verfolgt. Ich war immer bei einem irgendwo. Das habe ich leider nicht gesehen. Ich hatte die ganze Zeit Probleme gehabt. Deswegen muss man nicht immer mitfahren. Ja, nee. Das Ding ist, ich hatte die ganze Zeit irgendeinen Mussring hinter mir. Der meinte halt, der fährt mir die ganze Zeit in den Arsch. Ich wollte abbiegen. Der ist mit den Reihen gefahren. Ich wollte abbiegen. Du hast ja nur eine Aufnahme für mich. Zwecks dem. Ja, sollst du das mal zeigen? Warte an, oder? Ja, ja, bitte. Hm. So, moin. Ich bin nur der Form halber. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ja, ja. Warte mal. Das ist jetzt gleich. Und dann hört er mich halt von unten so weg. Ja. Okay. Alles klar. Na gut. Dann kannst du weiterfahren. Jo, perfekt. Okay. Viel Spaß noch. Jo, danke. Dir auch. Ciao. Passt. Sind jetzt schon zu viert. Ich kann nur den Karren nochmal Feed machen. Wollen wir dann auch alle mal rasch powernappen? Vielleicht haben wir dann keine Kopfschmerzen. Können wir machen, ja. No, ich habe gerade keine. Gerade gehts. Ja, gerade. Wenn ich welche habe, gehe ich dann powernappen. Warte mal, bis du fährst. Wieder. Warte, da gehe ich kurz. Da gehe ich kurz mal powernappen. Jetzt bist du Yoga. Nein. Ich habe kein Yoga. Zumindest hat es bei mir jetzt beim Herumfliegen geholfen in letzter Zeit. Also ich habe es jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt noch ganz zu lange. Vor allem das Auto, das fehlerhafte habe ich jetzt schon entfernt. Also ich glaube, dass das der Grund war. Ja. Ja. Ich hatte davor auch anderes zu tun. Ich bin schon wieder in der Level-Version, oder? Ui, Mixer. Ne, ich bin eben da. Ach so, ja, ne. Ich darf vielleicht schlichtweg seine neue Server-Version. Ja, das kann, das kann sein. Oder am neuen Persistent. Das kann vieles sein. Dann müssen wir testen wieder, gell. Ja, ja. Safe. Ich gucke einfach, dass ich manchmal vielleicht einfach mal je lang fahre gucke, ob das... Ja, safe, ja. 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 Passt dir ums. Ciao. Linkt auf die E-SPEC-108 nach Mechanica. Wie ist der? Grüße. Hallo. Grüße, Jana. Sie haben bei Ihrem Fahrzeug vergessen die Leitbaus ausbauen, gell? Nicht vergessen. Mich jetzt überschlagen. Was? Da hat ein... Ein Abschlepper hat einen Flug gemacht. Ja, ja. Ja. Meiner Güte. Ich habe heute auch einen Flug gemacht. Nicht nur einmal. Da hat er eine gute Besserung. Falls du dich fragst, wo dein Auto ist, das... Ja, du musst ihn auf die Sicherung holen. Ja, ja. War komplett wasted. Der Till. Moin. 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 Ja. Was war's? Ja. Der ist gerade noch in Behandlung. Ja. Der wurde... Ja, mit 250, 300 kmh in seinem Auto angefahren. Und zum anderen Typen weitergefahren ist. Da war ich dabei, ja. Ah, okay. Da hatte Darren, glaub ich, auch einen Clip von. Das würden wir... Ich war, wie gesagt, ich war als Admin dabei. Ich war drüber. Ja. Ja. Oder das heißt an der Kreuzung am Hauptplatz... Am Hauptplatz... Am Hauptplatz... Ja, ja. Am Akaliustau, oder? Ja, richtig. Richtig. Ja, folgendes. Failabe ist es nicht. Solange er kein Blackout hat, der Fahrer. Laut unserem Regelwerk ist es nicht zu ahnden. Dass man stehen bleibt. Also er hätte auch weiterfahren dürfen in dem Moment. Ich würde den Rookie übernehmen. Er hat sich jetzt entschieden fürs Schönere, fürs RP. Der andere war halt in der Verfolgungswege und hat es halt auf dem Ding drückt. Aber er hat kein Blackout gehabt, gell? Solange das halt nicht ist, ist laut unserem Regelwerk das nicht zu ahnden. Weil man stehen bleiben muss bei Überschlag oder Ding, ne? Okay. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe es. Aber es hat irgendwie... Es gibt nicht gerade... Ja, viel Sinn. Ich meine, es gibt ja diesen Paragraphen, da... Ich glaube, mangelnde in der RP-Qualität heißt das. Das wäre ja... Eventuell trotzdem gegeben. Wenn da einer mit 750 ins Auto reinfährt und danach weiterfährt. Ja, so schnell war es auch wieder nicht. Aber... War schon... Ja, es war schon recht flotter. Aber wie gesagt, das ist laut unserem Regelwerk halt nicht zu ahnden, gell? Ich kann ihn nur darauf hinweisen, dass er das nächste Mal vielleicht sich zusammenreißt. Beziehungsweise, dass er halt darauf achtet. Ich kann ihn eine Empfehlung aussprechen. Aber ich kann ihn jetzt nicht dadurch verwarnen, gell? Weil sonst hätte ich eh eingriffen. Okay, deswegen, gell? Ja. Weil ich bin mehr als nicht. Ich finde es selber noch ein bisschen mit dem Fahrrad ein bisschen unschön, dass man da ran kann. Aber vielleicht, da müssen wir halt das Regelwerk eventuell noch mal ein bisschen verschärfen. Ja, aber an sich steht es ja drinnen. Steht drin ausschließlich Hardcore, okay? Ja, bitte einmal die Einheiten in den Norden. Ich habe nicht allzu viel über... Ja, klar. Aber es steht nicht klar definiert, gell? Okay. Wir sind ja kein reiner... Ich sage mal so, wir haben unser eigenes Regelwerk, gell? Deswegen. Und laut unserem Regelwerk ist es jetzt halt nicht zu ahnden. Ja. Na, um das geht es nur. Aber ich bin selber jetzt nicht begeistert davon. Aber ich... In dem Fall kann ich halt jetzt nichts tun, ne? Ja. Außer als das Regelwerk daraus anzupassen. Weißt du? Ja. Kannst ja vielleicht sonst... Darin soll ich nochmal sagen. Ich glaube, der war genauso verwundert. Aber der ist ja noch ein paar Handlungen und gerade das erstmal eben ausspielen. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ja, ja, ja. Er kann mich sonst nachher nochmal rufen. Okay. Perfekt. Ja, na. Okay. Ja. Ja, tschau. Ja, tschau. Ich verstehe das. Aber ich war ja dabei bei der... Das war ja dieser Crash an der Kreuzung da. Ähm... Ich verstehe das. Aber unser Regelwerk ist nicht... Im Moment nicht dafür ausgelegt, dass man in der Situation sagt, ja... Ähm... Man muss stehen bleiben. Steht jetzt im Regelwerk ausschließlich... Ausschließlich drin. Nach einem schweren Unfall muss man... Und dann muss man definieren, was ist ein schwerer Unfall. Ne, dann... Muss man stehen bleiben. Dann könnte... Dann hätte ich ihn eh rauszogen. Aber es steht bei uns drin, man muss stehen bleiben bei Überschlag und bei... Ähm... Blackout. In dem Fall war beides nicht gegeben. Und von dem her... Ist es nicht zu ahnden. Im jeden Fall ist es laut Regelwerk in Ordnung. Aber ich verstehe es wegen der mangelnden Qualität. Und nach so einem schweren Unfall... Logischerweise bleibt es jetzt stehen. Also läuft er jetzt nochmal 10 Runden. Versucht nochmal ordentlich mit uns zu sprechen. Nicht genervt und äh... Ja. Motivation. Jawohl, wie viel? Link 58 informativ. Wir sind gerade 5 schwarz-goldene P1 begegnet. Lustig. Fahrtrichtung. Bei uns am Server ist es so, dass man in dem Fall selber entscheiden kann, ob man... da jetzt stehen bleibt oder nicht, gell? Verpflichtend ist es wirklich nur in diesen wenigen... paar wenigen Fällen. In diesem Falle deixe ich... der P1 Fahrer kriegt, oder? Chief Street, Dispatch abarbeitet. Ich probiere noch. Versteht ihr was ich mein, Chat? Das ist so wie in echt, wenn irgendwo so ein Gesetz so dasteht, dann kann man halt nur nach dem ahnden, wie das Gesetz da steht. Sonst muss man halt eben die Gesetzeslücke schließen oder das Gesetz darauf anpassen. Im Moment ist es halt bei uns eben so. Das ist das Ding. Nicht mehr und nicht weniger. So, um los. SDFU, shut the fuck up. Yo, Dude. Ich komm rüber, ich bin beim Bankomaten am Hauptplatz. Legendäre Jenny Sala, das Kind hinten steigt. Ist einfach auch schon so ikonisch. Ich glaub, man erkennt dich gleich mal. Link 36, x-ray 22. Also, ob die beiden grad telefonieren. Ja, komm ich mal gemütlich rüber. Ja, die telefonieren. Ich hab's grad geschafft irgendwie, dass zwei Leute, die miteinander telefonieren, ich grade da irgendwo, dass ich die grad gefunden hab. Wie groß ist die Chance, dass das eintritt? Eins zu... 147, 143. 142 in dem Fall. Die Chance ist 1 zu 142, dass das... Ja, bis zur Klärung von all dem. Digga, du bist doch wieder bescheuert zu abauf werden. Ich bin mittlerweile Ausbilder. Ja, ich weiß. Sure. Matt. Hab ich vorhin gehört. Lüge ist geschlagen. Warum? Weil ich... Nein, Alter. Weil... Es einfach total beschissen ist, dass du gekündigt hast. Ich hab nur für die Dauer gekündigt, bis das Verfahren gegen mich zu Ende ist. Das Armeer geht grade komplett unter. Wie lange soll das denn noch dauern, dass du gekündigt bist? Wie lange soll das noch dauern, bis das Verfahren geklärt ist? Dass wir doch mindestens noch mal aufzudauern. Du kennst in der Zeit den Supreme Court. Ja, auch mein Anwalt ist da grad schon hinter. Was? Hast du doch heute was auf die Beine gekriegt, weil es... Okay, ich hab mal die Drogen, die bleiben dauernd waren. Wie bitte? Ja. Mein Anwalt ist da grad schon hinter, weil es das sagt, dass die eigentlich schnell geklärt werden kann. Das ist Feuer. Äh... Brennt. Feuer! Äh... Ja. Feuer! Jet. Robert! Das ist wenn die 100 Euro Doni reinfallert. Schallert. Robert! Okay. Wie der Verfolgung sagt. FD. Voll dabei. Kommen vom Flughafen. Was haben sie da gemacht? Die Birnen. Irgendwo hat's ne Geißler mal gegeben, aber keine Ahnung was mit der los ist. Wir haben's wieder freilassen. Weil's eh wurscht ist. Alles klar. Ciao. Kann ich auch sonst hier warten auf mein Kollege noch oder... Ähm... Gehen sie mal wieder rein, weil das Problem ist, wenn... Ich glaub das ist bei uns die tiefste Stimme am Server. Ja. Ich hab sie jetzt gesucht und äh... Achso nicht, dass wir was zuschicken. Ich verstehe. Ja, genau. Alles klar. Super. Danke. Ja, die sind mir eben auch alle begegnet. Ja. P1 Gang. Chief 3, Code P. Haha. Der Code P. 50, 10 Minuten, 40. Brand am Hauptplatz. FD wurde vollständig. B-1-4. 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 Einhalts opening. B-1-4. Abys jetzt haben wir noch kein fehlerhaftes Persistent Auto gehabt. Was schon einmal richtig Geiles. 251, ten 76. VB. Darf man LAPD Fahrzeuge klauen um Überfälle zu machen? Ja, darf man. Ja das ist durch... Das ist erlaubt. Man darf sich nur nicht als Polizist ausgeben. Ich wurde gerade zur Gruppe hinzugefügt, wo einfach Emojis ein Mann und eine Frau beim Tanzen sind. Danke, WhatsApp. 21 David, 10 6, Call P, Mischmoppidi. Ah. Ah, verstehe. Okay, okay. Jetzt erkenne ich die Gruppe wieder. Ich denke gerade, ich schaue so auf WhatsApp und denke mir, ich werde in der Gruppe hinzugefügt, wo jetzt die Leute tanzen. Oder ist das eine Freundesgruppe? Ich habe euch noch gar nicht erzählt. Ich war gestern ja auf einer Party. Wir sind jetzt gerade alle am Hauptplatz. Und... Am Hauptplatz. Ich war gestern bei einer Party und dann haben wir gesagt so, yo, jetzt wo wieder alles offen ist, wir müssen einfach wieder mehr unternehmen. Und dann haben wir uns so eine Liste zusammengestellt, so was wir jetzt in der nächsten Zeit alles unternehmen werden. So halt... War Freunde von mir. Und das ist jetzt die Liste. Und das ist jetzt auch die Gruppe. Null. Gut. Das ist so geil. Du stehst da am Hauptplatz, alles brennt. Die anderen Stationen mit einem BMW-Kennzeichen Uber 201. Uber? Jetzt kommt gleich das FD. Die kommen daher so richtig so. Bam! Kommen wir nachher auf dem Hauptplatz. Soll ich nehmen wir mal einen Schluck Wasser? Anubis. Großsperrung um den Hauptplatz jetzt. Aber seitdem das Auto vom Kurt weg ist, ist es auch nicht mehr, gell? Das Problem. Zumindest habe ich jetzt keine Framedrops mehr gehabt. Ich müsste jetzt noch einmal testen, wenn ich da herum... Ach, schon ein paar... Wenn ich da jetzt so herum no-klippe, wo war denn das da vorhin? Da hat's angefangen. 52 1090 Mission Raw. Nope. Das war wirklich... Das war's... Wo ist sein Auto da? Wo da... Allgemein da, in der Gasse, da... Dahinten, da hab ich Framedrops. Da lagts. Ist es... Die P1 fahren jetzt wieder am Hauptplatz vorbei. Ist es das? MLO, maybe, oder so? Da, schaut mal, bei dem MLO... Schau mal, wie krass... Merkt ihr das, wenn sie da herumfahrt, so... Jo, geht, geht, geht... Und dort hinten... Die P1... Das wird's spannend. Wolfi schon dran. Wolfi ends, mate. Alle ohne Kennzeichen unterwegs. Da waren die goldenen P1 vor in der Verfolgung verwickelt. Ich weiß schon, wie es ein Ansingen im Wolfi... Jetzt war ein blauer P1, die waren da mit vertreten. Hallo. Hallo, Guys. Hallo. Bitte, du sage mal. Oh Mensch, noch einer. Ist ein Ding. Und dieser jeweils weiße P1. Und noch einer. Sind meine Sklaven. Das glaube ich dir sofort. Das glaube ich dir sofort. Ah, kurze Frage. Bitte schön. Können Sie in irgendwelchen Logs einsehen, welche Strafzettel gezahlt wurden? Mit der Frage bzw. mit der Info zu warnen wir gerade alle vier hinterher. Boah. Nö. Also, wir können schauen, welche offen sind. Ja. Aber nicht welche jetzt in letzter Zeit ausgestellt oder bezahlt wurden. Eigentlich alle der Reihe nach anderen. Linken 51 nochmal nochmal. Schaut sich mal, das ist am Hauptplatz sicher die 4P1. Mach mal, mach mal. Schaut sich mal ganz schön nach. Ich bin am Pilger. Ähm. Kannst du Sozialstunden irgendwie? Werden die gelockt? Ja, die werden natürlich, ja. Die werden gelockt? Das trifft sich. Also gelockt, was heißt gelockt? Aber die sieht man ein bei uns, weil es ist ja hinterlegt. Das sieht man bei jedem Jar, wie viel der abarbeiten muss gerade, ja. Also nur aktiv, wer aktiv für welche hat. Ja, genau, ja, ja. Nicht welche schon ausgestellt wurden. Ah, schade. Weswegen? Ah, das ist scheiße. Ja, wir haben heute jemanden festgenommen. Ja. Und, äh, dies wurde eigentlich wohl irgendwie abgearbeitet, laut ihren Aussagen. Und der Kollege, der ist aber wieder 107 gegangen, hat wieder nichts eintragen. Und der Fahndungseintrag ist auch noch da. Jetzt, äh, ja. Ja, ich will ihr halt ungern jetzt, äh, zweimal die gleiche Strafe aufdrücken, wenn sie halt dann die schon gekriegt hat, ne? Oder halt ernährt. Verstehe, verstehe, ja. Am besten ist, ist, ist im RP an den obersten, denke ich. Schaut für Möglichkeiten, Heißbild, nur nicht fort. Ja, vermutlich das Beste, okay. Dann, dann machen wir das mal so, weil im Discord erreicht ich ihn leider auch gar nicht. Ja, du sollt ihn wieder kurz auf Heißbild. Na? Ok, danke dir, Andl. Gerne. Ciao. Ciao. G1 von Linken46. Super. Anderer G für Linken46. G3 hört. wir wollten einfach einfach da sind einfach die bisschen singt das war halt vor wir wollten keine verfolgung ich bin was weil ihr wisst ja wenn ein polizei oder ein fahrzeug ohne kennzeichen fährt was 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 passiert drauf ja gott wobei das halt na stimmt jetzt so nicht unbedingt weil wir mit 4b1 durch die stadt vorne weiß ja genau dass die cops uns nicht verfolgen ja richtig weil wir sie ignorieren können mittlerweile schon das ist ja schon länger so und aus dem grund provozieren in dem sing jetzt also ich persönlich keine verfolgung weil die genau weiß sie fahren uns nicht nach weil es eh für die fische ist es war ein bisschen just for fun mit singen jetzt aber ich habe jetzt da weder verfolgung noch schon irgendwas provozieren es geht es darum dass ihr auf und ab gefahren seid bei den cops dann wieder umdreht habt dann wieder zurückkommen seid dann wieder umdreht habt jetzt habt ihr den kopf verfolgt also ja ich verstehe dich schon nach es ist es ist ganz einfach grundsätzlich ist es so die polizei sucht euch und die und ihr die polizei das einfaches prinzip muss man auch nicht vier fünf mal hin und her fahren und singen und schreien und jubeln und weiß gott was vor allem beim suv mit am p1 bringt ja nichts also bitte hört auf damit ja das macht denen leuten auch keinen spaß wie ihr seht ihr werdet gekonnt ignoriert ich meine das dass sie uns bezüglich verfolgen jetzt ignorieren das war mir von einfachen klar ich meine das hat doch schon kopf selber zu mir gesagt dass sie zwei drei b1 gar nicht mehr nach fahren weil es eh nichts bringt wie gesagt da ist es einfach zwei um den spaß mit singen gegangen das war halt dieses provokante auf und abfahren dann dieses singen mir ist es wurscht von bis den ganzen tag aber das macht sich besser man sich macht es ja gezielt bei der polizei macht es ja nicht so ich war ja da bei euch haben wenn ich eben sogar beim amr am hauptplatz war das ist nachher auch die ist doch dasselbe ja am hauptplatz haben wir es auch beim fd und beim amr gemacht das ist ja nicht dass wir gezielt da kurz und seine leitbar sei da bitte nicht ja die frage die sich mir jetzt stellt ist jetzt losfahren oder nicht ja 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 die frage die ich mir jetzt stelle ist sollen wir losfahren ja radscrymoji dankeschön für das vip werden da hat einem chat geschrieben was das cop baiting ist wenn man polizisten absichtlich quasi jagt wo ist der der obermir moin so ich weiß um welches thema das da geht das habe ich auch schön ding sagt ich finde ich ziehe mal meinen hut und meinen respekt dass du das ap so schön ausspielst ich kann das auch verstehen dass das da unmut ist nur das ding ist ich kann den jetzt nicht ahnden aufgrund unseres regelwerkes dass er stehen bleiben muss ja man soll ja wie man soll realistisch handeln weiß wenn man mit 300 kamen auto rein rast dann ist kein blackout mehr da ist der kopf ab da ist nichts mehr vom körper vorhanden eigentlich wenn man darauf gehen ich war schon mal in der unglücklichen situation aber wenn du mit 30 40 kmh in real life irgendwo anfährst dann hast du auch schon schwere probleme ja ich weiß wenn man es nach dem gehen würde müsstest du rein theoretisch wenn du am hauptplatz jede ampel nimmst bist du dann quasi schon hast der trauma ja klar ja verstehe ich ja verstehe ich wir können nur schauen dass wir das regelwerk dann mehr daran anpassen in der aktuellen lage und situationen können wir nicht das ahnden ich kann eine empfehlung aussprechen und sagen jungs nächstes mal bleibt da stehen aber ich kann ihn jetzt nicht es ist kein fehler bei oder sonstwas gell weißt du was ich meine weil es steht bei uns ja klar ich möchte ja das jetzt ein eintrag bekommen ist ja unnötig aber kann ich auch nicht aber in dem fall ist es halt es steht drin gell für über blackout und überschlag muss man stehen bleiben sonst ist es nicht verpflichtend wird es auch weiterfahren können du hast dich entschieden es rp zu spielen wo was ich meinen respekt habe ich spiele es auch so aber in dem effekt hängt die entscheidung dafür bei einem noch laut unserem jetzigen regelwerk verstehst du ja ich verstehe ich verstehe das ich bin selber ein fan davon schön zu spielen aber vielleicht müssen wir da einfach wirklich regelwerk dann noch ein bisschen anpassen dass man sagt okay bei härteren unfällen muss man auch stehen bleiben jetzt muss man da muss man jetzt wieder einschätzen was ist ein härterer umfall das ist es eben aber ich verstehe das ich bin da selbst großer freund davon bleibt selber stehen personen aber laut unserem regelwerk ist es halt so dass wenn ich jetzt hingehen und sagt jetzt muss da was stehen bleiben das ist ja auch blödsinn und dann sagt er mir aber wo steht es dann sage ich so weiß ich sag dann heißt wieder ja der eine darf fahren aber ich nicht und sondern dann kommt wieder unmut deswegen wir handeln so wie es schriftlich dasteht er ist auch richtig so aber ich verstehe das aber wie gesagt vielleicht findet man da im regelwerk noch eine lösung dass man sagt gerade solche fälle alles klar dann wünsche ich noch viel spaß und schönen abend dann würde ich auch ja 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 ich wollte gerade hier mein auto auspacken ja ich sitze drin und das auto sofort weg ist auch nicht mehr in der garage warum auch immer es ist nicht mehr in der garage gar nicht das ist wie gesagt ich bin ich habe es kurz gesehen das auto also steht jetzt setzt dass es nicht mehr eingeparkt ist es ist rot markiert genau 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 wo aber dann mal nicht in der garage wir haben nämlich seit heute neues persistent script es kann sein dass da war was schief gelaufen ist ok ok ich bring dich zur versicherung und dann hast du es ok super der wolfie der wol wol wolf so bitteschön danke da ist er ja ich hab nicht genug scheiße ich kann dir geld bei der offroad verfolgen doch oder schütze benötigt negativ wissen genug einheiten bitteschön tut mir leid kein problem drei offroader vor ort zwei motorräder und ein high speed unit den blackout schneller triggern ja aber das hat dann immer das problem mit dem motorrad gehabt da hat es irgendwas hat es da immer dann da hat es ein problem mit dem das kann man machen den blackout aber das problem ist dieses blackout script das ist irgendwie so ganz komisch man müsste das so kalibrieren das ist actually gar keine dass das dass das erkennt dass das eine das ist eine bestimmte geschwindigkeit erkennt dass es halt wirklich immer auslöst sagen wir ab 200 kmh oder so ne das würde es halt actually wirklich besser machen weil dann vor allem dann passt du beim fahren hat auch ganz anders auf das ist es halt weil jetzt ist es einfach wirklich willkürlich ich sage halt wirklich absichtlich willkürlich weil manchmal löst es aus wenn du mit 100 in die wand reinfährst oder wenn du mit 300 reinfährst löst es gar nicht aus und wenn du ein auto hast mit voller banzung löst es quasi nie aus da musst du reinfahren mit voll karacho wisst ihr was ich mein chat wie schauen wir aus road to 15 likes haben wir das geschafft und so holen wir einen cj wenn nicht dann ja sie erst später cj willio danke robert 107 bei 107 bei 107 safe ist 107 bei 107 107 ist heute auch bei das ist sie vom unfall vorhin stimmt mit der wollte ich auch noch mal kurz reden hello mit dem muss ich ganz kurz reden ähm da war vorher eine situation eben ben ist drin gell ja da wollte ich dich nur darauf hinweisen dass das kein prop blocking ist in dem fall war es nicht okay weil die mir keine situation gegeben haben dass ich irgendwie flüchten konnte ja fand ich halt ein bisschen unfair ja gut ich meine das auto kann man wegschieben aber ja aber metallkontakt sollte ja so wenig wie möglich scheinen in der verfolgung ja richtig das stimmt schon aber ich finde in dem fall war es ein taktischer zugriff das ist das ist wenn du jetzt sagst du bist beim beim juve oder et cetera wo weil sonst dürfte man dich rein theoretisch auch nicht mit autos einbauen verstehst du ja ich verstehe ich verstehe war mein fehler nein es war kein fehler weil sonst hätte ich die situation ich wollte es dir nur noch einmal sagen der kopf ist eh drauf eingegangen aber er hätte jetzt nicht ja es ist ungefähr so wie wenn du jetzt da hinten in die garage rein fährst und dich da verfährst und die polizei stellt beide eingänge zu und du kommst halt nicht mehr raus dann ist in dem fall ach ich weiß ich wusste nämlich nicht mehr dass ich mich überhaupt verfolgt hatten die meinte dann nur ja von wegen die wären hinter ihm gewesen und dann plötzlich habe ich nur gesehen wie die alles zugemacht haben habe dabei selber nicht mehr mitbekommen dass sie überhaupt da waren und ich fand das halt zuerst ein bisschen ja ein bisschen unfair weil ich ja es ist es ist so wie wenn du in einen tunnel rein fährst und dann werden beide ausgänge zugemacht so ja wenn du jetzt beim verfolgen gesagt hast und was halt wirklich ist wenn die dort die barrikaden dort hin pflanzen dort und du kommst die unmöglich kannst du die weg machen dann ist es in dem fall ja aber jetzt mit einem auto eine ausfahr zu stellen am taktischen zugriff ist jetzt finde ich nicht block block oder nicht schlimm ja wenn du das so siehst ist alles gut brauchst keine angst haben oder sonst was ja ich hab keine angst alles gut ne ne du kriegst so ein bisschen ne alles gut ne brauchst keinen stress aber das war halt ja oder zum beispiel wenn da unten beide tore verstellt sind beim zugriff auf euch ist es ja auch kein block block ja verständlich weißt gut danke dir ok weil würde man jetzt sagen okay man pflanzt dort alles mit nagelbein dazu oder mit den barrieren oder so dann ist es halt dann ist es halt wirklich ne dann ist es mies aber so wenn du jetzt wirklich mit dem auto dort stehst wird schon wieder verhandelt fuck you waste das war gut tschö also orange ist zu 99% am EC-Zeit es war 54 wieder back 108 nach kochzeuge 57 im Faktiv außenfunk 3 ist anschein brau-grauner-wellen gewesen äh können sie bitte wieder holen frau-grauner-wellen äh tätig sein was der an wenn sie tut er wird wieder weg wenn sie tut er wird wieder weg graz greifen danke für das via bibern und blut die dankeschön upgrade sogar kuss das ist ein großes äh das stößt halt sauer auf und ähm so werden äh dann die anwälte natürlich beim pd auch immer äh nicht so gerne gesehen ne verständlich wenn die dann auch komisch reagieren oder sonstiges richtig und da ist man auch schon also es langt wenn einer geht ähm was dann im nachhinein privat wenn er aus da würde ich jetzt schon gerne da würde ich jetzt schon gerne Hachi um den herumstehen und der die da wäre jetzt wirklich so ein schönes Hachi irgendwie hier oder hier vor Gericht steht einer also dann vor der Person von ähm richtigen weißen Remis wieder da was sie sich dann untereinander vorher oder danach ausmachen äh an Strategien das hat nichts damit zu tun gut ähm das ist aber auch schon ein guter Punkt so weiter dann von meinem zweiten Punkt den ich hatte ähm bezüglich Gericht Fahrzeugflüchte zu müssen ins Gebäude da sitzt natürlich einer runter Richtung Autohaus geregelt bei der Tankstelle kann sie durchgeben ich weiß ja nicht müsste ich weiter mal nachschauen halt weiter zum China Denkmal ja aber China Denkmal vorbei das ist er mit seinen Kopfschmerzen immer noch Kopfschmerzen ja massiv Kopfschmerzen der Richtung Ocean der zum Ocean hoch runter Richtung Strand fährt Richtung Versicherung negativ negativ bei der Versicherung rein in der Versicherung drin Sackgasse was macht er? die Besten zumachen der kommt hier nicht raus die Einheiten sind vor Ort was sag immer einbauen einbauen wie kommst denn da draus? ruhiger Jungs ruhiger ja ja hat er es gewechselt? positiv hat er gewechselt positiv auf den Straßenragen auf den Evo ein Stück zurück der Straß der am Strand unten sie finden das super oh Gott echt warum? 45 einmal mit Rückfrage was mit dem Herrn Elias super hast gut gemacht Mike ja danke danke ich weiß hab's gesehen kriegen wir den irgendwie abgeladen weil der der Kollege auf dem Straßenmotorrad sitzt aus fährt weiter zum Mechaniker hat sich glaub ich so mit jetzt erledigt jo ich gebe 45 nochmal mit Rückfrage was wird hier in Elias super im Arsch ähm ich so ihr könnt jetzt ihr könnt jetzt jetzt einen spannenden ihr könnt jetzt einen spannenden Transport draus machen brennen besteht noch Sichtkontakt zum Evo wenn ja bitte 1020 auf könnt ihr machen und dann sitzt er fast in Richtung Hauptplan das wär jetzt aber ne geile Ding ja das hat richtig Kopfschmerz einfach vor mir weg einfach weg dann machen wir das jetzt ist aus jetzt ist schade das zweite oder dritte Mal ja ja der ist einfach weg vor mir ich bin ihm nachgefahren auf einmal ah da ist er hab ihn hab ihn wieder 1020 hab ich dann David kommt mal mit einem Straßenfahrzeug dazu fährt jetzt Richtung Gebrauchbahnhändler fährt Gebrauchbahnhändler ab Richtung PD jetzt flicked man hat was ist für deine Hände fährt jetzt Flieger Bank Hauptplatz lang fährt jetzt Flieger Bank Hauptplatz lang fährt links ab Richtung Israel Es sind ja andere Admins da, ich schau mal hier. Sieht wieder links ab, Richtung Hauptplatz Parkplatz. Sieht wieder links ab, reist aktuell um den Hauptplatz. Ist jetzt rechts abgebogen. Das ist der, was heute schon ein paar Disconnects hatte. Gefährt jetzt aktuell Richtung Gebrauchpfarrnhändler. Okay, warte mal, da schaut eh gerade der Ding. Ich geh mal zum Ivan Morton. Wechsel Fahrzeug, zumachen, zumachen, vorfahren. Moin. Ah, es ist ein Motorrad, okay. Ja. Ich bin an der Ampel, war umgefallen vor mir und dann... Was für ein Fahrzeug wechselte? Aufm, ähm, geht hier, wechseln auf dich. So. Merci dir. Brauchst du noch einen Clip oder passt das so? Ähm, zeig mir den Clip mal bitte. Ist der High Speed benötigt? Negativ. Aktuell negativ. So. Moment. Vielleicht mit der Bildschirmübertragung. Ja Moin, ich muss kurz raussuchen. Einen Ordner dafür. Die andere Hand, den hab ich nämlich auch noch. Irgendwo die Stelle, wo es war. Motorräder sind grundsätzlich sehr anfällig. bei 11 mit dem Grenzeichen 93 LOD 137. Ja, deswegen... Ja, ich weiß nicht. Heute ist das schon... Die Ampel. Du warst ja schon zweimal vorhin da im Support, deswegen... Also heute ist es bei dir mit... Mit der Internetleitung ist es halt bei dir, weil du bist jetzt auch grad herumgelegt. Na, was heißt... Was heißt Internet? Ich hab halt irgendwie gerade mies äh... Affaires Probleme. Das ist auch noch. Ja. Ich weiß nicht was... Zugelassen versichert. Zugelassen versichert. Zugelassen versichert. Zugelassen versichert. Geht schon? Den lassen sich unten drin. Den besten zumachen, der kommt hier nicht raus. Da fällst du unten und... Okay, du hast einen Blackout, ja. Deswegen bist du auch schon mal allein. Und dann hab ich halt... Danach war das Motorrad damit weitergefahren. Ja, grundsätzlich... Grundsätzlich ist es halt so, das ist jetzt... Kein Ding, wo man Ding... Wo man Admin ruft, gell. Weil... Du, die Ampel fällt um, das kann passieren. Und das Motorrad ist halt sehr anfällig, gell. Das kann... Ja, klar. Das kann vorkommen. Jetzt hab ich mal eine Ausnahme gemacht. Aber am nächsten Mal... Spielt man in dem Fall das AP einfach aus, gell. Ja, passt. Okay? Ja, passt. Merci dir. Jo, ciao. Ciao. Alrighty. So, wer war der zweite Spawnbug? Ganz schlimm heute. Hallo. Ist schon geholfen worden? Mir wurde schon geholfen, ja. Okay. Passt. Dankeschön. Okay. Stalken. Komm her da mal. Du Sau. Sag mir da mal, wie viele Parten ich denn in mein Gesicht hab. Sowas freches. 10, David. 10, 15, 10. 76. Mischen wir auf. Ich war schämt. Hab ich nicht gegen Gesicht gesagt. Ja, ja. Ja, ja. Die Falten sind im Ausschnitt. Ja, ja. Hä, ja. Scheiße. Edward 12, 21 David. Ich hab sie kommen. Äh, sind Sie in 5 Minuten auch noch am Missour? Positiv? Ja, check. Dann komm ich gleich mal vorbei. Wir wollten nur kurz sprechen, jetzt war es doch knapp eine halbe Stunde. Ja. So schnell verkehrte Zeit. Na ja, hast du ein wichtiger Team gewesen? HALBE STUNDE! Ich hasse dich, ich hasse dich so sehr. Oh Mann. Blöd. Oh Mann. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Oh, ich hasse dich. Oh Mann. Das ist eine Hassliebe, ist das? Ich sterbe. Was hast du gerade alles weggeschmissen? Alles. Der eine hat meine Hände, der andere ich glaube. SEBASTIAN! Ich bin bezahlt worden dafür. Ja, das war nicht klar. Das stimmt. Immerhin kann ich schwarzarbeitern. Ey, Sebastian! Ähm. Bei der Postleitzahl, es hört sich 18 mit dem Kennzeichen knallt. Knallt. Danke für 100 Euro! Robert! Nenn dich Robert107. Robert! Danke für 100 Euro Sebastian, mein bester Jütster aller Bester! Jetzt lassen wir es brennen und du packst den CJ aus. Er wird schon erwartet, mein Lieber. Die schlechteste Einblende auf ganz YouTube. Herzen in den Chat hinein, jetzt wird einmal angeradelt. Es wird geradelt. Es wird geradelt. Ach du Kacke. Laked45 einmal mit Rückflag an die Gingeinheit, die sich mit Herrn Elias Fuber unterhalten wollte. Das stimmt, ich wollte noch ins Autohaus rein sagen. Warte, ich schau mal wer im Autohaus ist überhaupt. 1590 Sekunden. 1590 Sekunden. Warte, schauen. 1590 Sekunden. 1590 Sekunden. Warte, schauen. Ahahaha. Warte einmal, da muss ich ein paar... Der Verwaltete nämlich nicht die Degen. Ich muss wieder mehr ins Autohaus. Real Talk. Solche Services. Ad. Der Rolls-Royce-Phantom wurde in DAWN-2X gefund. Ist die korrekte Modell-B-Leichnung. Der Rolls-Royce-Phantom wurde in DAWN-2X umbenannt. Passt. Wenn ich meine Jungs im Autohaus auch mal informiere über das Chaos. Kommen Sie. Was ist jetzt? Irgendjemand muss dafür sorgen, dass... Ja, Alter. Alex, danke für 5 Euro. Kannst du mal mit den neuen Autos rumfahren am Server? Ich will jetzt... Ich will jetzt nicht unbedingt ein Carback durchstarten. Vor allem mit neuen Autos. Will ich jetzt nicht bei 160 Leuten im Hochbetrieb um 20.42 Uhr. Da habe ich Bauchschmerzen dabei. Sag ich das so, wie es ist. Was ist da oben eigentlich im Ding los? Linken 59. Mit einem 1086 nehme ich Haneca. Mit dem Kennzeichen kein Urus. Abgemeldet und nicht versichert auf Manfred Brand. Ah! Das war... Grandes! Dahin! Ciao! Ciao, ciao! Runde 2 mit uns? Ja, tatsächlich. Genau, steigen Sie mal aus. Ihr geht heute schon ein bisschen auf den Sack, bis ihr das... Herr Brandt! Wie war's diesmal? 130 kmh und was ich noch sagen muss, Ihr Urus ist nicht angemeldet und versichert. Was? Ich krieg's Kotzen mit dieser Versicherung. Was wir jetzt machen können ist, dass wir einmal einen Abschlepper holen. Ja. Und der sie dann abschleppt. Oder ich begleite sie zu der Versicherung. Sie werden das tatsächlich an. Also... Sehr leer mit Duke. Ich hab das gleiche Problem und ich erzähl keinen Scheiß. Ich hab das gleiche Problem gestern oder für gestern mit einem Bugatti gehabt. Der ist oder war zu 100% angemeldet. Ich werd angehalten. Man sagt zu mir, der ist nicht mehr angemeldet. Ja gut, da ist das Problem, da kann ich leider nichts für... Nee, Scheiße, den hab ich tatsächlich abgemeldet. Scheiße, das stimmt. Ja, sehen Sie. Boah. Wir machen das so, ja? Ja. Sie waren ja heute so nett zu mir und haben eine runde Pizzastange. Wir machen das so. Ich begleite sie zur Versicherung. Wir melden das Fahrzeug an und dann gibt's noch eine Geldstrafe wegen den 130 km ein. Okay? Können wir dann einen Abstecher am Gericht machen. Mein Beifahrer muss sein Auto da holen. Von mir aus. Hauptsache wir fahren zur Versicherung. Danach fahren wir dann direkt runter. Das machen wir. Supi weiß ich gescheit. Super. Dann folge ich Ihnen und dann folgen Sie mir, okay? Alles klar. Danke. Supi. Linken 59 mit einem 1014 zum Versicherung. Bravo, Cordy. Das war jetzt wirklich freundlich, das muss man sagen. Bravo, Cordy. Ich weiß noch ein Auto. Den? Den? Den gibt's nicht am Server. Oder den gibt's nicht zu kaufen. Da steht noch immer das Auto. Da kommt kein Mechaniker. Sehr wurscht. Aber dieses Auto gibt's nicht. Also das hat's mal gegeben. Chief Street 1086. 104. Also mit dem, mit dem Wagen kannst du schon flexen. Mit dem kannst du richtig, mit dem kannst du richtig in die Hood reindriven. So richtig so. Was geht beim Bruder? Was geht? Neues, neuer Hit von mir. Was geht, Bruder? Da ist das Lied. Ähm, X-Ray NLK im Funk und frei. Wir sind alle im Gericht. Ich will die raus. Wo passiert, Bruder? Schönen Abend. Pass auf euch auf. Danke schön, Bruder. X-Ray NLK im Funk 1. Ich bin in der Information für euch. Ich bin gerade im Städtwürsen, habe einen Gefangentransport gemacht. Und hier im Foyer war eine maskierte Person mit einem grauen Karo-Amp. Ich weiß nicht, ob die auf dich gewartet haben. Ich bin jetzt eingeschlossen im Städtwürsen. Wäre ganz cool, wenn noch eine zusätzliche Einheit zu meinem Kollegen responden könnte zum Städtwürsen. Ja. Ja. Chief 3 ebenfalls. Responding. Ja, check. Dann responden wir beide. Drei, vier, drei. Ich bin mit 1919 bei der Versicherung. Moin. Moin. Ähm. Geht der Geldautomat bei Ihnen auch nicht? Warte. Ne, der geht nicht. Dann wird wahrscheinlich da nichts gesetzt sein. Da wird wahrscheinlich... Warte mal, ist draußen an der Wand einer? 22, David, ein Kilometer. Bingo. Ah, das... Okay. Okay. Dann war es mein Fehler. Okay. Gau. 22, David, 1076, Mission Mobility. Boah. 10, David, 10, 8. Boah. Eine Person hier vor Ort. Alex, Hashtag. Dann fahr mit einem Bugatti oder mit einem Lamborghini auf dem Server, bitte. Schwarzer Raptor noch vor Ort. Für 50... Für 50 Euro, ne? Den gibt's nicht. Ist ein Bugatti. Den gibt's... Den gibt's nicht zu kaufen. Macht sein Herz einmal in den Chat. Das müsste dein Fuchs sein. Einmal bitte ein dickes Herz für Jonas und für Sebastian rein. Vielen Dank an euch beide. Kuss. Die gefallen ja rein, nicht bei der Maut so rum. Aber hier. Das ist ein Bugatti. Das ist der neue Bugatti. Den gibt's aber nicht. Den gibt's nicht zu kaufen, ne? Also... Dem kann man sich schon mal die ein oder andere Verfolgungsjag gönnen. Wir bleiben erst mal stehen, oder? Äh, ja. Hüften ist nicht so seins. Ja, ne. Driften ist nicht so seine Sportart. Egal. Scheiß drauf. So. Was ist... Was war irgendwas mit dem Funk? Funk 2? Irgendwas war... Da oben los. Brennt's da oben? Himmelblau. Hugo, dann gehst du mal da rüber. Gibt es... Ich hab doch ne Frage. Gibt's die Barrieren... Äh... Gibt's die Linksweisen und Rechtsweisen? Oder sind die immer Linksweisen? Äh... Die sind immer im Prinzip in die Richtung, wie du... Schaust... Könnte eine weitere Einheit... Ähm... Mit zum Backup... Dann dauern sie praktisch direkt so vor dir auf. Ja. Ist aber geil, wie die Stadtwerke aktuell besetzt sind. Ist voll geil. Warum gibt's denn nicht, weil es ein Fehler auf das Modell ist? Den vor. Leider... Leider ein Fehlerhaftes Modell. Geil. Gerne. Haben wir gerne gemacht. Frage, was ist ein Pounder? Pounder? Das ist ein LKW. Was? Das müsste ein Abschlepper sein, glaub ich. Pounder ist ein Schlepper. Im Pound ist der Schlepphof. Ich meine auch, das müsste so ein Mechaniker Ding sein. Von der Größe. Frage, wie war dein Name nochmal? Was? Die Kollegin sagt der Pounder. Das ist der LKW mit dem großen Kasten als Aufflieger. Okay, check. Ich feiere das aber echt auch, wie stark die Stadtwerke besetzt sind. Wie viel sind denn überhaupt da? Was? Neun Leute von den Stadtwerken. Check. Die Stadtwerke sind stärker besetzt als AMR, FD, Mechaniker. Alter. Dass ich das mal erleben darf. Krass. Also, dass ich das mal erleben darf, Jet, ne? Holy shit. Oioioioi. Warte mal, was ist? Schau mal wieder aufs County. Da oben kochen sie einfach unbeeindruckt. Edward 12, informativ. In der nächsten Position. Die Panikwarten ist negativ. Die haben... Ah. Jetzt verstehe ich das. Die haben da einen Wachposten. Da oben kocht er. Er kocht da. Ja, machen wir. Und die haben da hinten noch einen Wachposten. Das ist aber geil. Also, die haben da die ganzen Wege abgekappt, quasi. Na, seht ihr? Okay, okay. Das ist schon geil. Die kochen da quasi in der Gemeinschaft. Mega. Gefällt mir. Da kann man nicht meckern. Wer ist denn im Autohaus? Alles da. Der gute John. Der gute John. Abstand 01. Da waren wir schon. Das sind die Stadtwerke. Das Kartell stimmt. Da waren wir heute noch nicht. Keiner da. Ich finde das echt witzig, wie sich die Mods darüber beschweren, dass ich... ...sich nicht begrüßt habe. Ich lese und weiter ignoriere. Eleven David würde mal Neo1 in die Luft lassen. The Weave Gang. ...untergestürzt und hat sich überschlagen. Die Theater wurden anspitzend durchsucht und vom Arm versorgt. Die Staatsanwaltschaft fordert 55 Monate wegen Mittelschwärmen raus. Ja, vielen Dank. Herr Reddington. Herr Reddington. Die Anklageschrift soweit verstanden? Jawohl. Wie bekennt sich jemand dann? Wir blickieren auf nicht schuldig. Möchten Sie sich jetzt erklären oder später? Das würden wir gerne im Verlauf des Verfahrens machen. Okay. Herr Schott. Beweismittel Zeugenaussagen? Ja, Zeugenaussagen. Beweismittel Zeugenaussagen? Kling und Griff D8 mit der Frage, können wir auch schon abwarten? Also, was ist das gleich vom Check her? Perfekt, einfach. Die Stattung war dann herausgekommen. Am 2.16.2022 um ca. 22.30... Am 2.16.2022 um 22.38 der Alarm der Fliegerbank am Westway ausgelöst. Ich bin noch eine Frage, könnte ich eine CD-Einheit im letzten Dispatch kommen, dann müsste das Fahnen von der Verfolgung sein, wo er aufgestiegen ist. Kennzeichen und auch Julia Neuberg zu Gastronomie nachgelenkt hat. Bekamen vor dem Nachkommen und zählte übergaben um 22.51 die Geiser und flüchtete. Nach kümmerte ich mich um die Geiser und gefragt, zu den Geschehnissen in der Verfolgung beziehungsweise Verhaftung war ich nicht da. Ich ziehe ab Ende. David fährt einmal zur Verkicherung und fragt das vorzugebige Faktor. Zu dieser Zeugenaussage? Nein, alles klar. Herr Schatz, weitere Zeugenaussage? Die haben wir hier auch. Schon wieder von einem Officer... Möchte jemand mit in hier wohnen? Der Name nämlich ja, Escort-Boy. Die Marshalls schwer, schwer bewaffnet. Tja. Wer ist da? Der hat sich bei uns beworben. Ich habe mal eine Frage? Bitte. Sie haben nicht zuvielgeweise einen blau-braunen Van nochmal gesehen. Nochmal nicht. Okay, der ist nicht mehr rumgefahren, gut. Weiß ich Bescheid. Na gut, ich komme auch gerade vom State Prison, deswegen kann ich nicht genau sagen. Ne, aber hier ist soweit, sonst nichts gewesen. Okay, gut, danke. Also für maximal 10 Minuten, 10-10. Okay, 1-10-8. Moin. 8-13-19. Was können die Stadtwerke alles machen? Stromausfall reparieren, werden halt zu den Einsätzen dazugeholt. Ja, reparieren alles, was halt Stadtverwaltung ist, gell. Wir haben halt so noch ihre Aufträge, NPC-Aufträge. Werden zu Bränden hinzugezogen. Ja. Dies, das Ananas. Okay, 8-4-10, sehr willkommen. So, einmal dann viermal Wasser. Danke. Was sonst, Salami oder Schinken? Ne, ne, ne. Acht Salami und acht Schinken. Keine Tonfisch. Ich gebe dir den mal zurück. Ton, Tonfisch. Bäh. Okay, Worn, für 10-10, willkommen. Ich weiß noch nicht, wer es ist. Der Olli. Schon mit Fahrgelegenheit oder schon nachgefragt? Der Olli schaut aus wie der Hitman, ich schwöre. Sieht er nicht aus wie der Hitman? Wenn du jetzt am Hinterkopf noch so einen Strichcode hättest. Der Hitman halt in Farbig. Der Hitman wäre so Käseweiß. Alles Gute, ein Kollege ist schon hier, der macht das mit ihm. Heinrich, danke für 1 Euro 2 Cent. 10-4. Dankeschön. Dann lass ich mich mal gucken. Da oben ab. Da knutschen sich welche. Ach, die Biker. Ach, er ist schon wieder da. Stalken. Er telefoniert, aber er telefoniert nicht. 18 und 11, David, 10-7, Airborne, 10-8. 10-1, äh, 10-4. Moin. Moin. Eine Frage. Wir hatten ja eben das Ding mit dem, äh, Bait mäßig. Mhm. Wie ist denn das? Darf ich jetzt zum Beispiel gar nicht mit meinem P1 mich an den Hauptplatz stellen? Weil ich stehe auf der Fahndung. So, ich bin mit dem Wagen von abgehauen. Und ich sag so, P1 ist der beste Wagen zum abhauen. Ja. Heißt das jetzt? Ich... Nein, das heisst nicht. Nein, überhaupt Baiting heisst, du gehst einfach auf die Jagd nach dem Polizisten. Wenn du dich da hinstellst und die entdecken dich da und du haust ab, ist es doch kein Baiting. Ja gut, weil mir wurde halt damals mal gesagt, weil ich mich mal mit meinem P1 hier am Hauptplatz gestellt hatte. Äh, ich weiss nicht, ob ich davor verfolgt wurde, aber ich hatte mich mal, äh, doch irgendwie mal verfolgt. Da hab ich mich in einer halben Stunde am Hauptplatz gestellt mit dem Auto. Ja, halt euch. Und dann wurde halt gesagt, ja hier, äh, Baiting und... Deshalb frage ich da jetzt lieber wieder nach. Also es geht ja in Falsche, in die Fall... Es geht nur darum, dass man nicht provoziert und so herumfährt und die anhobt oder drei, vier Mal herumfährt und weiss, die kommen nicht hinterher oder was auch immer. Es ist provozierend, aber wenn du dich da hinstellst und die entdecken dich, dann ist es doch kein Baiting. Nein, nein, gut, alles klar. Ja, eben. Wegen der Aussage von... Okay. Hey, wie auch immer das gesagt hat, das ist nicht so korrekt. Ja, perfekt. Äh, Servus. Kannst du? Ja. Ähm, das war damals, weil du dich fünf Mal wieder hierher... Oder vier Mal bis vier Mal wieder hierher gefahren hast. Nee, das meine ich nicht. Und hast dich immer wieder her. Hm? Das meine ich nicht, das war ein anderes Mal, wo mir das gesagt wurde. Okay, gut. Das war ein anderes Mal. Gut. Aber nur weil du auf der Fahndung stehst und dein Auto fährst, heißt das nicht, dass du dich da nicht herstellen darfst, das Campade. Ja, eben. Nee, weil wir halt fünf verfolgt wurden, deshalb. Nee, nee, nee. Ja, nee, gut. Alles klar. Okay. Danke. 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 Oh, Gott. Was hast du gegeneinander. Damit du dich erschossen hast. 45 für 10, insulin bekommen. Sm�. F*** revist du, 근 schm. mirrors und die Nebenstars sind unangenehm. Oder und die Elemente das feiert. Hier ist es jetzt. Adam, 45 für 10, insulin bekommen. Mensch, 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 mein. LAKEN 46, 10, 76, 10, 15, state prison. Adam, 45, 10, day, willkommen. Ja, hört dich. Habt ihr die Möglichkeit mit den Scout hier noch zu verlegen? Ne, grad nicht. Wir sind grad noch 10, 19 Mission Row. Wir warten hier grad mal eben eigentlich kurz auf die Kollegen, dass er draußen ist. Ja, 10, vordern, bitte einmal Lightsternblatt anpassen. Ich hab ja jetzt einen Wettbewerb vorgelegt, dann wird er da unten gemacht Und das ist kein Klang, weil ich das so schön brauchte. Dann muss ich einfach mal die Klingel, die ich noch nicht mehr glaubte. Die Klingeln, die wir in die Klingeln haben. Ich hab ja noch mal reint. Der Klingel von Liquid45. Der Klingeln von Liquid45. Ja, zug嘛, habe ich ja. Elias Cooper hat zu tun gehabt. In welchem Zeitraum? Äh, Zeit 1. In welchem Zeitraum? Äh, ja... Schade, dass man da nicht so ne... Dass man da nicht so ne Bananenschale hinlegen kann. Das wäre schon irgendwie sexist. Das wäre schon irgendwie sexist. Und hat ihn als Täterstatus übermittelt. Aber da kann ich ihm helfen. Okay. Er hat nicht vor, also klar. Dann arbeiten wir jetzt mal weiter. Officer. Geht jetzt noch jemand von den Linkens für den Scouting oder wie? Moment bitte. Ja. An Linken 59 wird in Scouting gehen. Du kannst ja gegen die Person nichts mehr machen. Die ist ja verstorben. Was hat Lustig wer wäre die Tür zu machen? Wenn nicht mehr rauskommt. Ja. Wie war's denn? Wir sind nicht mehr raus. Hm. 59 10 76 in 최tauropa. Oh, okay. Ah, bist du schon da? Danke. Hörst du da zu zweit schon? Ich bin ein Mal. Das war dein Ending-Gesuss. Wir haben gleich die Names anbauen. Herrlich. So. King 4 wieder Ten-Aid. Am Scheißhäsel eingesperrt. Du musst dir vorstellen, du bist am Klo eingesperrt. Bei den Mechanikern. Hans Hack? Ja, zum Glück wieder bei uns. Hans Hack? Alter. Willst du bist der Tod und scheidet. Was ist dein Lieblingslied von Rammstein? Liebe Grüße aus Bayern. Sonne. Sonne ist nicht nur von Rammstein mein Lieblingslied, sondern... Also ich finde das super. Mein all-time-all-time-Favorite. Also allgemein. Also wirklich mein absolutes Lieblingslied. Of all time. Wirklich. Adam 45, 10-15, 10-76. Dieses Lied kann nichts doppen. In meinen Augen. Deswegen. Ich will. Brauchst du bei Schwertransport eine Unterstützung oder geht's zur... So. Der fährt da mit. Moin Meister! Mit dem mach ich mal einen Überfall. Ist das geil, leider. Moin! Entschuldigung, lassen Sie da gerade Ihr neues Auto proben? Bitte? Lassen Sie da gerade Ihr neues Auto proben? Meinst du den Traktor da hinten oder was? Nee, das wird das neue Admin-Mobil. Cool, bin ich dafür. Das wird auch mal Dein Auto werden. Passt zur Haarfarbe, passt zur Haarfarbe. Stimmt, rostig. Und zu meiner Brillenfarbe. Ja, das ist es auch. Unsere Glatze freut sich auch. Ja, die bestimmt auch. Wie geht's dem dritten Knie? Jees! Ah, herrlich. Und was Herr Silowicz meinte, er ist nämlich fünfmal wieder zum Hauptplatz gefahren. Und da haben wir ihn damals angezählt. Mhm. Ja, aber er fragt jetzt, wenn er zum Hauptplatz fährt, so ist es ja nicht. Nee, so ist es ja nicht. Aber er ist ja bei uns damals andauernd abgehauen, hat sich dann wieder am Hauptplatz hingestellt, dass ihn eine Streife findet, ist dann wieder ins Auto, ist dann wieder losgefahren und das hat er fünfmal oder so gemacht. Ja, gut. Und er hat das immer wieder so provoziert und ich glaube, da hat der Wolfie oder so. Aber keine Ahnung, ist ja auch egal. Naja. Ja, das provozieren muss halt nicht sein. Aber so... Naja, wenn er sich jetzt einmal so hinstellt, ist ja kein Ding. Nee. Okay. Ja, mehrmals hinstellen, ist ja auch kein Problem. Okay. Richtig. Na gut. Yo. Grüß den. Yo, Bast. Küssi. Der Scheißhaus Kurti. Das geht noch immer nicht aus dem Schädel. Wissen dort... Wissen dort gerade er aufbockt hat. Der Scheißhaus Kurti. So geil. Feier ich jetzt schon. Prison. Ich wäre gerade mitten in der Kreuzung wieder stehen blieben. Just saying. Ging von 10.86 am Hauptplatz von einer KTM ungeteilt. Ha! Ja. Ja. Er wurde mit der Information inaktiver Kocher in der Spalte. Also die Startwerke sind da. Ja darunter. Für das Moppel ohne Kennzeichen t! Bei der drüben. Show' wir rummattert! Matt! 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 So'viel Matt. Matt. Matt! Matt! ich schaue polizei ich lasse mich mal kurz schauen gegen lebt im streifendienst fahren sie herr officer bitte fahren sie fahren sie fahren sie aber mit betracht das werk hat sich schon das ist stadtwerke der ampel reparieren die sachen machen du hast eine was von mir überlesen nee ich habe sie nur noch nicht vorgelesen aber was mache ich jetzt leon mit 99 cent dankeschön dankeschön willst du also konnte die du hast also die habe ich wirklich scheiße die habe ich überlesen i'm sorry du hast ja zweimal hier danke für 499 du hast wenn ich euch da demonstrieren könnte wie ich da gehadbanked habe live wenn ich euch da demonstrieren könnte wie ich da gehadbanked habe live titel heimer gif ich habe gerade gif mit zwei f geschrieben ich voll horst und gif vom titel ich schwöre es euch ich bin am konzert gestanden chat so wirklich so ich bin in die hocke gegangen weil du hast und habe so und habe bis aufs knie drauschen wie er er ist so auch sofort gestanden und ich bin da gestanden richtig geil ja ich bin sogar noch mehr abgegangen kannst du mal sandra schrecken bitte ach dein girlfriend ja 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 die ist gerade da habe ich vor einem vorbeigefahren ich musste mal suchen adam 60 mit einer frage hat jemand die aktuellen preise von den drogen wie sandra oder so heißt die ne war das sandra mit x ich habe die a irgendwie so oder was ist so schön auch hier am highway 22 david mit der frage in die king einheit oder so richtung inaktiven kocher schon oder geil wäre wenn du mal so ein wenn du mal so ein auto in die in die auch ich bin noch am hauptplatz werde ich gebraucht ja 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 die r1 hat vorhin einen inaktiven kocher durchgegeben erstmal nur der verkehrskontrolle können sie mir den standort einmal durchschicken was als ob sie das nicht gesehen haben vorhin schauen heute nachmittag roof roofers der grenzkontrolle rausspringen ich hätte schon bock die mädels zu erschrecken wo gewonnen bilden hey darren ja wahrscheinlich da stand gestern auch schon mal ein kocher war der war auch total inaktiv ganzen tag abibi was ist dein lieblingslied von ramstein meins ist sonne habe auch vor kurzem erst angefangen habibi meins auch bruder danke für den euro mani banani geht ein rocker in den blumenladen und fragt wo sind guns and roses im zylinder ja den abschleppen oder sollen wir trotzdem mal anfahren ja wir bräuchte einen perfekten moment um die mal richtig zu erschrecken hoffen sie nicht extra anfangen ja schade das ist kein tunnel der tunnel ist immer so schirr wenn sich ein mensch eingeengt fühlt wir haben gleich 1800 likes auf jet road zu 20 likes das schaffen wir aber das schaffen wir locker easy ich weiß dass ihr das könnt weil ihr einfach die besten seid no schleim an der stelle jetzt geht es richtung tunnel wo geht es jetzt hin wo geht es jetzt hin wo geht es jetzt hin mädels also auf der gegenspur oder was irgendwas Oh man, das wäre perfekt gewesen, wenn die da jetzt reinkommen. An den Strand. Ah, Mädelsausflug an den Strand runter. Da kriege ich mich schon. Ja und jetzt? Aha, und jetzt wieder zurück. Die wissen aber auch nicht, was sie wollen, ne? Was machen die? Schau mal, die wissen absolut nicht, was sie tun. Was machen die? Die G-Klasse da herumtreten. Zeigen, was sie kann. Dann geht's ins Deiner. Komm, ihr habt doch Hunger, Mädels. Ich weiß es ganz genau, dass ihr Hunger habt. What the fuck are you doing? Und was meinte er? Amateur wird auf jeden Fall mit ihm reden. Das ist so nicht, dass es so nicht sein kann. Oh. Okay. Stalken. Oh. Ja. Ihre Stimme ist halt wirklich so niedlich. No joke. Was denn? Nämlich. Alles gut. Alles gut. Sie kann eigentlich Pikachu nachmachen. Die Stimme ist halt wirklich so cute. Kannst du Synchronsprecherin sein, Sophie? Irgendwas niedliches. Das ist besser. Dann schaut sie so. Der Rollstuhl. Tschö. Warte mal. Ich werde. Aber sie spielen das RP schön aus. Während des Wal-Mart Ist-Highway-Walmart-Stadt-Ein wird es noch einspurig befahrbar. Eins. Zwei. Zwei. Dein Formel. Ne. Und süß wie die Mädels der RP spielen. Ich hab jetzt halt übel die Probleme. East-Highway-Walmart-Stadt-Ein wird es noch einspurig befahrbar. Aktuell. Ah, da hat er dann nichts mehr gemacht. Ist nicht klar. Ja. So, warte mal. Die waren zu zweit. Das heißt. Genau. Selin. Ich suche sie. Genau. Wo ist der Hubschuhl? Also ich bin hier irgendwo, hab's letztes Mal Sichtkontakt gehabt. Okay, warte mal. Was war passiert? Tja. Ja. Ich frage mich auch. Ich weiß, es ist, es ist, ein bisschen, bisschen. 207 ist sie. 207 ist sie. 207 ist sie. Ah. 11, David, back to the night. Mach code 0. Moin. Ah. Juhu. Find ich. Da hast du aber ein bisschen starken Pflanzenwuchs zu Hause, hä? Ah. Moin. Guten Tag. Habt ihr gut gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Das hab ich als Pilot vom Beif... oder Co-Pilot vom Nümer auch immer gesagt. Ich auch. Also nicht ich, aber gut. Äh. Jo. Muss ich meine Verletzungen jetzt ausstehen, oder? Nö. Moin. Okay. Grüße. So. Dann beide, bringen wir mal beide einfach zum nächsten Helikopter an der Platz. Genau. Ich mach mal hier schnell weg. Ist er gut versteckt. Jetzt ist er noch besser versteckt. Jupp. Gut. Das heißt, du bring jetzt Palito. Palito, genau. In die Zelle mit mir. In die Zelle mit mir. Nein, nicht der. Dicht. Ah. Moin. Jetzt ist mein Fallschirm geöffnet. Und der zweite war Mimo. Und dann will ich kein Fallschirm mehr. 20 today wird mal kurz nicht ansprechbar. Perfekt. Passt. Dankeschön. Jo. Wobei ihr braucht die Versicherung, gell? Also ihr braucht die Versicherung wieder. Ne, ich hab nen Heli. Ich hab nen Heli. Machen wir dann nachher so. Dann passt es. Gut. Passt du. Danke. Danke. Du hast deine Drohne überlesen. Noch eine? Nö. Ich hab deine Drohne damit du hast. Hab ich vorgelesen. Und die mit dem. Mit liebe Grüße aus Bayern. Du hast insgesamt. Hast du 9,98 Euro gespendet. Was? Es waren noch beide. R1 wieder Back 10,8. Hab ich mich schon. Da. Da hab ich mich schon für bedankt. Mein gutster. Falls es noch eine ist. Weiß mich hin. Aber ich bin gerade runtergescrollt. Ich hab's nicht nochmal entdeckt. Was. So warte mal. Ich wollte nochmal zu Sandra. Was. Wird jetzt im Meer versenkt. Warte mal noch. Funktioniert eigentlich oftmals besser, wenn man im Ghost Mode sowas macht. Weil da. Im Ghost Mode hört man mich. Im Ghost Mode hört man mich. Das ist der Scheiß. Kann man auch ein Spiegel sein. Ihr Mölchen. Tja. Und die 5. Der hat die 6. So warte die ich heute auch Gibi gesagt habe. Sonst. Müsste mich actually von oben runterfallen lassen. Ich glaub das. Ich glaub das wär etwas was. Was wieder mal gut zirkt. Da versteh ich auch nicht. Viele Leute würden halt. Auch wenn sie in Europa wären. Weiß du. Die würden so gerne an den Strand gehen. Aber hier ist der Strand so wenig gemütlich. Das ist so schade. Weil das so schön ist. Am Hauptplatz mit einem Traktor. Ging 15 Reihen. We spawning beim letzten Fahrzeug. Gipschall 800 Meter. Ach so schön. Fahrzeug Gipschall von BD. Kannst du mal die Seite zeigen wo die Donis stehen? Eher ungern. Das macht halt keinen Sinn für mich. Wenn ich jetzt da oben ein Auto spawn. Problem ist halt. Gipschall 59 informativ. Zwei Motore. Radfahren. Gipschall 4. Wisste was auch geil wär. Im God Mode. Im Ghost Mode da vorne. Dann Auto spawnen. Gipschall 4. Das ist sehr sicher. Rückkehr Frage. Traktoren sind nicht Fahrtäutig. Nicht Fahrtäutig. Das Problem ist halt im Ghost Mode hört man das. war jetzt irgendwo das ist gerade so die stimmung ist es so schön jetzt wird sie da so die kante gehen auch schon mein pech an es gibt es ja nicht jetzt geht es wieder weiter der war perfekt das war perfekt das ding in meiner hand geflogen das ding in deiner hand oh das hängt dass ich gerade mit dem herzen zu sehen nicht nur deines komm mal weiter bitte gerne bitte gerne habe ich gerne gemacht und tschüss und tschüss komm heute lange entspannen und jetzt wieder mein herz tut so weh du bist wirklich gerade nackt alter kommt der zerriss ja also ich glaube ich glaube die mädels habe ich dezent hart erwischt glaube ich halt bin mir nicht sicher aber ich glaube das hat richtig durchdruckte ei 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 die armen die armen die armen die armen den das ist es ist die armen die 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 Wie machen wir das denn dann bei dem mit den Prozenten? Ich hätte schon kein... Ich hätte keinen Bock, die Sieg ist... Linken 59, 1086 Cent. Oh ja, Steffi. Oh Mann. Ist gekippt. Perfect. Die hat's halt mies zerrissen, ey. Krise, Krise, Krise. Ich krieg die Krise! Alter! Boah, mir ist die Zigarette aus der Hand gefallen. Ahaha! 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 Nicht nur im AP, mein Güter. Ahaha! 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 Also irgendwie möglich zu nehmen. Angemeldet und versichert auf einen Victor Shield. Kannst du bestätigen, dass es definitiv Stadtwerke war? Bestätigen! Oh mein Gott. Alter. Ich habe mir gerade in die Mose geschossen. Oh mein Gott, ich brauche eine frische Windel. Der war aber gerade vor, und der hat so perfekt fast. Jawohl, geht zur Landung. Ich glaube, ich schmeiß dich einfach ins Hafenbecken und dann bist du auch sauber. Das ist eigentlich eine geile Idee. Legt euch aufeinander. Spaß miteinander. Wir legen uns aufeinander und haben Spaß miteinander. So ein Ding ist das. Oh Mann. 22 David wieder mit Zeit. Fahrzeug, die Scheiße, in die Chance. Mit dem Kennzeichen, legal. Ich will fährt an, 41 weiter. Angemeldet und versichert auf Lars Lachlich. Ja. Yes. Danke. 140 Meter für Kranchi 2 David. Ich habe da draußen her sitzen und er ist einfach mit runter. Ich war tief aus dem Wagen, wurde von uns auf die Air One geschossen, glaube ich. Von dem Patienten da drin habe ich wieder hochgeschickt. Davor, vorhin sehr auffällig, ein Taho oder sowas rum. Ein Goldfarmener, ne? Genau, ja. Sehr auffällig gefahren. Ja, an der Tankstelle. Das ist der ganz rechts mit den Dreadlocks. Ja, der fällt ja schon die ganze Zeit rum. Der hat ja höchstwahrscheinlich gerade aufgetan. Und wir sind gerade wieder eingestiegen, was ich. X-ray 5, 10-Funk 1, benötigt einmal bitte eine PD-Einheit beim Supreme Court zum Ausstellen von Sozialstunden. Hallo. Kommst du mal mit? Edward 53 mit einem Tati-Six am East Survey bei der Poster 260-48 mit dem Kennzeichen, kein leeres DPD. Blut die Daumen. Edward 12, 10-76, Supreme Court wegen Sozialstunden. Angemeldet und versichert auf Lars Lachlich. Warte mal, wir gehen mal nach hinten. Auf der steht gleich auf. Guten Morgen, guck guck. Klingelingelingelingelingelingelingelingeling. Die Eier, meine Star. Die Highspeed-Unit, wenn du nicht weg musst, wäre es gut, wenn du mitstehen bleibst. Geil. Läuft. Der scheiß Funk. Er will nicht. Digga. Meister. Er will nicht. Dann stellen wir halt kurz einen Counter. Gebe ihm jetzt noch eine Minute. Eine Minute und sonst kickt man ihn einfach. Finde ich in Ordnung. Wenn er aufs Klo geht, dann kann er sich ans Klo stellen. Wenn er rauchen geht, dann kann er rausgehen rauchen. Aber er setzt sich einfach hin und ist nicht ansprechbar. Mein Güter. Er darf gläßigen. Bye, bye. AFK. Not allowed. Ich glaube, wir haben noch 30 Sekunden oder so, ne? Hallo. Oh, so. Glück gehabt. Da hat er aber Glück gehabt, der Bub. So, warte mal. So, kommst du mal? So. Bitte. Jetzt bitte aufs Flüstern rausgehen und wirklich reden, weil sonst hört dich keiner. Jawohl. Dann schildert er nochmal die Situation und wir sind jetzt da. Also ich habe gerade den Kollegen, der da drin liegt, den habe ich mit runter ins MRT genommen und dann ist besagter Herr einfach mitgelaufen, obwohl er keine Verletzung oder sonstiges hatte und nicht aufgefordert wurde, mitzukommen. Dann habe ich ihn lieb gebeten, einmal wieder hoch zu gehen in den Wartebereich und auf seinen Kollegen zu warten. und kurze Zeit später habe ich ihn im Rollstuhl runterfahrend wieder hier im Runtergang gefunden. Statement? Also. Ich bin in den Wartebereich vorne gegangen und da stand der eine Rollstuhl. In den habe ich mich reingesetzt, wollte ihn zur Seite fahren. Dann habe ich mich reingehockt und auf einmal bin ich unter die Welt gefallen. Wäre toll, ja, danke. Ja, und dann war ich unten drin und bin ich halt wieder hochgefahren. Dann habe ich ihn dann direkt da in die Ecke abgestellt. Okay, das ist jetzt das Zweite und warum bist du vorher dann nachgerannt im Arzt und rund an MRT? Äh, ja, wie gesagt, ich bin halt mit runtergerannt, weil es ist halt mein Bruder und deswegen dachte ich, ja. Aber der Arzt hat ja eindeutig gesagt, du sollst nicht mitkommen. Richtig. Hä? Ich war doch unten und da hat er gesagt, ich soll wieder hochbekommen. Ich bin wieder hoch. Genau, ja, aber verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber im Krankenhaus, da steht auch Personal, also nur Personal erlaubt an der Tür. Wenn Sie keine Verletzung haben und Sie keinen Arzt bitte mitzukommen, dann rennen Sie doch nicht einfach runter, oder? Das Krankenhaus ist eine Safe Zone. Das heißt, dem ist, egal was da drin ist, dem ist Folge zu leisten. Im PD kannst du sagen, ja, ich scheiße auf euch, ich habe keinen Bock jetzt mitzukommen. Keine Safe Zone. Aber ein Krankenhaus ist ein friedlicher Ort und eine Safe Zone. Das heißt, trotzdem jegliche Anweisungen, Folge zu leisten. Das ist jetzt für dich kein Eintrag oder sonst was, ist es für mich jetzt einfach nur, dass ich dir für die Zukunft sage, okay? Ja, klar, ich bin ja auch direkt wieder hochgegangen. Das mit dem Rollstuhl war halt irgendwie dumm, dass ich da nicht mehr gefallen bin. Ja, das... Ja. Das habe ich schon beim Hochfahren gemerkt, dass ich immer wieder in die Wand reingeflogen bin irgendwie. Die Rollstühle sind auch ein bisschen komisch. Da kann man Homeland auch rufen. Ja, ich dachte halt, das ist schon bekannt. Ja. Na gut, passt. Jawohl. Was war beim anderen da? Hast du den schon gefunden? Ja, das war von uns, von Coziro. Okay. Ach so, das haben sie nicht gemeldet. Ja, richtig. Meine Güte. Passiert. Das darf nicht passieren. Das sind für mich immer die größten Helden, die zuerst ein Ehr rufen und dann aber in Support schreiben. Aber uns nicht Bescheid geben. Es war, äh, äh, es war ja nicht Mimo, es war Selin. Also... Ach so, ja gut, dann verstehe ich. Ja, alles gut. Okay. Ja, hier riecht das nach Bugatti, nach Billigem. Ach so. 154 Likes fehlen noch. Wenn man die Tür hier bei deinem Auto aufmacht, sich anhört, als würde ich, keine Ahnung, ein ganz altes Auto aufmachen. Und? Das beste Kompliment hört sich so an, dein Auto, wie wenn ich eine alte Autotür aufmache. Stell dir vor, dein Girlfriend, du kaufst dir ein neues Auto, deine Freundin kommt zu dir und sagt so, jo, datz, dein Auto hört sich an wie ein altes Auto. Oh yeah. Ah, jetzt ist es. Ja, jetzt ist es nicht. Ja. Ja, jetzt ist es richtig, ja. Ja, genau. Ja, ja. Ja, jetzt ist es für euch. Ja, ja. der überhaupt nicht es ging sogar so kurz so weit, dass er ein bisschen ausgeschweift ist als ich gesagt habe, ich würde aber euer Ehren schon bitten, dass wir die Verhandlung auf eine respektable Tonart führen dem hat sie dann stattgegeben weil es gab schon gewisse Ausschweifungen die echt heftig waren von Ihnen oder vom Staatsanwalt der Staatsanwalt hat diese Äußerungen, also diese Tonart an den Punkt gelegt und ich habe halt den Antrag gestellt Achso Vor Gericht ist geschrien worden Vom Gericht ist zugangen mit Krallen und und Messerklingen wurde zugearbeitet Yo Ich werde auf die 20 Likes die könnte man noch backen die könnten wir noch backen actually ich glaube da ganz fest daran im Moment sind gerade alle friedlich und es wird und es wird schönes RP gespielt Digga, es geht gar nichts mehr Moin Servus Was ist passiert? Ich bin gerade eben, wir haben ein Rennen gefahren und auf einmal wurde ich vom Erdboden irgendwie aufgeschluckt und war dann irgendwie im Wasser bin dann irgendwie wieder hier oben gelandet und jetzt kann ich nicht mehr einschränken sperren wir mal bitte auf da ist er offen das ist ja das Problem Ja der wird immer da rüber Mir fehlen da auch sämtliche Texturen da oder? Also als ob da das Auto weg wäre keine Ahnung Warte mal So, sperre jetzt nochmal auf bitte Okay, das funktioniert jetzt einmal Ja Warum? Du spielst auf einer HDD oder SSD? Äh, SSD Auf was? Auf einer schon zweite Generation Weiß ich gerade ehrlich nicht auswendig muss ich mal schauen Also die PCIA gemountete Okay M.2 oder wie? Mhm Also die was man auf PCIA tut Ja Okay Grundsätzlich das kann passieren ich habe da aber selber gerade Missing Text Das ist f*** Ja Was passiert wenn wenn es mit den Texturen waren Ihr wart wahrscheinlich sehr schnell unterwegs Ja Das passiert wenn Texturen nicht nachladen beziehungsweise gewisse Objekte nicht nachladen Auf Nicht schnell genug das heißt wird wahrscheinlich der Speicher sein Danke Jetzt hatte ich damals das Problem wo ich noch eine HDD hatte und nicht die gewisse Schreib- und Lesegeschwindigkeit hatte und jetzt wurde ich auf die neueste Generation SSD und wirklich nur GTA auf der SSD habe habe ich die Probleme nicht oder das ist zumindest du im Fall Okay Ja dann werde ich schauen dass es mal bei mir gemacht wird Ja Ja okay Ja Ich bin ganz froh Dankeschön Bitte Ciao 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 das ist gerade echt aber mies hier das ist da am highway ist da echt ne MLO aber da kicken die Missing Textures halt gerade hart rein also irgendwas ja da jetzt auch schon wieder das hatte ich früher nie das hatte ich und ich habe wirklich mein mein Texture Budget ist aber auf Max Extender Texture Budget ist auf Max die Textur Qualität ist auch unten schwer zu sagen schwer zu sagen aber es ist halt je mehr es halt zum Laden gibt je mehr Fahrzeuge je mehr MLOs je mehr halt jetzt ins ich sag alles was ins Game reingebracht wird extra und jetzt crashs wieder ja so ich habe mir jetzt einmal den crash dump map data so ich habe mir jetzt einmal die crash ich habe das jetzt einmal gespeichert ich werde es jetzt auch noch einmal ich werde den crash jetzt noch einmal ding vor allem immer am Hauptplatz das ist es passiert aber auch wenn wirklich die das Grafikkartenspeicher Budget einfach ausgelastet ist sobald ich Missing Textures habe ist nur meine Frage der Zeit bis es mich kickt nicht Ehe Wurscht haben wir wieder am Black Screen Simulator oder? ja ist eh Wurscht Ich dachte, das Texture-Budget sollte nie auf Max sein, wurde mir mal gesagt. Das hatte ich auch auf Max, dann setze ich es mal runter, dann probiere ich das mal. Stell mal die erweiterte Darstellungsdistanz her, aber das frisst ja noch mehr Leistung. Aber ich probiere es mal runterstellen, auf wie weit runter, also Hälfte oder, das ist nämlich ein guter Tipp, ich probiere das jetzt mal, das kann nämlich wirklich sein. Also auf was meint ihr Chat, auf wie viel runterstellen? Den Trick kannte ich nämlich noch gar nicht actually, wenn ich dachte, je mehr mehr desto besser. Geh mal da rein in die Materie. Jetzt fliege ich wieder irgendwo Carlson vom Dach, perfekt. Aua. Drei Viertel. Ich warte mal auf mehrere Antworten. Eins vor Hälfte habe ich es. So weit unten? Das ist schon zu weit, oder? Jetzt frage ich einfach Mamatze. Weihnacht. Jetzt ist er nicht da. Ich habe es auf drei Viertel. Okay, jetzt haben wir schon zweimal. Drei Viertel klingt für mich auch gut, weil zu weit runter würde ich jetzt nicht wollen. Ich probiere mal, ich probiere mal einfach drei Viertel. So ungefähr. Ja? Wenn man jetzt sagt, ein Viertel. Hälfte. Ja. Ja. Genau. Ich probiere es mal, sonst. Moment, dann kann ich es ja eh immer noch. Das heißt, ich nehme das jetzt mal. Jetzt habe ich es nicht mehr so hoch. Vielleicht hilft es ja mit der erweiterten Darstellungsdistanz. Glaube ich nicht, dass das frisst nur noch mehr Leistung. Ich kann es mal probieren. Dann lädt er einfach mehr Informationen im Voraus. Ich probiere es mal. Ach so, es steht im Tutorial drin. Weil mein, ich kenne es auch von Kurt und damals hat Kurt zu mir gesagt, maximal reinballern, was geht beim Texture Budget. Deswegen würde es mich wundern, wenn es im Tutorial steht. Aber okay. Na. Wie gesagt, ich lasse, ich lerne immer gern dazu. Ich wusste von dem Trick wirklich nichts. Aber wenn es hilft, dann danke ich Jungs und Mädels, die das gerade reingeschrieben haben. Wirklich. Also wenn der Trick funktioniert. Weil das Problem ist, ich hatte das schon, also das Texture Budget habe ich schon seit einem Jahr oder so. Ähm. Ich habe das schon seit einem Jahr auf Max. Und ich hatte nie Probleme. Und seit kurzem habe ich das erst mit dem Budget Problemen. Also mit der Darstellungsdistanz ist auch, jetzt sieht man da hinten die Nebel. Ich weiß aber gar nicht einmal, ob ich das so fühle. Muss ich ehrlich sagen. Was ist jetzt, wenn ich es eigentlich wieder zurück tue? Nee. Geh rein da. So habe ich es vorher gehabt, ne? Okay, das lag gar nicht an dem. Dann war es einfach. Da ist auch immer wieder nur ein Bild. Ah, dann probiere ich den Trick. Mal weiter. Schrauben wir hoch da den Kack. Probieren wir es mal. Nicht bei Grafik, sondern erweiterte Grafik. Achso, das meinst du. Oh. Alright. Das habe ich dann falsch verstanden. Dann schraue ich das wieder auf normal. Wie hoch habt ihr das gestellt? Wie hoch habt ihr das gestellt? Weil, warum nicht? Schauen wir mal. Jetzt können wir testen, ob das was gebracht hat, Chat. Wenn das was gebracht hat. Ich meine, das werde ich heute nicht mehr testen können, weil das tritt meistens nach zweieinhalb Stunden oder so. zwei Stunden erst auf. Aber im nächsten, in den jetzt folgenden Streams und in den nächsten Fallen Admin Streams, dann werden wir es sehen, ne? Oh, ein Sondertransport. So ist das eigentlich ein Sondertransport. So ein Raptor. Und die Biker sind schon wieder hinten dran. kurz über Hälfte. Ich, ich vertraue, ich vertraue euch jetzt mal. Ich vertraue euch da jetzt einfach mal. Okay, okay, okay. Ne, wie gesagt, wenn das stimmt, Chat, dann absolut Kuss auf die Nuss. So. Aber, ich werde für heute eh mal Schluss machen. Das trifft sich nämlich ganz gut. Das trifft sich nämlich ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob noch ein Mod da ist. Weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Aber irgendwie, wenn man jetzt so, wenn man jetzt so, dann sieht man viel besser. Holy shit. Das ist irgendwie schärfer, gell? Es kommt mir... Ne, es ist definitiv, man sieht viel mehr. Früher war es dann schon, in der Distanz war es dann schon so richtig, ja, ein bisschen verschwommen, gell? So sieht man, so sieht man es halt viel klarer, kommt mir vor. Vor allem da in die Richtung, merke ich es. Heftig. Ach, Vivi ist noch da. Gott sei Dank. Guti. Aber ich erlöse euch für heute mit meinem Geschmarrn. Wir sehen uns im nächsten Livestream-Chat, gell? Wir sehen uns wahrscheinlich am Dienstag. Am Dienstag oder am Mittwoch. Morgen bin ich nicht zu Hause. Und ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Hier mit mir wieder am Abend. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle keinen Scheißdreck baut. Wenn ihr alle gesund bleibt und, ja, die Ohren steif haltet. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr hier neu seid. Viel Spaß. Und, ja, weiterhin nur das Beste wünsche ich euch. Wir sehen uns im nächsten Livestream-Chat. Hauen sie rein. Durchgrüß-Runde gibt's beim nächsten Mal, gell? Hauen sie rein, meine Besten. Und Dankeschön für alles. Danke an meine Mod. Danke an alle Spender. Danke an alle Zuseher. Und, ja, schlaft's alle gut. Kuss und bis zum nächsten Mal. Also, Chat, da winke, winke, winke. Hier nochmal perfekt. Das ist doch kein Winke, meine Fräse. So. Meine Besten. Tschüssi. Gute Nacht. Und, schlaft's alle gut. Bis zum nächsten Mal. Buena Notte. Buena Serata. Buena Notte. What the fuck's name are you doing? Oh!